hier machen in 33 ausnahmsfällen wenn das woanders da macht ja dann ist es eine sünde die er macht also wenn man schon darüber redet oder dann immer ganz fair aber die hat antwortet ihm doch ja also kann mir jemand davon die definition geben das haben wir ganz toll dass sie wie ihr das sieht ein kollege formiert der ist fest von überzeugt dass er sagt deine tonaufnahme ist verdammt schlecht du musst fixen fix mal deine tonaufnahme hört ihr mich jetzt würde ich besser glaube ich ja also der kollege von mir ist fest von überzeugt dass das gekreuzigt worden ist das war so nicht okay okay aber was hat was hat eine feste überzeugung mit takia zu tun das ist doch das ist doch eine überzeugung von einem selbst weißt du ich könnte ich könnte heute sei oder keine ahnung könnte ich ihm einreden dass michael jackson gekreuzigt worden ist und irgendwann glaubt er mir das und ist davon überzeugt das hat doch aber mit takia nichts zu tun das ist doch der mensch selber der von etwas überzeugt ist ja kann ich mir dann bitte erklären was das in drei fällen darf man ja ich sage doch gerade takia takia ist dann zum beispiel eine lüge ja bei den sonniten bei den sonniten ist das der fall du darfst sage ich mal lügen ja wenn dein leben in gefahr ist und lüge ein beispiel nenn mal ein beispiel was heißt das wenn dann ja ein beispiel ein beispiel ist zum beispiel wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde okay du bist jetzt ein moslem ja und aus diesem grund aus diesem grund ist dein leben dann in gefahr ja dann darfst du lügen und sagen nein ich bin zum beispiel kein moslem oder ich bin ich bin sage ich mal buddhist christ oder was auch immer das was die halt sich gerade wünschen du darfst dich dann mit einer lüge der situation anpassen so dann gibt es den zweiten punkt bei denen wo du lügen darfst ja das ist um streit zu vermeiden also das heißt wenn du siehst dass da irgendwo eine eskalation ist darfst du diejenigen belügen ja damit damit dieser streit sage ich mal geschwächtet wird ja okay es ist aber immer noch eine sünde und die dritte situation ist du darfst deine frau belügen ja um dass da keinen streit gibt und mit ihr du irgendwelche probleme ja aber das sind die drei punkte fakt ist weil sie aus dem sinn beides mieten wo du lügen darfst das sind aber natürlich sind das lügen ist sagt ja das ist doch die sünde also die lügen ist eine sünde das verstehe ich nicht ganz kurz leute eine frage die hat mich interessiert das bruder weil du weißt ja wir kennen uns schon seit du zehn bist und wir sind ja zusammen aufgewachsen wir kennen uns ja gar keine frage aber bruder das ist für mich sehr sehr fragwürdig kummer zum beispiel warum erlaubt es uns zu lügen das ist dann kein gott das würde das würde gott ja selber wenn er erlaubt uns ja nicht direkt zu lügen wenn ich jetzt sagen wir mal sagen wir mal ich hatte geschlechtsverkehr mit einer anderen frau sagen wir mal vor vier jahren ich hatte geschlechtsverkehr mit einer frau und habe ja unehrlich also ich habe ja nicht mit ihr geheiratet und hat er mit ihr geschlechtsverkehr sagen wir mal nach den vier jahren habe ich das bereut ich zeige buße ich bete ich mache dies ich mache das ich mache tralala und wenn mir das verzeiht wenn er mir vergibt dann darf ich ja lügen ich soll ja nicht mit meinen sünden prallen wieso sollte ich mit meinen sünden prallen wenn ich es ja doch aber aber guck mal bruder das problem ist es ist schwierig man es erlaubt aber trotzdem zu lügen aber das problem ist gott ist ja heilig warum sollte er uns das erlauben das verstehe ich nicht gott hast die sünden egal oder nicht das meine ich zum beispiel das versuche ich ja zu verstehen das ist so ein punkt was mich sehr stark zum zweifeln bringt so ein bisschen so sehr sehr stark zum zweifeln auch wenn man schlichten will naja man darf lügen damit man zum beispiel wenn zwei freunde sich streiten so hat man mir das erklärt darf man lügen dass der andere gut ist oder nicht aber das basiert alles auf eine lüge also wenn die zwei wieder frieden schließen hat sich der frieden auf eine lüge basiert ich nehme euch gleich hoch ich nehme euch gleich hoch leute an die kommunen ist jeder der eine antrag ist christian david bitte nicht hochnehmen bruder warum denn was hat er getan wenn der hoch kommt gehe ich auf jeden fall runter wo das ist ja er versteht er versteht alles falsch und wenn du nicht mit ihnen einer meinung bist dann macht der filme ja mal fertig ist das bruder kommen der ist autist weißt du und egal was du sagst er nimmt alles falsch auf ja und ich habe keinen bock mehr diese kopfschmerzen mit diesen menschen zu geben weil er macht sich nämlich selber regt er sich darüber auf er seine cousine hat mir auch schon geschrieben die hat mich darum gebeten ihn nicht mehr hochzunehmen sollte sollte scharia herrschen das kann ja sein dass irgendwann mal die musik so und einer steht vor mir und sagt bist du christ oder und ich darf ja lügen dann ja also in islam und ich bin mosse obwohl mein herz das nicht ist ne sage ich zum beispiel ich bin christ und werde deswegen umgebracht ja also ich bin ganz ehrlich wenn das passieren sollte gott bewahre dann ist mein ganzer keller voll auf jeden fall scharf tiktok sportlich dann ist mein keller voll alles scharf ja ich lass meine rechte mir nicht nehmen ich lass meine rechte mir nicht nehmen auf keinen fall deswegen verstehe ich diese die dieses grundprinzip nicht also dass einer kommt und sagt entweder du glaubst an das was ich glaube oder du musst das land verlassen und du musst das machen oder ich muss dich töten also das tut mir leid ich begreift das nicht weil guck mal guck mal stell dir mal vor ich fahre mit meinem auto mit meiner frau hier raus ok auf einmal werde ich angehalten und dann sagt man mir also wir können ja offen drüber drüber reden das ist ja gar kein problem und dann sagt mir jemand ja bist du jetzt christ oder bist du musst du bist christ geht nicht deine frau muss kopftuch tragen müsste das funktioniert so nicht wir haben ja jeder hat doch sein glaube wenn das ja mit gewalt durchgesetzt wird das hat nichts mehr mit gott zu tun dass ich finde das hat nichts mehr mit gott zu tun ja das ist das verstehe ich nicht dass auch mal bei gott bei gott herrscht keine gewalt bei gott gott herrscht frieden und keine gewalt das versuche ich ja die ganze zeit zu verstehen ja deswegen ist das keine gewalt wenn ich einen vor die wahl stelle macht das oder das ist doch das ist doch zwingen zwingt eine person das zu machen was in deren augen richtig ist weil das ding ist das ding ist ja das ist echt ein schwieriges thema aber ich könnte das niemals zulassen dass jemand zu mir kommt und zu meiner frau sagt hätte ich muss jetzt kopftuch tragen das wird niemals funktioniert das ist ja gewalt schon fast ja macht es oder das passiert das geht nicht mal das geht nicht sorry das wird nicht funktionieren also zumindest bei mir wird es auf keinen fall funktionieren auf keinen fall no chance no chance no chance wird nicht und das wird nicht funktionieren es geht nicht deswegen wenn wir uns die länder sehen wo wo scharia herrscht wie leben die da wie ist das leben ich weiß nicht jihad jihad bruder was sagst du dazu jihad das interessiert mich so gerne jihad bist noch da ja bruder was sagst du was sagst du dazu bruder zu dem kopftuch nee generell stell dir mal vor die scharia ist dann jetzt hier in deutschland und du fährst einfach auf die straße du wirst angehalten und dann sagt man dir hey warum trägt deine frau kein kopftuch was würdest du sagen jihad wenn ich so cool würde ich jetzt sagen siehst du das ist ja der ausschlaggebende punkt sogar mein bruder jihad sagt das ist nicht cool ja er ist noch gar keine frage aber das ist das hat schon was mit gewalt zu tun sei macht das oder ich finde es nicht richtig ja weil das halt von gott kommt weil so warum sollte warum sollte gott mit gewalt etwas durchsetzen richtig richtig das versuchen wir das begreife ich auch nicht das begreift dass das werde ich schon so gut wie gewalt macht das oder es passiert es geht nicht die 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 ungläubigen zum beispiel haben überhaupt keine chance die wären direkt umgebracht ja also deswegen ist ich versuche die religion zu lernen um zu verstehen warum das ist dann kommt man warte lassen lassen wir den jihad lasst mal den jihad kurz reden korinther mariam hat gesagt korinther 11 vers 6 alles klar das lesen wir jetzt zusammen korinther 11 6 bitte junior merkt ihr das korinther 11 vers 6 ich schlage das jetzt auf und dann lesen wir wirklich spezife fragen über den koran wenn ihr wollt kann ich euch ja mal einen imam hier reinbringen also ja kein problem hol ihn rein hol ihn rein die hat wenn du das schaffst wer einen imam hier reinzubringen der bereit ist wirklich mit uns ehrlich zu reden du hast echt was gut bei mir ja also aber ich habe ja immer freitags und samtags so unterwegs in der moschee und da gerade da weiter maria mariam korinther erster korinther oder zweiter korinther ganz kurz leute ich möchte das auch lesen und verstehen so mariam erster korinther oder zweiter korinther es gibt ja zwei wir gehen jetzt auf die korinther 1194 so 1100 auf jeden fall die hat aber wenn du das machst mit dem imam und der wirklich sage ich mal da ist darfst du danach nicht enttäuscht sein ja fragen beantworten und auch auf jeden fall besser als ich weil der ist auch schon ein bisschen älter ich verstehe das ich meine nur du darfst danach nicht enttäuscht sein von dem sage ich mal von dem gespräch was du dann dort mit kriegst ich lese vor alle ruhig alle ruhig kurz ich lese vor öfter korinther 11 vers 6 denn wenn sich eine frau nicht bedecken will so soll ja auch das haar abgeschnitten werden wenn es aber für eine frau schändlich ist sich das haar abzuschneiden oder abschneiden zu lassen so soll sie sich bedecken denn der mann darf das haupt nicht bedecken weil er gottes bild und ehre ist die frau aber ist die ehre des mannes denn der mann kommt nicht von der frau sondern die frau vom mann okay auch wurde der mann nicht um der frau 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 willen erschaffen sondern die frau um des mannes willen okay aber jetzt gehen wir mal ganz weit oben und fangen fangen von anfang an noch mal zu lesen okay die stellung des mannes als haupt und die bedeckung des hauptes der frau so seid meine nachahmer gleich wie auch ich nachahmer des christus christus des christus bin ich lobe euch brüder dass wir in allem an mich gedenkt und an den überlieferungen festhalten so wie ich sie euch übergeben habe ich will aber dass ihr wisst dass christus das haupt jedes mannes ist der mann der mann aber das haupt der frau gott aber das haupt des christus ja jeder mann der betet oder weiß sagt und etwas auf den haupt warte und etwas auf dem haupt hat schändet sein haupt jede frau aber die mit unbedeckten haupt betet oder weiß sagt schändet ihr haupt so jetzt haben wir aber den punkt jede frau aber die mit unbedeckten haupt betet oder weiß sagt schändet ihr schändet ihr haupt es ist ein und dasselbe wie wie wenn sie geschoren geschoren wäre so in diesem vers verstehe ich eine sache jeder mann der betet ohne moment zurück ich will aber das war jede frau unbedeckt also wenn du unbedeckt hier geht es um 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 den beten verstehe ich das richtig panischer so verstehe ich das auch hier geht es ums beten die sagt nicht und ja nicht dass ich das genau geht das und das ist natürlich jetzt ist natürlich warte leute warte leute stimmt euch mal kurz miriam guck mal du hast du hast gerade etwas aus dem kontext gezogen weil ich gesagt habe ja wenn wir kopftuch tragen etc wäre es falsch denn es steht hier in der bibel dass wir kopftuch tragen müssen so du hast jetzt aus dem kontext gezogen ich schließe es dir vor hier geht es ums beten darfst nicht unbedeckt beten so hier haben wir es doch ich will aber dass ihr wisst dass christus des hauptes jedes mannes ist der mann des hauptes der frau so aber des hauptes christus ok jeder mann der betet ohne weit ne wo steht das mit den unbedeckt genau 5 jede frau aber die mit unbedeckten haupt betet hier geht es ums beten miriam hier geht es ums beten miriam oder wo da kommen wir es langfrist ist hier er sagt möge allah ich das licht zeigen dass er geschrieben hat gerne kannst du mir etwas beibringen islam quiz ja ich bin hier um über den islam was zu lernen ich möchte mich überzeugen lassen wenn aber fahrt ist dir natürlich erlaubt weil das die sagen jetzt schreibt desperado es sei ein zwang hier geht es ums beten soll sie nicht nackt hier stehen und beten das ist damit gemeint leute hört auf das aus dem kontext zu ziehen das ist echt lächerlich auch damit ich habe es gerade eben gelesen ok desperado denn stell dich mal nackt und bete nackt komplett nackt und bete hier wird erklärt wenn du zum herrn betest sei nicht unbedeckt sei bedeckt und bete zum herrn leute hört auf wenn man mit diesen lügen das ist doch schrecklich junior hast du es gerade gesehen wie sie etwas aus dem kontext ziehen und ja das ist das problem dass manche die ziehen einfach sagen aus dem kontext und dann die vielleicht die machen das gar nicht mit bewusst lügen die sagen das einfach weil die davon überzeugt sind aber die ziehen das einfach aus dem kontext und Ich lese es noch mal extra für die leute die hier lügen so ich mach das noch mal es ist mir egal ich mach das noch mal warum weil ich finde das echt schade dass gelogen wird welcher korinther war das 11 vers 6 sie hat nur 6 erwähnt sie hat 5 und davor hat sie nichts erwähnt so jetzt lesen wir aber von 5 jede frau aber die mit unbedecktem haupt betet oder weiß das reicht schon das reicht unbedeckt deswegen manche verstehen vielleicht die deutsche sprache nicht richtig guck mal und die schreiben immer noch niemand lügt hier echt das ist so wahnsinn leute seit ich diesen stream hier angefangen habe seit ich diesen stream hier angefangen habe ich habe kein einziges mal gelogen wenn jemand gesagt hat hey das steht bei euch in der bibel drin habe ich gesagt okay ist kein problem wir lesen das jetzt zusammen leute hört auf fakt ist es ist zwang beim beten kopf zu bedenken die verstehen das nicht jihad bruder hast du mich verstanden was ich gesagt habe ich hoffe ja ja der bruder jihad ist ein moslem sogar der hat mich verstanden wenn der herr sagt wenn der herr sagt sei nicht unbedeckt beim beten sei bedeckt beim beten dann ist es eine respekt sache du sollst ja nicht nackt rausgehen und beten zum beispiel ist ein beispiel stell mal vor du kannst ja überall beten das spielt ja keine rolle aber stell dir mal vor jihad guck mal zum beispiel ich gehe nackt raus und bete auf der straße ich bin unbedeckt so sagt der herr uns nein sei bedeckt und bete oh mann oh mann leute ja was wollte macht euch nicht lächerlich macht euch nicht alles was ist auch schlimmer als es ist guck mal wir wollen lernen aber ihr macht es nur noch lächerlich ist als es leute hört auf oh my god oh my god oh my god oh my god ich zisch ich gehe gleich ins zum ok ja oder alles gut wann kommst du wieder ich gehe jetzt so zwei stunden trainieren ich habe heute bieter suchen zu gegen abend seid ihr noch da ich bin immer da ich bin immer da ich stream heute ein bisschen länger auch mit pausen ein bisschen und genau das das war es eigentlich also ein bisschen stream reden lachen habt ihr macht ihr auch andere themen außer religion also ich würde gerne über andere themen reden aber komischerweise wir stoßen immer wieder auf wenn ich religios lockeres wo man sich nicht so bekämpfen muss wir bekämpfen uns ja gar nicht aber wenn leute lügen bruder ich muss die lügen aufdecken weißt was ich meine wenigstens ehrlich sein und sagen ich habe keine ahnung aber nicht irgendwas rausziehen und dann fange ich an zu lesen auf einmal ja genau so wie jesaja kapitel 42 sagt man aber ja da wird mohamed prophezeit und wie kann man sowas verstehen wenn man den ganzen kontext dies liest man doch ganz genau dass das nicht auf dem mohamed steht steht die hat hast du was zu der willst du was zu der muslimischen community sagen dann sag bitte was bitte sag was ob ich war zur muslimischen community sagen möchte ja ja bitte sag es denen mal rosi ok rosi 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 noch mal rosi flexer ich hatte noch eine frage in die hat das mit dem paradies zum beispiel damit den was bekommen denn frauen im paradies also wenn die im paradies kommen oder wie gesagt ich wollte heute über was ganz anderes reden ich kann mich da komplett durchstreichen ich lerne selber ich lerne selber gerade noch alles ich kann mich in zwei jahren darüber fragen dann habe ich antworten alles gut wir sehen uns dann einfach später wenn du noch da bist ja dann können wir ja über was anderes reden weiß nicht vielleicht oder geld oder sportliche themen kann ich später eröffnen ich hoffe dass wir nicht schon wieder dann auf religiöse themen stoßen naja gut dann wünsche ich euch noch viel spaß viel kraft ja mein bruder bis später also dann ciao ciao ja also da ist schon mal das erste das ist schon mal das erste was halt auch zu einer frage kommt wieso wird gelogen wenn man über gewisse sachen es sagen wir mal zitiert ist da kann man nur zurückgehen das halt ja takia erlaubt ist das ist gerade ich sehe gerade liebe zu hat ist der sommer hochkommen ich habe eine frage an den er ist ja eigentlich ein wissen da ja beziehungsweise er kennt sich ja gut aus dem islam ich habe wirklich eine frage kommen was haben kommen hier hoch ich möchte dich gerne was fragen über den islam vielleicht kannst du mir eine antwort darauf geben in der solange gerne eine frage auf halal basis wird immer noch hetze betrieben hier gibt es keine hetze leute hört auf damit man es gibt hier keine hekt wenn man über eine sache redet ist das ist doch nicht hetzen hetzen ist für die ist es schon sobald man drüber redet ist es eine hetze sobald du schon a sagst ist hetze ja aber weil ich denke mal auch weil im islam sind ja sachen zu hinterfragen verboten eigentlich das ist so das ist über den so man darf nicht hinterfragen das ist so das hat mich mal auf kumpel von mir gesagt wo wir sagt er eigentlich ist im islam hinterfragen verboten darf man nicht das ist so steht so schluss ausmacht wenn dürfen die gelehrten darüber reden aber hinterfragen ist verboten naja so habe ich das immer verstanden das ist krass also mich schockieren sehr viele sachen jetzt schreibt einer man darf hinterfragen rede nicht ohne wiss ich kann nicht mehr okay spaß beiseite spaß beiseite wir bleiben ernst wir bleiben ernst wir bleiben ernst wir müssen ernst bleiben ja also wenn irgendjemand hochkommen möchte kann er gerne hochkommen ich weiß nicht og ich hole dich gleich hoch mein bruder immer mit geduld zum ersten mal den hoch als die uhr erstes hallo denny gottes segen hallo darfst du mich grüßen überhaupt ja ich darf die gottes segen wünschen und ich darf dich auch mit viel liebe empfangen ja tatsächlich ich darf das ganz normal vorlesen zweiter johannes 1 vers 10 ich weiß was du mir schon sagen möchtest da geht es um was ganz anderem aber okay bitte denn ich habe dich hier gerade mit liebe empfangen nimmt es doch bitte an eine manche darf ich nicht fragen oder wie okay denn es ist der fährt vernünftig was im kontext steht wir fangen jetzt nicht damit dann nicht unter bitte nicht unterm tischkehren denn verslies vor für alle oh mein gott jetzt fängt das schon wieder an oh mein gott denn hier hast du auch irgendwelche wachen und drüber lustig machen stell doch einfach bitte eine frage die du stellen möchtest abgesehen von matthäus da kommen wir gerne noch dazu ist kein problem aber stell mir bitte eine frage die du stadt fragen möchtest und dann kommen wir wieder zurück zum thema ich habe dich begrüßt so mein lieber was kann ich denn für dich tun hier also meine erste frage habe ich wie gesagt gestellt und ich wollte fragen wie es bei euch denn dann ist im christentum also bei uns gibt es ja genaue beschreibungen von also paradies und helle wie ist das bei euch weil ihr macht euch immer nur lustig über die 277 junge frauen gibt es irgendwelche beschreibungen von paradies und helle danke danke für diese diese frage sehr respektvoll gute gute frage ich will sie nicht beantworten ich kenne die antwort aber ich möchte dass die brüder hier oben die diese antwort geben wie gesagt ich bin keiner der debattiert ich stelle immer fragen wie gesagt sehr kritische fragen so genau debattieren tue ich auch nicht ich brauche nur ganz normal reden ja ja alles gut alles sind alles gut alles gut denn du kennst dich du kennst dich doch mit sicherheit sehr gut aus oder ja was ist ja gut also eins bin ich mir sicher dass im paradies so bespringen wird dass erst mal männer und frauen das gleiche haben also dass das ist heilig der paradies ist heilig da kann man nicht irgendwie mit mit irdischen dingen kommen so wie alkohol und sex und das gibt es nicht alles da also im paradies stelle mir das so vor dass alles heilig ist jeder liebt sich das gibt keine krankheit es gibt nur liebe aber sex gibt es bestimmt nicht also so bin ich mir fest von überzeugt dass dieses diese über dieser menschliche trieb den wir hier haben gibt es aber sonst essen und trinken auch nicht oder atmen oder wie ist das meinst du ist genau das sind irdische sachen die gibt es im paradies nicht im paradies sind wir mit gott zusammen und gott ist lieber bist du kein kein mensch oder was also verstehe ich nicht überhaupt ist nicht ganz andere gestalt an wenn wir haben eine ganz andere gestalt und man oder frau welche und welche gestalt und welche gestalt wo steht das ich finde nur ich finde nur du solltest verstehen müssen sollte es ja verstehen guck mal es ist ein heiliger ort guck mal bruder hör zu es ist ein heiliger ort an diesem heiligen ort gibt es hier kein alkohol bis zum besaufen an diesem heiligen ort gibt es auch kein bango jingo banga das gibt es dort nicht oder das ist nicht heilig bunga bunga heißt nicht mal nicht doch mal ich mal gott mit gott macht auch bunga bunga oder was das ist das kann doch nicht sein okay panischer panischer bitte bitte sag mal die panischer 2 hoch die panischer 2 wer ist panischer 2 warte mal kurz als salat und salam oder leute leute lasst mal bitte den panischer kurz reden ganz kurz gottesegen 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 guck mal ne denn du wolltest ja diesen vers komm mal ist überliefert dass es drin geschrieben steht dass wenn der herr jesus christus zurückkommt am tag der auferstehung werden wir und die toten in einen verherrlichten körper gebracht also den selben körper also physisch und auch geistlich wie der herr jesus christus selber genau diesen körper also nicht als mensch oder was oder doch als mensch du bist immerhin noch einmal die eine spezies bleibt mensch aber der andere aber der andere hat gesagt dass wir ganz anderen gestalten sein werden bitte definieren wir das wort gestalt und bitte definieren wir das wort spezies ich frage dich aber gerade denn wenn ich andere gestalt bin dann bin ich kein mensch wenn du also seine gestalt in sagen wir mal in einem geist verwandelt hat sich deine spezies geändert aber guck mal wenn wir sagen unsere spezies bleibt mensch unser körper wird verändert in einem verherrlichten körper hat sich jetzt dein körper also hat hat sich deine spezies hier in diesem falle jetzt geändert da kannst du mal was so erzählt das versteht doch kein mensch als ganz normal reden was wir gestalt und spezies junge mensch oder nicht also ich denke ich und die zuschauer haben verstanden ich frage mich warum ein kasek das nicht versteht ist das eigentlich nicht haben einen christlichen namen zu nehmen denn was ich dir gerade sagen wollte du selber bleibt ein mensch aber denken wir haben den körper genau werden würden christlichen namen du nennst dich danny ableitung von daniel warum kannst du nicht mit einem muslimischen namen kommen oder mit einem anderen account den du quasi genannt hat der andere hieß doch abu hamza der christner muslimischen namen weil er weil seine eltern auch immer noch muslime sind und er ist kommentiert und erstens verleugnet er sein arabisch eine scheiße abu hamza das heißt ich bin der vater von hamza und wir müssen beschreiben das paradies oder nicht weil es wie es bei euch aussieht das paradies er hat es doch gerade eben beschrieben er hat erzählt andere gestalt andere spezies hat nichts konkret erzählt komm mal komm mal denn hier soll ich dir mal zeigen wie du die christen sehr schnell triggerst meine lieben christlichen freunde warum steht warum als jesus auferstanden ist hat er zu maria gesagt fasse mich nicht an ich bin noch nicht zu meinem vater und zu eurem vater zu meinem gott und euren gott gegangen hat gott jetzt ein gott gute frage gotten gott komm mal denn ich mach das für dich ab heute ich bin jetzt ein muslim vorher ich mach das jetzt für dich bruder wir waren doch bei paradies flex kannst du mal ein bisschen als hier du bist doch hier der chef hier ganz mal bis auf der frage antworten lassen auf das paradies thema drei leute was andere erzählen leute haben sie schon die frage schon längst beantwortet aber egal die werden dir wieder die für die berge die ganze system wieder beantworten ist gar kein problem also ein stets genauer beschreibung gehabt das nur von anderen gestalt andere spieles erzählt dass wir andere gestalten werden warte stechen nicht trinken werden warte warte dennis mannischer bist du da bitte bruder erklärt sie weil ich mein ich weiß nicht mehr was ich noch sagen soll also manchmal es ist schon ein bisschen traurig aber bitte kann ich erklärt bitte oder fangen wir nicht darum fragen wir nicht einfach die bibel was sie darüber sagt als statt dass er uns fragt wir fragen mal einfach was was das wort gottes uns selber sagt ich weiß also ich hab schon egal egal was so was das wort zum paradies sagt und ich würde dann auch gerne aus dem koran eine sache verstehen und zwar suche zwei vers 143 weil du kommst hierher und möchte es von uns antworten haben und ich sage ganz klar dass dein anderer selber nicht weiß was er im koran sagt und ich bin nur dabei also ein genommen habe normal gefragt also schön nur fragen also alles gut du bekommst deine antwort ich freue mich auf gott und nicht verboten wenn ein christ in den koran steht nein ist nicht verboten bei uns gibt es halt genaue beschreibungen wie es im grab ablaufen wird was es für hölle verstufen gibt im paradies und so weiter ich wollte nur ganz fragen ich habe jetzt bisher nur verstanden dass wir nicht essen nicht trinken werden nichts andere gestalt habe ich verstanden was wir sagen dass wir nicht essen und trinken werden hat andere vor uns gesagt dass wir keine ehrlichen bedürfnisse haben werden und so weiter das stimmt tatsächlich du weißt ich lese einfach mal vor die lese ist aber eine offenbarung nach nach oben zugehört gerade nicht was seine brüder gesagt hatte relativ denn ich würde ich bin zu sehen nochmals zu hören einfach noch mal zu und zwar danny kannst du einfach dein mund zu machen oder ich bitte dich von bruder zu bruder in ende einfach mal kurz zuhören du fragst etwas aber dann weißt du mich auf meinem bruder flex was das ist gerade absolut irrelevant nein du bist selber vor uns dazu geschlossen du bist selber vor uns reingekriegt ich habe mit anderen gesprochen und ich sah einen neuen himmel und eine neue erde denn der erste himmel und die erste erde waren vergangen und das mehr gibt es nicht mehr und ich johannes sah die heilige stadt die heilige stadt das neue jerusalem von gott aus dem himmel herabsteigen zubereitet wie für eine mann geschmückte braut manche gelehrten sagten also über den eval überlieferung und ich glaube das lesen wir auch gleich im kontext sagen sie gold geschmückt und ich hörte eine laute stimme aus dem himmel sagen sie das ist das geld gottes bei den menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein volk sein und gott selbst wird bei ihnen sein ihr gott und gott wird abwischen alle tränen von augen und der tod wird nicht mehr sein weder leid noch geschrei noch schmerz wird mehr sein denn das erste ist vergangen und ich und der der auf den thron saß sprach sie ich mache alles neu und er sprach zu mir schreibe denn diese wörter sind wahrhaftig und gewiss also wir reden nicht gerade die größten angaben des paradies ist aber was wir lesen können ist dass es in den zustand von garten eben wieder sein wird dass wir weder schritt noch schmerz wieder dies wieder das und das und das haben werden uns wird gut gehen du bist mit gott du bist mit gott du hast die sorgen haben ein arm siehst du mit gott und nicht und nicht mit 72 jungen frauen und 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 ganz wichtig zuzuhören die neue stadt also das paradies das zelt gottes wie im vers 2 steht geschrieben das neue jerusalem also verstehst du es heißt und das heißt die stadt lesen geben wird dass es trinken geben wird das weiß ich jetzt nicht ob es essen aber ich habe gerade lesen ein behälter bestanden du hast du gelesen dass irgendwie ein behälter trinken gehen und dran ich habe ich habe gelesen dass gott alle tränen abwischen wird ein davor dies noch mal du hast was von krank gelesen ein behälter ich habe was von nein doch nein soll ich jetzt noch mal für dich lesen extra denn ich frage mich ob menschen wirklich paranoid oder schizophren sind die ist noch mal vor alles und ich sah einen neuen himmel und eine neue erde denn der erste himmel und die erste erde waren vergangen und das mehr gibt es nicht mehr und ich johannes sah die heilige stadt das neue jerusalem von gott aus dem himmel herabsteigen zubereitet wie für eine mann geschmückte braut und ich hörte eine laute stimme aus dem himmel sagen sehe das ist das geld gottes bei den menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden braut also geschmückte braut gibt es da also doch braut war sie hat eigentlich tatsächlich sind wir die braut nein nein er hat recht es gibt es das er hat da war also noch nicht auch mal nicht ein kann ich habe ich war nicht auch flex ist die branche er hat das nicht verstanden was damit gemeint ist genau sind er versteht braut unter frauen und deswegen sage ich die deutsche sprache ist nicht für jeden gedacht wie ich hab sofort gewusst ich hab sofort gewusst er wird auf jeden fall dass mit der braut dass er dann sagt die braun sie ist weil man jüdisch denkt das ist jüdisches denken deutsche sprache wirklich nicht weil noch mal von vorne an also die deutsche sprache beherrscht das ist gar kein problem das ist einfach mal von vorne aber denn die deutsche sprache ist wirklich nicht wirklich und warte mal die polisher irgendwas von trinken haben wir auch nicht gelesen ich habe gehört ich habe ich habe glaube ich dass wir nicht stehen dann ihr da ganz kurz wir brauchen also ich habe die bau und bitte ich bitte dich gebraucht er redet und unterbrochen ich habe kein neff ist für sowas guck mal flex bruder also ich habe mal gelesen und gehört dass es heißt dass wir mit gott einmal essen also dass jesus wie einen großen abend mal zusammen haben werden müsste ich mal lesen wo das noch mal steht also doch das ist gerade das ist gar nicht gerade relevant finde ich doch doch ich habe ich habe einen anderen kollegen da gibt es kein essen kein trinken kann irdische bedürfnisse keine jüdische sexual bedürfnisse ich glaube du verstehst leider vieles falsch leider sehr sehr vieles okay wir machen wir machen es ganz einfach leute leute panischer wir machen es ganz einfach liest es noch mal vor jala jetzt können zubereitet wie für ihren mann geschmückte braut das versteht das heißt dass danny heißt dass da sind auf dem paradies jetzt frauen die winken und zu ja genau das denkt er genau das denkt er also ich verstehe darunter dass das paradies schön gemacht wird denn jesus selber bereitet eine steppe für uns und wird zurückkommen genau er selber bereitet das war er macht es aber so schön wie für einen für einen mann seine geschmückte braut und wer ist dieser mann dieser mann der hier gerade genannt wird ist jesus wer ist die braut die braut die braut die schafft die schafe die hirde die herde herde nicht jede herde eine herde fertig ja was ist was ist das mit den frauen weil wir brauchte auch immer im islam was ist was kriegen die frauen was ist das bei euch mit den frauen also du hast jetzt vorgelegt wenn du mir beweisen kannst denn wenn du mir beweisen kannst dass wir im himmel auch sehr viele frauen haben können ich konvertiere sofort zum islam warum warum nicht heute den islam an oder warum zeigst oder ich nehme sofort den islam an sofort wenn du mir jetzt sagen ganz im bibel steht dass wir 72 frauen bekommen oder sogar mehr ich weiß es nicht sogar als wenn du betest christo mehr steht da drin wenn du müssen das blöde warte 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 wenn du mir heute ein bibelvers hier drinnen nennst dass wir sehr viele frauen bekommen sogar mehr vielleicht als euch ich weiß es nicht oder weniger das weniger 20 frauen was auch immer ist mir egal sofort denn ich schwöre ich schwöre darf ich nicht in meiner religion sofort ich konvertiere sofort zum islam heute dazu ich gehe nächsten freitag zu einer moschee ich spreche die schahada aus und kumpel konvertieren sofort zum islam so ja aber warum warum denn warum ist ein kriterium für dich oder willst du frauen haben weil er gebruder das ist schon respektlos wenn ich sage ich gehe neben gott frauen genau genau ich habe gerade mit flex gesprochen der fleck ist aber ganz ernst warum ist es ein kriterium für dich oder mit so frauen haben wieso jetzt warum nicht den gender bekommt man 72 jungfrauen das ist gerade zugegeben dass es doch haben willst in wahrheit oder wie warum nicht wenn es drin steht wieso nicht vor allem flex aber jetzt gehst du direkt so dass ich gerne haben würde ich versuche nur zu verstehen wenn es so ist sofort ich bin muss sofort meine frage war warum war das gerne haben würdest oder wie wir haben jetzt weil wir dich da siehst du ja du hast gerade zu gegeben dass es gerne haben würde es weil ich habe gesagt wenn es so ist warum nicht wir wachsen seit man der andere leise ich rede jetzt ja ich habe gesagt immer macht diesen liebe zu hat die hoch und macht denn die runter warte warte ganz gut wir müssen respektvoll bleiben danny danny noch der flex flexor zugegeben du würdest das eigentlich gerne haben stimmt was ihr mein deutsch der versteht das nicht der versteht das durch eine kriterium ist da habt ihr zugeben dass es eigentlich im herzen der versteht das nicht nein du hast gerade eben gesagt dass ein kriterium ist wenn ich die stelle zeige dann kommst du zum islam das heißt das ist ja die wahrheit ist warum nicht das habe ich doch gerade eben gesagt genau das ist aber nicht wahrheit sowieso nicht war das nicht euren hier gelüsten oder was oder weil das nicht in der bibel steht so was nein das junior das wissen wir ja noch nicht denn die soll es ruhig bringen jederzeit ich bin heute ganzen tag da das ist kein problem der liebe zu hat es dann hochkommen er will das zeigen er will das nicht dazwischen ganz gut stimmt euch mal alle beide kurz ganz kurz bitte ganz kurz zwei minuten stimmt euch mal kurz stimmt euch mal bitte kurz guck mal danny danny bruder hört zu bringen mir das und ich habe gerade eben die gesagt so fort konvertiere ich zu ich gehe zu zunder direkt zunder direkt ja meine frage war jetzt warum ist es für dich ein kriterium warum nicht wenn es ja die wahrheit ist warum nicht hast du mich verstanden was ich jetzt gesagt habe wenn es ja die wahrheit ist warum nicht ich habe gesagt wenn es ja die wahrheit ist warum nicht um 60 ok daneben dann lieber zum adis hoch und könnte inschallah dann gemeinsam mal gucken macht dann ehrlich doch das ein bisschen schlauer und danny du hast mein ehrenwort sofort nehme ich dir so die hand und sagt salam aleikum ich gehe sofort zu zunder sofort direkt direkt möge allah durch recht leiden nimmt den bruder hoch liebe zum adis ok alles klar denn dann machst du eine pause ich hole ihn kurz hoch ok ich kann auch hier oben bleiben oder ich kann mich stummen 11 nach dem anderen bei sonst reden alle wieder durcheinander das ist schon zu viel wenn fünf sechs leute wieder hier drin ist und ich hole ihn hoch ich ziehe dich runter und hol den kurz hoch ok ich wollte ich eh gleich okay also ja die tito ehrlich nicht steht du keine plattform geben der hat sowieso keine ahnung das ist klar das weiß ich das braucht ihr euch keine sorgen machen den hole ich sowieso nicht hoch das salat und salam hallo auf die schlechter nicht zu machen panischer ok inwiefern liebe sagen wir kurz alle ruhig erstens gottes segen wir grüßen dich und ganz viel liebe geht raus was 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 gehen wir denn für dich tun so er sagte was du für mich tun kannst ok erstmal wenn du kein arabisch verstehe ich sag mal deinen gästen hier drinnen sie sollen nicht nur schluss ich mache über den salat erstens musst du respektlos sein und wenn du es nicht ganz runter mit dir und damit ich habe mich gar nicht lustig gemacht weil er gar na das ding ist das ding ist der ist so verblödet der konnte hoch der beleidigt schon und 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 das geht schon mal gar nicht guck mal ich empfange ihn mit liebe guck mal guck mal wie der rede bruder rede normal man komm hoch rede normal hör auf man du wirst die mit liebe empfangen hör auf hier ein auf hart zu machen weil das lass das man bleibt ruhig man ein richtiger mann bleibt ruhig und fängt nicht an richtige männer sind ganz gemütlich und gechillt hör auf man stop that shit come on der meint das weil ich gesagt habe zu ihm als salat und salam ja deswegen bitte beleidigt ihn nicht bitte beleidigt ihn ich weiß er nimmt es ganz falsch dann empfehle es falsch ja ich schulde hoch ich gucke jetzt ob das funktioniert oder nicht auf jeden fall respekt hier ich will hier keiner machen das kann ich nicht gebrauchen das ist unglaublich unglaublich ich fange jetzt wieder von vorne an so bist du fertig mit den hahn der versteht das immer noch nicht gewünscht muss mit ausreden lassen du sagst es vom mann aber du machst während ich du mich runterschmeiß machst du wie ein kleines mädchen rede normal ich rede doch normal mit ihr lasst mich reden waren deine gäste mit liebe waren deine gäste mit liebe dann begrüßt uns doch die ganze zeit lustig gemacht ich erkenne das an deiner art ok er hat gerade selber ich will was sagen lass mich doch los ich bin doch nicht fertig mann du begrüßt mich doch gerade lasst uns doch gut reden ich habe gesagt gottes segen zugegeben dass man sich lustig gemacht hat doch gerade selber zugegeben dass er gesagt dass ich habe ihn gerade ich habe gesagt ich bin aber ich habe gesagt ich habe gesagt nicht kann ich sagen ich habe mir unrecht angetan dem sagt ich komme einfach nur so hoch und machen fangen so an was habe ich dir gerade in der menschlichen sagen weil die liebe sind schön sei ein mann du redest von männlichkeit sei ein mann macht das oder ich glaube keiner kann hier gerade was vom mann sagen wenn du nicht mal wirklich haben da bist du bock nicht nur noch der kann ich auch nicht kann ich auch so die alle schaffte stunden sind am alaikum war nicht schon stundig kurz wir wollen ihn nicht beleidigen weil er sieht das ganz anders deswegen stunde ich bitte kurz alles ist die man sollte ich das halt ich mache richtig so habe ich bin ein stundig gut erst bestimmt bitte ruhig ok liebe zu hat dies erstmal einen wunderschönen guten tag ich grüße dich erstmal was ist denn deine frage so ich habe keine frage ich habe nur eine sache die ich euch mitteilen möchte erst mal man soll den ganzen kompletten respekt weil ich dich schon lange lange und die zuschauer du machst auf und das ist meine meinung und du sagst jedoch seine meinung sagen hier meine meinung ist du bist kein respektvoller mann meine meinung meine meinung muss auch mit kritik umgehen können du sagst jeder darf seine meinung erzählen und lass mich reden du bist kein respektvoller mann und sagte das ins gesicht weil die ganze hat seine meinung geben hier wird mir respekt und die ganze zeit werde ich unten beleidigt und was die mir alle sagen ich bin ich fertig warte bist du bist du fertig nein noch nicht noch lange du sagst dass keiner hier beleidigt wird guck mal unten was sie die ganze zeit schreiben du meinst jetzt meinst jetzt richtig und derjenige gesagt hat die leute in dem chat tut mir eingefallen keine beleidigungen mehr weil er sieht das ganz anders deswegen so eine ist das eine ganz andere sache noch mal ich hab dich nicht verstehe mal eine schwester bleidig ist das dass man sagt man sieht das anders und dann natürlich natürlich ist es um eine gemäß dann wird die beleidigt was redest du da die schwester beleidigt unten wenn du keine arabisch ganz ließ und ich bin aber ich erkläre die was die unten schreiben dann sag ich mir doch ruhig doch gar keine machen bin ich auch hier neutral dazu sagt keiner soll beleidigen ließ mal die beiden klaren ist behalten ließ mal dies guck mal wie ich mit dir rede ich schrei gar nicht ich rede ganz normal ich schrei dich an aber dann predigen mich von hier irgendwas okay dann fahr erst mal runter fahr erst mal runter so hörst du mir zu ja ja okay warte gott okay oder ich werde doof ja nein nein alles gut sei ruhig ganz kurz oder ganz kurz ganz kurz so hast du kannst du jetzt reden oder ja wir warten jetzt erst mal bis er wieder kommt ja kleinen moment weil manche kriegen das immer in den falschen als und verstehen das falsch deswegen ich ich regel das schon alles gut da soll das nur nicht hier falsch verstehen alles gut wie gesagt ein richtiger mann bleibt cool bleibt locker alles gut wir reden soll alles ja nichts schlimmes dabei so komme ich ja mein lieber mein lieber ich möchte jetzt erst mal dass du unterkommst alles gut komm jetzt erst mal runter aber wenn man bleiben hier den namen nennen wir den namen werden eine stadt für diese hampelmänner nicht ich merke mir diese aber er hat recht er hat recht hat wirklich jemand geschrieben haben auf arabisch als mit deutscher schrift gesagt okay warum machst du jetzt den mund auf panischer warum machst du es erst nachdem er jemand aufdeckt ich werde auch beleidigt ich sagt nichts ich rede kurz ich möchte den ja auch mit dem beruhigen mit kritik umgeben oder ich möchte ihn beruhigen ich bin unten du brauchst mich nicht beruhigen lassen zur sache kommen ich bin unten adis dazu ich rede gerade mit dir oder richtig oder falsch richtig du brauchst mich nicht beleidigt ich bin habe ich dir gesagt ich habe dir gesagt habe ich dich gerade beleidigt niemand hat gesagt dass du mich bleib ich habe gesagt du mal so der tor aber soll man denn lasst uns doch reden richtig aber unten das hast du kommentar bereit gemacht ist sehr groß gemacht hast du hast gesagt und darum zu jetzt zur sache zu kommen du hast gesagt dass du den islam annimmst wenn ich dir aufzeige laut deiner bibel dass du frauen kriegst im paradies schlimmst du sagst die ganze zeit mehrmals dass du nie in deinem stream gelogen hast das heißt wenn das so sein sollte dass ich die jetzt aufzeige dass in deiner bibel du frauen kriegst nimmst du den islam an von uns alle jetzt okay du hast die bibel nehmen dir also du willst mir sagen in der bibel steht drin dass wir im himmelreich viele frauen kriegen können richtig hast du die bibel nehmen wir beantworten wir haben 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 okay okay go ahead 19 29 und bitte von uns alle laut lesen die markus markus 19 klein moment immer mit der ruhe gibt es ja nicht gibt es gar nicht gibt es nicht nicht gibt es nicht markus markus endet ab 16 man gibt es nicht warte warte wir haben es gleich oder 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 marcus eins von beiden ja warte warte doch alles mit der ruhe so markus 1033 ok klein moment es gibt es nicht jungs es gibt kein matthäus aber es gibt es gar nicht mehr weiter reden gibt es nicht in diesem vers gibt es nicht markus 19 und es gibt es kein mark matthäus 19 33 ab 30 endet matthäus 19 und also ab nach 16 ok liebe zwar dies also ich hab's gerade offen markus endet bei 16 tut mir leid ich meine matthäus das war matthäus 19 29 matthäus 19 29 ok ok eins am anderen ich muss ich muss selber gucken ok ok 99 91 alles klar ok 99 1 jetzt muss man hier erst mal blätter blättern so matthäus 19 29 29 ok so ich muss das jetzt erstmal hierhin platzieren so bitteschön ok also und jeder der häuser oder brüder oder schwester oder vater oder mutter oder frau oder kinder oder äcker fällt verlassen hat um meines namens willen der wird es hundertfältig empfangen und das ewige leben empfangen und das ewige leben erheben so wo steht hier was von vorne ok was ist das ewige leben paradies das paradies ok das heißt wenn du für deinen herrn willen in diesseits äcker frau mutter vater bruder schweller lassen du kriegst das unter 100 hier steht es doch drauf kriegst du das was du verlassen hast hundertfach du kriegst es hundertfach zurück was kriegst hundertfach zurück das ewige leben und das was du verlassen hast du kriegst das ewige leben und das was du verlassen hast 100 von Liebe zu all dies ich lese es dir noch mal vor damit du es verstehst und jeder der häuser hört zu hört zu und jeder der häuser oder brüder oder schwester oder vater oder mutter oder frau oder kinder oder äcker verlassen hat um mein namen um gottes namen ok wird es hundertfältig empfangen das heißt wenn du es verlassen tust ok hier steht und jeder der häuser oder brüder oder schwester oder vater oder mutter oder frau oder kind oder äcker verlassen hat um meines namens ok aber du ich weiß nicht worauf du hinaus möchtest weil wir stehen ja nicht moment ich kann es dir erklären so ganz kurz ganz kurz darf ich ganz kurz eine lacht ist gut reden ich rede doch mit der aber danach lass mich mal reden ja alles gut guck jetzt noch mal für dich damit du stehst nicht noch mal lass mich behandelt ein gast gut lass mich reden derjenige der äcker frau bruder mutter vater verlässt um gottes willen von dir aus von deiner seite um jesus sein willen richtig wer kriegt das hundertfach zurück und das ewige leben dann darf ich darf ich reden flexer bitte du hast dir gerade selber den knockout gegeben warte warte ich bin ich fertig warte das heißt das was du verlässt kriegst du umso mehr hundertfach zurück im ewigen leben stimmt oder stimmt nicht das ist ja so hör doch hör doch hör doch hör doch hör doch bitte den islam an lass mich das mal jetzt erklären so du hast dir das selbst zugegeben dass du hundertmal bruder kriegst zurück du kriegst hundertmal mutter ja mein mein bruder mein bruder wird shadow clown warte mal ganz kurz jetzt nein sei ruhig sei ruhig mein bruder ja ne gott macht so naruto shadow clown youtube meiner mutter macht der shadow clown youtube ganz kurz kann nein lass mich schreien ich sage dann geh runter dann geh und da geht la ja la max salama geh raus dann sage ich das jetzt erklären eine rede recht hier so du bestätigst uns warte du bestätigst uns dass dieser verset ist mein rede recht nein ich will meine gerade dein gesicht runter ist uns egal das klären hier warte doch richtig deswegen du und ich haben geredet mich panisch ab an ist das stundig aber ich will den warte waren sie und warte doch leute das wird so nicht funktionieren das wird so bei allah bei allah du weißt ganz genau dass es so heißt naja islam an du zeigst du lügst weil du sagst ja genau du sagst hier wird nicht gelogen das ist schon der größte fehler mit dem was du gerade anfängst wenn du das hier verlässt alles was du hier hast und du zum herrn gehst kriegst es hundertfältig zurück damit ist nicht gemeinten bitte bitte ganz kurz ganz kurz ganz kurz nein bitte mal kurz runter lasst mich jetzt hat er erklären kann ich habe ich zu viel ich habe ich gehe runter und ich sage jeden perfekt gesagt das bezieht sich auf eine neue gemeinde warte kurz das steht da nicht stopp stopp lass mich mal jetzt reden oder macht immer runter digga ganz kurz digga guck mal du sagst du sagst dass matthäus 19 29 nein dann lasst mich ausreden ich habe mein rederecht jetzt gerade ich habe den redeball ich sitze gerade auf dem redeball und ich rede jetzt ja ne isma ja wenn jesus sagt matthäus 29 dann lass mal reden lass mal panischer reden guck mal panischer nein 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 ich habe es ist doch geredet wir beide haben geredet entweder entweder machen runter oder fertig sei ein mann du hast gesagt mann dann trau dich doch mit mir auf eine theologische die ebene mit rationalen antworten zu diskutieren ich habe angst 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 richtig kinder liebe zu hat dies was ich meine reden ich bin so respektvoll zu mir guck mal was sie mit mir lass mich doch mit mir reden du gibst mir ein rederecht nicht was das oben kurz reden kurz reden bitte bitteschön so guck mal das ding ist wenn er jetzt sagt wenn er jetzt sagt dass dieser vers gefälscht ist dann wallahi billahi du bist der größte heuchler du bist der größte heuchler das ist aber heuchlerisch wenn ich dir das jetzt gleich erkläre du blamierst du blamierst dich wenn du gleich wenn du gleich sagst es ist verfälscht denn ein fest davor wenn wir uns das angucken jesus aber sprach zu ihnen wahrlich wahrlich ich sage euch ihr die mit ihren nachfolger seid werdet werdet der wiedergeburt wenn der sohn des menschen auf dem thron seiner herrlichkeit sitzen wird auf den zwölf stämmen sitzen und die zwölf stämme israel richten so und jetzt danach und jeder der haus oder bruder oder schwester oder vater oder mutter oder frau oder kinder oder acker verlässt hat um meinem namen willen der wird es hundertfältig empfangen und darin ich habe noch nicht so eine geklärt nach der überlieferung von dem heiligen theodäus bedeutet dass ein hundertfaches bedeutet dass auf den bezug in die zukunft im himmel vergleichen wird besser mag sei als im zeitalter ein hundertfaches erhalten wird meint er mit spiert spirituelle freude spricht er redet über mehr freude wirst du bekommen die wetten gut gehen das ist damit gemeint nicht das naruto nicht dass dort auf einmal naruto wird shadow clown jutsu ja nie in dem tausend mit aber was er nimmst du dir das spirituelle freude geht es hier gerade um das hat mein kopf gefickt deine herzen was war das gerade für eine leute warum warum streitet ihr hier eigentlich war er soll sich stumm jetzt bin ich dran sei ein mann flex ja aber zieh dir nie wieder etwas aus dem kontext du hast gesagt das stimmt also das was davor steht auch oder er hat dir das schon erklärt liebe zu das ist reden warum flüchtest du bei allah du bist auf screen recording du flüchtest gerade ja okay wir haben auch nicht reden jetzt kann ich reden da kann ich nicht reden rede kämmel habib okay dann stumm dich so da heißt es im matthäus kapitel 19 vers 29 heißt derjenige jetzt frage ich dich flex was ist das ewige leben weil deine liebe und den respekt antworte oder du gibst mir du bist reingekommen deine liebe und deine respekt und gibt mir die antwort was ist das ewige leben das ewige leben ist wenn wir zum herrn gehen und für immer und ewig mit ihm also wenn du für deinen namens wenn du für den gottes willen hör zu ich bin so geduldig gerade mit dir wenn du für dein gottes will du bist ein kind ich sagte in dein gesicht du bist ein kind hast du gehört du lässt mich reden du sagst schon alleine schon alleine dass er mich als kind bezeichnet er merkt selber nicht er merkt selber nicht dass er sich selber runter zieht er schreit und sagt ich bin ein kind so ich habe ihn noch mal gesagt hier ich habe das jetzt für euch übersetzt da steht über die stelle freude spricht weit über die irdischen dinge hinausgehen wird also habibi du hast gerade gesagt das haben wir gerade aus deinem munde gehört weil sonst würdest du weil wenn du jetzt sagt das ist ein gefälschter vers dann du bist ein lügner du bist ein heuchler und ich erkläre dich zum heuchler denn ein vers steht davor dass der sohn des menschen in seiner herrlichkeit zurückkommen wird also ist das jetzt auch richtig guck mal jetzt jetzt schreiben die alle flüchtet der kerle beleidigt ich bin respektvoll zu dem die sagen ich nein 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 nicht beleidigen nicht beleidigen nicht beleidigen nicht beleidigen ja ist man auch schon haben die diese vers gebracht wird da ja ich finde lustig ich finde ich muss was gut lasst mich kurz mal lasst mich kurz mal was sagen lasst mich kurz reden alle beide bitte ganz kurz ganz kurz was der real und banischer stummt euch bitte ganz kurz aus respekt bitte immer bruder ja 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 stumm stummt wir dürfen nicht beleidigen was der real zu tun mal du mal bitte dich kurz stummeln ganz kurz ganz kurz leute der grund warum ich den jetzt runtergezogen habe beleidigungen gehören hier nicht rein ihr habt es selber gesehen ich bin die ganze zeit respektvoll mit ihm geblieben ich habe ihn kein einziges mal beleidigt wer kommt damit du bist ein kind du bist ein kind du bist ein kind ich habe ihn aber sprechen lassen weder noch habe ich was gesagt habe nur gesagt hey der panischer hat es gerade eben erklärt so und weiterhin hat ist es flex du bist du bist ein bis aber dieser vers erklärt doch schon alles ich bin echt enttäuscht also man hätte man hätte ganz normal reden können und aber hier zu kommen mit leute guck mal ich lese euch diesmal vor ok jeder der die deutsche sprache versteht bitte gibt mir eine bestätigung ob ich jetzt wirklich was falsches gesagt habe oder nicht so und jeder der häuser oder brüder oder schwestern oder vater oder mutter oder frau oder kinder hier sind auch kinder dabei oder ecker Einmal hundertmal mein sohn vor mir Genau weiß was ich mein so verlassen hat um meines namens willen der wird es 100 100 fältig empfangen und das ewige leben erben Leute habt ihr verstanden was ich da gerade gelesen Natürlich diesen blöp hat doch schon gestern genauso ein satan ist versucht Alleine dass er mich so bezeichnet zeigt dass er das kind ist und nicht ich weil ich war ruhig ich habe gesagt okay komm dann tragst du dich so auch richtig natürlich wenn ihr mit dem finger so finger hoch machen finger in gesicht und dann so 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 auf einmal wird er persönlich Er ist so aufgewühlt und ich habe gesagt bruder beruhig dich doch erstmal okay seine schwester wurde hier drin beleidigt wer auch immer das war das gehört sich echt an der schande das ist traurig an der schande Er soll seinen namen ändern und leugne den hadith Stereo warte wer auch immer in diesem chat seine mutter beleidigt hat ganz ehrlich schande das geht nicht Was ehrlich sagt heuchler weil guck mal nach definition ist er ein heuchler weil wenn er sagt wenn er sagen würde dass dieser vers doch verfälscht ist denn wenn 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 wir ein vers da vor uns angucken geht es erstens um richten zweitens b dass der sohn in seiner herrlichkeit wieder zurückkommen wird drittens b Lass uns mal über die herrlichkeit reden Ich lese es vor Dingsbumster bedeutet die Sprituell Ich kann dieses wort Sprituell Ich lese es mal vor Freude mehr erwerben Ja ich lese es mal vor Jesus aber sprach zu ihnen Wahrlich ich sage euch Ihr Also wer hat geschrieben hat Okay sehr schön Sehr schön Sehr schön Oder aber das Ding des Chattes bei mir aus Lass mich nur kurz lesen Lass mich nur kurz lesen Bruder du kannst gleich losschießen Wie du willst jesus aber sprach zu ihnen Wahrlich ich sage euch ihr die ihr mir nach Gefolgt seid werdet in der wiedergebot wenn der sohn des menschen auf dem thron seiner herrlichkeit sitzen wird Auch auf zwölf thronen sitzen und die zwölf stämme israels richten Alleluja Chat anmachen leute und alle die christen sind am enthalten Amen Amen Ich will die christen hier haben das ist schon alles mehr als erklärt warum müssen wir hier rum philosophieren TC Chattern Alle bitte einmal Amen Unsere christlichen Verlusten Alle Amen Alle Amen 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 Flexa Bruder du musst mir ein Gefallen tun Nur Bruder du darfst du du darfst diese diese du darfst diese Lücke nicht reden lassen weil die versuchen das dann aufzunehmen Den Part den Part des den zusammenpasst weiß ich meine den schneiden die dann zusammen und stellen das dann online das Video so nach dem Motto als hätte der irgendwas hier widerlegt Er hat dir nichts widerlegt Er hat dir nichts widerlegt Hat er nicht kann er auch nicht kann er auch nicht aber die versuchen zu manipulieren Bruder die schneiden dann die Videos so zurecht wie das den passt so dass nach dem Motto aussieht als hätten wir hier irgendjemanden genutzt diese Blender Was mich halt was mich halt echt stört ist dass er nicht mal ruhig bleiben kann ok bei allen namen seine schwester wurde hier beleidigt wer auch immer das war ich sag's nochmal das geht es gehört sich echt nicht mal ganz ehrlich Aber hier hochkommen und uns zu beleidigen oder uns und ja du bist dein gehst du bist das leute Erkläre mit hadith aber leute ist euch aufgefallen wie gechillt ich war trotz dass er auf diesem modus war normalerweise müsste ich ganz anders reagieren Ich habe ihn trotzdem hier drinnen gelassen ich habe ihn aus respekt trotzdem hier drinnen gelassen habe ihn sprechen lassen und trotzdem am ende wird er trotzdem beleidigt Wo bleiben eigentlich die ganzen imame wo bleiben eigentlich die ganzen imame die mit uns so reden wollten und so weiter und so fort Oh man das ist so traurig das ist so traurig egal wir holen jetzt mal Gudi hoch und dann holen wir mal die Geschwister und Brüder mal langsam hoch Gudi hat schon lange eine Anfrage geschickt Gottes Segen Habibi Gudi Gottes Segen Ahlan Abi Ahlan Abi Gudi Ganz gut Ich hole mal Toni Manfredo Leute ich versuche es euch allen recht zu machen deswegen immer mit Geduld ich muss immer eins nach dem anderen hochholen weil das ist schon schwierig flex ich wollte DOR dass zusammen oder erst mal nochmal ich grüße ich grüße euch allen Bitter ja alles gut als du diese hoffnung hast ja diese gedanken hast dass du mit diesen leuten so wie liebe zum hdys so eine wie handy du hast ja gestern der heute morgen besser gesagt mit dem moment und so gesehen dass du zwei vernünftige wörter mit dem regen kann ohne dass die lügen verdrehen ja und am ende auch sogar beleidigen weißt du wie oft diese liebe hat ist mich beleidigt hat ich habe es gemerkt er ist nicht der ist nicht geschehen oder das ist ein ganzes reden wir haben kein benehmen man ja ich habe es gemerkt um er war jetzt live seine leute haben aufgenommen die schneiden daher so wie es den passt und posten die ja die haben nicht wieder legt oder du hast auch die hausse haben leute lasst mich eine sache sagen auch an die ganze community die hier oben ist bei mir guck mal leute wenn einer redet ist wichtig wir lassen ihn ausreden leute wenn wir hier durcheinander wenn einer angefangen hat zu reden lasst ihn ausreden und dann kann der nächste okay jetzt lassen wir mal kurz was sagen und dann eins nach dem anderen immer mit respekt der real kannst du was sagen ich zeige ihnen sogar auch noch die überlieferung von unserem heiligen theodor und er sagt richtig versucht zu wenden aber wie wir wissen war gott der erste der eine ehe beschlossen hat mit adam und eva und auch gott sagt ein bruder hat dieses hier gerade reingeschrieben denn in der auferstellung heiraten sie nicht noch werden sie verheiratet sondern sie werden wie die engel im himmel also es gibt es keine heiraten mehr die letzte ehe noch ein guter beispiel die die erde hier wo was wir hier haben das ist gar nicht im vergleich zum himmel und das damit gemeint ganz ganz einfach das was wir hier haben das ist wie ein dimensional das was uns gott gibt das ist das ist empirisch das ist unbeschreiblich das wir uns gott also jesus sagen dass das das was er uns gibt ist unbeschreiblich das kann man nicht vergleichen das ist damit gemeint und nicht was er sein teuflischer verstand weil deren verstand ist verteufelt oder ihre herzen ist verdorben und so lesen sie auch die bibel was sagt hat die herzen verdorben und was es ist wenn deine scheibe schmutzig ist dann siehst du von außen schmutzig du denkst die leute sind schmutzig aber es ist die scheibe wie er guckt seine sicht ist schmutzig und mit dieser sicht was er hat damit tut er die bibel kritisiert ganz kurz ganz kurz ich lese es noch mal vor und bitte jeder der hier oben ist mit mir wenn es wirklich darum geht dass wir das hundertfache an frauen kriegen dann bitte sagt es mir ich konvertiere sofort zum islam ich habe hier was anderes verstanden moment und ich bin noch nicht fertig ich lese es vor 28 und 29 und ihr sagt mir was ihr verstanden habt ob wir ob wir alle einer meinung sind ok weil ich habe es verstanden ok jetzt bin ich mal gespannt ob ihr es verstanden hat also jesus aber sprach zu ihnen wahrlich ich sage euch ihr die ihr mit ihr die ihr mir nachgefolgt zeit werde in der wiedergeburt wenn der sohn des menschen auf dem thron seiner herrlichkeit sitzen wird auch auf zwölf thronen sitzen und die zwölf stämme israels richten und jeder der häuser oder brüder oder schwestern oder vater oder mutter oder frau oder kinder oder ecker verlassen hat um meines namens willen da wird es hundertfältig empfangen und das ewige leben haben dankeschön amen das ist ganz einfach zu verstehen wer hat das gleiche verstanden wie ich hier geht es nicht um huris hier geht es nicht um frauen zu haben was ist daran schwer zu verstehen mit den ganzen panisch aus der toni oji guti wer hat das gleiche verstanden ist ein ganz sauberer reiner vers ohne ohne schmutzige gedanken ohne in das interpretieren ist ganz gesunder vers gesunder ablauf war es zu verstehen noch viel wichtiger jesus christus als gesagt das war der heilige weiter fragen gab ein paar leute welche heilige die bibel ist klar und deutschlich wir reden hier nicht den hyroglyphen die bibel ist klar und deutschlich bruder wir brauchen keine wir brauchen auch keine hadith die selber nicht wissen auf welches vertrauen mann vielleicht darf ich erklären was ich verstanden habe natürlich natürlich mein bruder du kannst du weißt du bist ja ich bin kein christ aber ich habe das so verstanden weil ich habe schon mal diesen fest mit jemanden glaube ich zusammen gelesen ja aber war das ich weiß nicht mehr oder haut ich weiß nicht mehr auf jeden fall und jetzt beispiel ich bin andersgläubiger ja und werde zum christ und verliere dadurch meine familie das alles was ich besitze und so da ich das glauben an henius jesus angenommen habe ein moslem christ wird und seine familie in sport hat besser dafür spricht ihnen dann der herr jesus dass er das hundertfache wieder zurück also dass er das hundertfache zurück bekommen das heißt kann auch eine neue gemeinde sein unter den christlichen das ist so danke er hat es verstanden gemeinde gemeinde er weniger also es geht wirklich gerade einfach nur um die spirituell spirituelle freude das ist so einfach zu verstehen da muss man nicht so viel man hat geschwister man hat man hat engel man hat geschwister man hat gott man hat man hat den himmelreich weil was immer noch man 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 und dann wird so herum philosophiert es war so deutlich da muss man nicht um philosophieren wenn du sie fragst packen sie 1000 hat ist heraus weil der sagt so über ich hatte so gemeint das ist unglaublich also wirklich also das ist ja nicht böse gemeint aber das ist vielleicht sagen schon eben angefangen hatte mit diese 100 frauen ich wusste schon ganz genau dass er mir diese gleichen stelle ankommen mit der schon gestern der der gestern schon ein monatik an kam und wollte ich schon damit ankommen war das gleiche dann wurde der widerlegt und dann ist er auch wieder dann ist auch wieder brüllen gegangen genauso wie der deswegen diesen leugnet den hadith bruder den darfst du nicht reinlassen der nächste der nächste leon 12 vorne für wen das ist für die für die ältesten im himmelreich also ich bin ehrlich ich bin ganz ehrlich ich lass keinen voll sportlichen vollidioten hier hoch nicht mehr das mache ich nicht mehr ganz ehrlich also das ist ja schrecklich man weil das ding ist das ding ist nicht wie ich dir sage bruder die schneiden dann später die videos so zusammen so die malen sich das so zurecht deren deren märchenbücher die malen die so zurecht wurde dass sie nachher ihre eigenen dass ihre eigene glaubensbrüder dann blenden nach dem motto komme ich habe den wieder legt guck mal islam wird siegen alle fangen dann wieder an oder deswegen du darfst du gar nicht zulassen gar nicht so wort kommen dann sowas direkt runter in den keller bei 50 shades oder direkt auf die frauen schuhe das ist der satanische glaube oder die dürfen täuschen und lügen und alles verdrehen sowie die wollen die wissen dass ich war so respektvoll ich habe gesagt wenn jemand deine schwester hier beleidigt hat das geht gar nicht das ist eine schande das gibt echt nicht und dann kommt er mit das ist so traurig mann also du bist trotzdem respektvoll bis zum geht nicht mehr und dann sowas das ist du siehst doch schon an oder deshalb menschheit nase bruder solche leute dass er gar nicht durch zu wort kommen lassen man das sind wir sind geborene lügner bruder geborene lügner und die werden ihre müde die werden ihre lüge verfallen und die werden noch ihre ihre ganze familie und ihren ganzen nachwuchs noch genauso in den steht dann seine hände geben das ist ja das traurige bruder schade 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 ich finde es sehr sehr schade naja naja ich schon mal aber nicht die tue aber nicht die tue aber nicht jeden aber die zu hohen ist auch hier in der sache sind das ist ein bisschen mitbekommen mit dem wie hat wie heißt da hat Die heißt Leugner den Fadis. Gott segne unseren... Gott segne unseren... Leugner den Fadis. Ja, Gott segne unseren... Oder Liebe zu hasieren. Gott segne unseren lieber Panischer. Seht ihr diesen 19-Umbi, also diesen 19-Umbi-96, lieber 19-Umbi-96? Ich weiß, ich weiß wirklich nichts gegen Protestanten oder Freikirchler. Ich weiß nicht, ich hab was gegen die Orthodoxie. Aber jeder Einzelne da unten, jeder Evangelist oder was auch immer, komm hoch runter, unterhalte dich mit mir und sag in meinem Gesicht, ich bin ein Götzendiener. Und ich zeige dir dann mal, wer nach deiner Definition auch ein Götzendiener sein müsste. Gott segne dich, Panischer. Ich bin so stolz auf dich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich würde sagen, der Panischer reicht allein für die ganzen Schäfs und Imame hier in den ganzen muslimischen Ländern. Gott segne dich. Das Ding ist... Danke schön, Adam. Lass mich dir etwas sagen, mein lieber Herr Flexer. Schau mal her, du bist nicht so bewandert in der Schrift. Das ist ja auch... Das muss ja auch nicht sein. Lass dich nicht auf solche Spielchen ein. Lass immer einen Bruder hoch. Lass immer einen Bruder hoch, der sich damit gut auskennt. Und die sollen ja nicht dich in eine Ecke drängen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Pass auf, weil es geht um die Wahrheit. Es geht nicht darum, dass man einen, sagen wir mal, in die Ecke drängt und dann den verarschen kann. Verstehst du? Nein, nein, es geht um die Wahrheit. Du musst dir klipp und klar sagen, es gibt Sachen, wo ich nicht weiß. Deswegen holen wir jemanden hinzu und fertig. Und die können es ja auch machen. Die sollen ja auch einen Bruder von denen hinzuziehen. Weißt du? Aber das Ding ist, es gibt eigentlich nichts zu lügen, weil das, was hier drin steht, ist die Wahrheit. Und wenn die Person es verdreht, können wir es gerne noch mal lesen und wir verstehen genau das, was wir aus den Schriften lesen. Und deswegen, man kann mich eigentlich da nicht verarschen. Also entweder man ist ehrlich, dann passt das. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der Radies wollte unbedingt dich in die Ecke drängen und wollte nicht, dass der Bannischer mitredet. Und der hat ganz genau gewusst, dass er widerlegt wird. Deswegen hat er auch darauf beharrt. Das sind Täuscher, das sind Verdreher. Die haben nichts mit der Wahrheit zu tun. 0,0. Die wollen nur täuschen, nur hetzen, nur verdrehen und nur leugnen. Und solche Leute, die wo, egal, pass auf, lieber Flex, egal wer hochkommen sollte, auch ein Christ, wenn, sogar wenn ich es sein sollte, wenn ich verdrehen sollte, und du siehst das, dann schmeiß mich raus. Und genauso bei den Moslems. Wenn du siehst, einer lügt mutwillig, bewusst, dann schmeiß ihn sofort raus. Du brauchst gar nicht einmal mit ihm zu diskutieren. Und dann soll er dich ein bisschen anhören. Dann soll er dich ein bisschen anhören und sagen, pass auf, wenn du noch einmal lügst, bewusst, dann schmeiß ich die raus. Aber Aram, Bruder, sie machen extra Titelkurs, weil sie wissen, sie kriegen die Antwort und sie wollen ablenken von der Antwort. Sie laufen, sie stellen ihre Müll, sie stellen ihre dummen Fragen und dann, wenn die Antwort kommt, hauen sie ab. Oder sie machen so, äh, 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 so wie, was, so komisch. Richtig. Die nehmen sich einfach so behindert. Richtig. Und falls, falls die lieben Muslime wirklich die Wahrheit suchen, dann sollen sie kommen, wie ganz normale Menschen diskutieren, langsam sprechen, ausreden lassen. Warte mal, ich hab irgendwas gelesen mit, äh, Lashes wurde gesperrt. Lashes ist nicht gesperrt, Lashes ist doch hier, der Bruder. Wer wurde gesperrt? Lashes ist da, Flex hat unsere, ja doch, doch, Lashes ist da. Flex ist da. Er wurde von den Kommentaren gesperrt, Bruder. Weißt du, er ist da erst dann. Flex, guck mal, Flex, mein Lieber. Wir gestern bei, äh, oder heute Morgen bei, äh, bei Geist, ja? Nee. Im Live. Guck mal, du musst dir so vorstellen, wenn jetzt jemanden dein Live hochkommt, Ja. Du hast eine, das ist dein Live, ja? Da ist dein Gast, du bist höflich zu ihm natürlich, du stellst deine Fragen, solange er nicht auf deine Fragen antwortet, ja? Lass ihn nicht fragen. Ja. Lass ihn nicht fragen. Das Ding ist, guck mal, das Ding ist, ich bin ganz ehrlich, guck mal, ich bin, ich bin sehr respektvoll, ich bin sehr, sehr respektvoll und ihr habt ihr gemerkt, obwohl er so aufbrausend war und angepisst war, rumgeschrien, ihr habt gemerkt, ich war trotzdem ganz locker, habt ihr das gemerkt? Ich muss ehrlich sagen, ich kriege schon als Außenstehender, Bruder, kriege schon Aggressionen. Ich frage uns, wie du das machst, Bruder, ich kriege als Außenstehender, kriege ich Aggressionen, Bruder. Ich frage uns, wie du das machst. Ich habe gemerkt, ich erzähle euch was, ganz kurz Leute, ganz kurz, ihr habt ja gemerkt, in der Ruhe liegt die Kraft, ja, ein richtiger Mann, der fängt nicht gleich an, wenn er reinkommt, zu schreien, anzugeben, sondern du bleibst ganz, ganz gemütlich. Das ist ganz wichtig, auch an meine ganzen christliche Community Leute, wir wollen nicht so werden wie die, wir entspannen uns, wir hören zu, wenn die hier reinkommen, brüllen, schreien, lasst sie machen, denn in der Ruhe liegt die Kraft. Nur die, nur die dummen schreien, nur die dummen schreien. Brauch, merkt euch das, merkt euch das sehr, sehr gut Leute. Nur du, 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 übertreib nicht mein Lieber, manchmal schreie ich auch, hör auf jetzt. Ja, ja, aber, aber du bist, du hast dann irgendwo schon deine Grenze, das ist ja was anderes wieder. Ja, TikTok sportlich, tut mir leid für das Beleidigen gerade, aber ihr wisst ganz genau, in der Ruhe liegt die Kraft. Leute, die gleich reinkommen, rumschreien, ohne Kopf überhaupt, sagen wir mal, zu begrüßen und rumschreien. Leute, eins sollt ihr merken, das sind ungebildete Menschen. Merkt euch das sehr gut. Bruder, das ist eine Hyäne. Hast du gesagt, ein Löwe ist Macht, weißt du, ein Löwe strahlt die Majestät, Bruder. Danke. Und dann kommen diese Hyänen, und ich mach, äh, äh, was, du hast so wie ein Hyänen schreien, so ekelhaft. Also, so hinterlistig. Ja, guck doch mal bitte, die Natur spricht für dich, guck mal, diese Dokus, wie Hyänen, Löwen eingreifen, immer so hinterlistig. Und im Grunde, niemals alleine. Deswegen, deswegen Leute, wir lassen uns nicht, wir lassen uns nicht, äh, so fertig machen, sondern wir bleiben ganz gemütlich, lasst sie bellen, das ist immer gut, die sind immer weiter bellen lassen, aber wir bleiben ganz normal, ganz entspannt, und reden normal. Wir dürfen nicht bellen. So, sollte die Person bellen, schreien, sonstiges was, einfach rausschmeißen, und fertig. Die Sache hat sich dann erledigt, weil, ich habe gemerkt, ich glaube, ich bin zu nett, ne, ich bin viel zu nett, ich merke das auch, auch die Community sagt zu mir selber, ja, klar, wie hältst du das aus? Deswegen tanzen die auf deiner Nase rum, Bruder, deswegen tanzen die auf deiner Nase rum, siehst du ja, ich lasse das nicht machen, Bruder, deswegen sind die auch direkt still. Ja, 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 habe ich schon gemerkt, aber wie gesagt, ich sage immer, ein richtiger Mann verhält sich ruhig, und wie gesagt, und hört zu. Und das ist ja das, was ich mache, hat er erst hochgekommen, ich habe ihn begrüßt, trotzdem wollte er es nicht wirklich annehmen, hat angefangen, wow, und mir gedacht, oh Gott, jetzt fängt das schon wieder an, aber ja, ihr wisst ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was ein Tag, ey, das fängt ja schon mal gut an, oder? Katastrophe. War das jetzt der erste Gast bei dir, oder was? Was? War das jetzt der erste Gast bei dir, von den Muslimen? Ich habe dich nicht verstanden, weil Toni dazwischen geredet hat, nochmal? Ist das der erste Muslimische Gast heute bei dir gewesen, oder nicht? Ich glaube, der zweite sogar, der zweite. Flexer, was ich noch sagen wollte, ihr habt das, glaube ich, gar nicht gemerkt, ne? Wo der, wo der Panischer hier, unser Bruder gesagt hatte, der hat meinen Kopf gefickt, allein da wollte der schon wieder anfangen zu blenden, ihr habt das gar nicht verstanden, der wollte nach dem Motto tun, hat er mich jetzt gerade beleidigt, wie redest du nach dem Motto mit mir, wollt ihr auf diese Tour ankommen? Habt ihr das nicht gemerkt? Kann sein, ja, ich hab's, ich hab's wieder vergessen, aber, ja. Aber lass uns mal, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ihr wollt auf einmal auf diese Tour, auf einmal Angst machen, so einschüchternmäßig. Lass uns mal, lass uns mal Dr. Sheik kurz begrüßen. Dr. Sheik, was können wir für dich tun? Dr. Sheik, Bruder, ich bin sehr wohl voll, weil dir auch schon das Wienste drin war mit Duis World. Ich musste bloß eine Woche warten, bis ich meinen Namen ändern konnte, weil ich hab ja den Account von Hardware bekommen. Jetzt bin ich von Dr. Sheik auf Professor Dr. Sheik hochgegangen. Gottes Segen an alle meine Brüder, alle die uns da sind. Ja. Rügen an alle friedlichen Leute, kein No Peace for Evil Doers. Guck mal, weil, wo ihr schon bei dem Thema seid, ich hab auch mit diesem Sache ein Thema und ich würde wirklich jedem christlichen Bruder empfehlen, wirklich nicht bei denen in die Lives zu gehen, weil es wird immer eine hinterlistige Nummer bleiben und ich bin einmal drauf reingefallen, ich bin zweimal drauf gefallen und ich bin so ein Mensch, einmal okay, zweimal okay, beim dritten Mal rede ich nicht mehr. Das erste Mal, was passiert ist, ich hab Hamdi gezeigt, dass ein Prophet die ganze Zeit besoffen ist. Er hat die ganze Zeit 15 Minuten rumgeschrieben wie ein Gorilla. Ist rausgegangen, eine Woche später wiedergekommen und hat dann zugegeben, dass der Hadith stimmt auf einmal. Zweite Mal, das war jetzt vor einer Woche, er kommt wieder rein, er macht wieder Tanz, er sagt, ich mach jetzt, ich werde dich begraben, kommst du in meinen Stream, ich werde dich jetzt sofort begraben. Immer das Gleiche, immer das Gleiche. Immer dieselbe Tue, ich werde dich begraben, kommst du jetzt in meinen Stream, okay gut, alles klar, du hast gesagt wie ein Mann, ich nehme dich bei Wort, du bist über 40 Jahre alt, ich nehme dich bei Wort, als ich sein Mann. Ich gehe in den Stream rein, Bruder, er ist drin in dem Stream, ich join den Stream, der Stream ist immer an, ich gehe in den Stream rein, auf einmal, Abdul has joined, Abdul Madik has joined, auf einmal war ich 8 gegen 1 oder 6 gegen 1. Auf einmal konnte ich kein Wort mehr sprechen, jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ey, lass mich mal, ich hab hier eine Sache mit Hand am Start, ey, bitte haltet euch raus. Das waren 300 Zuschauer, Bro. Wir haben von mir zwei Accounts sperren, löschen. Wir haben das hingekriegt mit 300 Leuten, wahrscheinlich haben mich 300 oder 200 gemeldet, dass ich zwei Accounts verloren habe. Ich hab zwei Accounts verloren. Das ist immer eine Sache, eine Sache habe ich gemerkt, also ich hab mal mit einem zweiten Account, hab ich mal ein bisschen rumspioniert bei denen, ich hab einen anderen Account und damit hab ich ein bisschen rumspioniert und ich muss ganz, ich muss ganz ehrlich sein, also es gibt sogar gewisse Sachen, die ich kann, ohne, ohne wirklich, aber darüber möchte ich nicht reden, aber es gibt gewisse Sachen, die kann ich und wirklich, ich muss ganz ehrlich sein, was für abscheuliche Dinge ich schon gesehen habe und Beleidigungen, die ich mitbekommen habe, über Christen und über, wow! Das ist Standard, das ist Standard, Bruder, das ist Standard. Du bist einfach noch Jungfrau hier auf TikTok, Bruder, deswegen, aber wir sind schon alle in Jungfrau, Bruder, deswegen geht das dann nicht. Aber hier, Professor Dr. Schäf, Bruder. Schau mal, warte, diese Geschichte war noch nicht zu Ende, weil gleich ist ja auch zu Ende die Geschichte. Ich hab dann mit ihm debattiert, ich hab gesagt, Hamdi, pass auf, du wolltest von mir einen Beweis, dass dein Prophet homosexuelle Handlungen vollzogen hat. Ich hab das auf dem Handy, wo ich gerade mit dir rede, was hab ich gemacht? Ich hab extra ein anderes Handy geholt, damit ich auf diesem Handy, wo ich dann gerade streamen, das abfilmen kann. Ich hab das gemacht, ich bin hochgegangen, ich hab gesagt, so, jetzt mach mich groß, ich filme das ab. Die haben mich nicht groß gemacht, haben mich dafür gesorgt, dass der Account gesperrt ist. Ich bin wieder mit einem anderen Account gekommen, Bruder, und dann hab ich gesagt, so, ihr habt den Account gesperrt, ich hab jetzt die Verteilung nicht mehr. Aber ich mach jetzt folgendes, das Angebot hab ich gesagt, haben die ein Thema und danach werden wir sehen, was Sache ist. Sagst du ja oder nein? Danach, Bruder, hast du erst mal 15 Sekunden, hättest du nichts gehört, wirst du da eine Nadel fallen hören auf Boden. 15 Sekunden ist nichts von Amdi gekommen. Ich werde mal bestimmte Accounts mal observieren, Leute, und dann zeige ich euch etwas, was wir eigentlich gar nicht, also was wir generell nicht machen können. ich observiere mal nur ein Account und dann stelle ich das hier bloß. Ich werde nicht erzählen, ich werde auch nicht sagen, wie ich das gemacht habe, aber ich observiere nur ein Account. Okay? Einen Account werde ich observieren. Und ich habe jemanden im Auge, ich weiß auch wer, ich werde ihn observieren und dann werde ich das komplett bloßstellen, Leute. Ich werde das komplett bloßstellen, weil das sind Sachen, das geht gar nicht. Bruder, warte doch. Drei Sätze, Bruder, drei Sätze, das ist dann fertig. Er hat es danach angenommen, diese Debatte, mit diesem einen Thema. Obwohl er hat es gar nicht angenommen, weil er hat nur gesagt, ja, ja, begraben, ja, ja, begraben. Er wollte nur so mich leckerlich machen, weißt? Und ich habe das gesagt, okay, alles klar, ich habe nur ein Ja gehört, los, mach mich groß, los, mach mich groß. Ich musste zehn Minuten warten, bis die mich überhaupt groß gemacht haben. Nach zehn Minuten sagt Liebe zum Adif, Bruder, soll ich ihn wirklich groß machen? Wie viel Angst musst du haben? Danach machen die mich groß. Danach machen die mich groß und ich gehe auf das Thema von Maria und Miriam ein. Ich glaube, ich darf das Thema eigentlich zu verstehen eigentlich komplett. Nur wer ein Moslem ist, glaub, dass ich ihn da nicht verstehen würde. Und dann kommt das Wichtigste. Und dann kommt das Wichtigste. Und genau dann, wo ich mit den christlichen Quellen fertig war und seine muslimischen Quellen bringen wollte, die wo beweisen, dass ich recht habe, genau dann, tischöne mich, Bruder. Weil er genau wusste, jetzt kommt das Wort am allerschütigsten ist. Genau dann. Leute, wisst ihr was? Wisst ihr was? Gib mir, gib mir zwei Tage Zeit. Ich werde einen Account komplett observieren und komplett losstellen. Ich werde es observieren. Wenn ich die Möglichkeit habe, ich observiere komplett alles. Nur um gewisse Dinge mal als Tageslicht zu bringen, wie über uns geredet wird. Außerhalb von TikTok. Ich observiere nur einen Account. Einen Account werde ich observieren. Einen Account. Da gibt es bestimmte Tricks, da gibt es bestimmte Tricks, die werde ich aber hier nicht nennen. Und einen Account werde ich komplett observieren. Komplett. Ich wollte dir was sagen. Bruder, ich war gestern, du warst ja, glaube ich, gestern bei Amir drin, ne? Da kam ich ja rein, da habe ich dir über ein Buch geschrieben, Bruder, in die Kommentare, dass du dir das mal durchlesen sollst, beziehungsweise dass du dann dieses Buch dich mal dahinter setzen sollst, Bruder, weil du machst ja so gerne hier mit Computer und so dich davor setzen und alles auch vortragen. Das wäre auf jeden Fall perfekt was für dich, Bruder. Welches Buch meinst du, Bruder? Ich habe das nicht. Wenn ich rede, ich kann mich nicht auf Kommentare gleichzeitig konzentrieren, weil Männer sind nicht so gut. Das heißt Achbar Maka. Das ist das erste Buch, das ist die erste Überlieferung über die Entstehung von der Kaaba in Mekka, Bruder, wo du drin lesen kannst, wo du auch drin lesen kannst, dass Mohammed Jesus angebetet hat und so weiter und so fort. dass die Bibel auch aramäisch ist, etc. aus aramäischen Dingen entstanden ist. Ja, ich kenne diese Sachen alle. Dr. Thomas Alexander, das ist ein Deutscher, der hat sogar einen YouTube-Kanal auf, einen YouTube-Kanal, der heißt Dr. Thomas Alexander. Der hat seine Doktorarbeit darauf gemacht, um zu beweisen, dass der Koran, den wir heute haben, aus dem Aramäischen entstanden ist. Wenn ihr wollt, Interesse habt, ihr könnt es gerne anschauen. Ja, ganz kurz, an die christliche Community und Geschwister und Brüder tut mir eingefallen, ihr wisst ja, aka Netflix in the House, das ist ja schon so gut wie eine Doku hier. Sucht mal alle gemeinsam liken, haut mal die Likes mal richtig rein hier, macht mal die 40k voll, am liebsten sogar 50, wenn ihr könnt, an die ganze christliche Community. Alle mal ordentlich, bam, 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 mal klicken, zeigt mal ein bisschen Liebe, Leute. Guck mal, wie viele ihr hier seid, Leute, kommt schon. Das ist Netflix, nicht Netflix, Netflix Community. Was ist los mit dir? Gib mir Mott. Du willst Mott haben, Aram, okay, gerne. Ohneingeschränkt. Ohneingeschränkt, sogar, dass ich dich vielleicht ab und zu stunden kann. Du darfst es machen, kein Problem. Danke, danke, liebe Brüder. Du kannst sogar Gäste verwalten, bitte schön. Ich muss nur dich sagen, ich finde das sehr, sehr gut, dass ihr das macht, dass ihr das einmal anspricht, weil das ist wichtig, dass es auch viele Leute einmal hören. Ganz kurz, ganz kurz, David, wir haben gestern den David nicht gesperrt, also ich habe zumindest niemanden gesperrt. Das muss wenn dann aus Versehen sein. So, jetzt könnt ihr weiterreden, sorry. Ich finde das sehr wichtig, dass ihr das macht, weil ich finde es wichtig, auch dass andere Brüder das hören, damit die wirklich, geht nicht in denen ihre Streams rein. Die wissen nicht, was fair bedeutet. Das Wort fair ist bei denen irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung, fair bedeutet bei denen irgendwie Macker, habe ich das Gefühl. Ihr geht dort rein. Was zu machen, Bruder, die stimmen dich, die sagen Antworten und dann stimmen sie dich, wie bei Kipko gestern oder was sie gesagt hat. Nee, der Bruder, die sagen Antworten, die stimmen dich und dann stellen sie neue Fragen, stimmen dich und dann wird einer wie einer von uns reinkommt, wir sehen, wir sind in den Kommentaren, wir wollen rein, die stimmen uns sofort. Die lassen uns nicht mal ausreden. Nee. Wie hochmütig die auch sind. Er sagt, er hat Amir zerstört, er sagt, er hat Klaus zerstört, er sagt, er hat Elia zerstört, er sagt, er hat Ahmed zerstört. Hey, wie hochmütig die Mütterredner so. Nur hochmütige Mütterredner. Nur leere Worte. Nur leere Behauptungen. Ich habe auch direkt gesagt, Junge, du hast niemanden zerstört und ich begrabe dich jetzt gleich auch noch. Soll ich euch mal was erzählen? Leute, die so reden, jetzt muss die gut zuhören, Leute, die so nicht gut, bleib auf dem Boden. Bleib, bleib auf dem Boden, weil derjenige, der so hoch geht, der denkt, der wäre der Höchste vom Höchsten, der fällt. Der wird tief fallen. Der wird sehr tief fallen. Und das habe ich auch gemerkt. Das habe ich gemerkt bei, ich, sogar ich selber, wenn ich merke, dass ich zu hochmütig werde, wisst ihr, was ich mache? Ich versuche dann immer, zu mir selbst zu sagen, hey, 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 der Herr hat gesagt, du darfst nicht hochmütig werden. Dann versuche ich wieder, komplett wieder runterzufahren. Und da habe ich gemerkt, da wirst du so krass belohnt. Das ist krass. Deswegen, Hochmut ist nie gesund. Das ist nie gesund. Das kommt immer zum Fall. Also gemerkt, sie bestätigen sich immer gegenseitig. Ja, Bruder, Marschallah, du bist, du hast ihn zerstört. Sie bestätigen sich mal gegenseitig. Aber, was ist für ein Maßstab, wenn man sich gegenseitig da bestätigt? Wo ist da jetzt der Sinn dahinter? Das verstehe ich nicht. Immer sich selbstbestätigen, ja, du hast ihn auseinandergenommen. Aber sie haben gar nichts gemacht, weil das sieht man ja auch öffentlich, dass sie nichts gemacht haben. Sie haben nichts geleistet. Also ich finde das, ich finde das traurig. Also ich habe echt gedacht, dass man mit gewissen Menschen hier reden kann. Aber diese Aggression, also ich merke, also eine Sache ist mir aufgefallen. Alles, was mit Aggression zu tun hat, das kommt nicht von Gott. Das kommt niemals von Gott. Bruder, weißt du, was noch das Schlimmste ist? Das finde ich ja wirklich am allerschlimmsten. In der Bibel steht, Maria hat Jesus sein Haupt mit Öl gesalbt. Weißt du, was haben die daraus gemacht? Er macht daraus eine Thai-Massage mit Happy End. Brutal. Das ist ihre vertiefelte Gedanken. Das ist ihre satanische Denkweise. Aber das macht man bei uns im Osten, macht man das bei uns auch mit den Babys immer. Also man salbt die auch mit Öl ein. Wissen Sie, Wissen Sie, liebe Leute, wenn man so viel gegen den Herrn spottet. Und die Brüder, und die Brüder, und die Brüder, wie sie noch gemacht haben, diese Ekelhaften, die sagen, wo Jesus die Füße der Jünger gewaschen hat, wo Jesus sich selbst erniedrigt hat, dass er uns beigebracht hat, wie wir uns gegenseitig, die Brüder unterstützen, und füreinander da sind, der Kleine, der Größte unter die Großen. Was sagen die? Jesus hat sich da nackt gemacht, und Leute, was für Geschichten wir erzählen, Alter. Ja, ja. Wie gehen sie auf ihre Ekelhaften? Genau in solchen Bibelstellen, genau in solchen Bibelstellen, Bruder, wollen wir uns da noch mal als kleine Schäfchen darstellen. Das ist das ja. Wir verwechseln diese Gutmütigkeit, Bruder, mit Schwäche. Ja, Bruder, und der einzigste Grund, warum die das machen, wisst ihr, warum der einzigste Grund ist, warum die das machen, bloß weil ihr eigener Prophet so viele Schandtaten gemacht hat. Das ist der einzige Grund, warum die das machen, mit Rebekah 3 etc. Nur weil ihr Prophet eine Sechsjährige geheiratet hat. Nur weil ihr Prophet seine Zunge in den Mund von Al-Hassan gesteckt hat. Nur weil ihr Prophet was mit anderen Männern gehabt hat. Das ist der einzigste Grund, warum die über die Bibel solche Sachen erfinden. Während solche Sachen nicht in den ganzen Sunderschriften enthalten, würden die sowas niemals über die Bibel erfinden. Okay, Leute, ganz kurz, Pause. Angelo, erst mal Gottes Segen, mein Lieber, womit können wir dir helfen? Hi, Gottes Segen. Ich grüße dich. Ich wollte mal ganz kurz zurückkommen an diese eine, Matthäus 29. Das wollte ich mal ganz kurz zurückkommen, weil es ist ja, wegen des, was ich da gehört habe, ist eine absolute Katastrophe. Und deswegen habe ich unten geschrieben, ich habe das doch schon mal debattiert und ich habe es doch, lasst mich bitte kurz hoch. Es ist nichts anderes, ja, als eine hundertfache Belohnung, was einer bekommt. Es heißt ja nicht, dass er 100 Fehler, 100 Mütter, 100 Kinder, 100 Frauen bekommt. Aber das, wenn ich das meinen Sohn, der jetzt, sagen wir mal, der eine Zehn, der andere Sechs erkläre, selbst sehr versteht es. Ja. Deswegen habe ich wirklich, bin ich fast über allen Wolken wiedergefallen, sagte, die kommen immer mit diesen Bibelfersen, weil sie vielleicht selber grammatisch nicht so gut dastehen oder vielleicht die deutsche Sprache nicht mächtig sind. Oder irgendwie ist es der Frust, dass sie irgendwie was in der Bibel wiederlegen werden, aber die es nicht schaffen werden. Ja, das ist einfach so. Ja, das ist einfach so. Und deswegen, deswegen, ich bin wirklich, also mein Rücken voller Schweiß, voller Nerven, aber da habe ich gesagt, komm, bleib ruhig, ich kann mir das nicht mal anhören. Das Problem ist, das Problem ist, ganz kurz, Leute, um eins zu am anderen. Das Problem ist, wir lesen ja direkt aus den Schriften. Wir versuchen hier nicht daraus zu philosophieren, wir versuchen hier nicht, hier rauszuholen, sondern wir lesen das, was da drinne steht. Und jeder, der die deutsche Sprache beherrschen tut, jeder, der die deutsche Sprache spricht, versteht genau, was da drinne steht. Da muss man nicht philosophieren, da muss man nicht sagen, das heißt aber so, das heißt so, sondern das heißt das, was da drinne steht. Und da muss man nicht umphilosophieren. Und das finde ich echt sehr, sehr seltsam, dass da immer über Bibelferse philosophiert wird. Also, ich finde das schon lächerlich, wenn ich ganz ehrlich bin. sorry, wenn ich jetzt schon mal kurz unterbreche. Die machen rum wie die Pharisäer. Das Problem ist, als Nicodemus damals, als der unseren Herrn, sagen wir mal, zum Gespräch gebeten hat, und die waren dann auf dem Dach und haben dann auch natürlich auch geredet, gemacht, getan. Da ging es ja wirklich um die Neu, wie werde ich von Neugeboren und alles drum und dran. Also, ganz kurz, Angelo, du hast es gerade im eiskalter Wind, das sind wie Pharisäer. Ja, aber sie haben es selber nicht erkannt. Wenn die dich schon damals nicht erkannt haben, in der heutigen Zeit, wo wir jetzt gerade leben, wie willst du wirklich von diesen Menschen erwarten, dass sie irgendwas erkennen? Selbst der Jesus, unser Herr, hat doch gesagt, du, weil du mich gesehen hast, glaubst du, gesegnet sind diejenigen, die mich nicht gesehen haben, trotzdem glauben. Ja, das ist ja, das ist ja, und als der Nicodemus damals, sie hatte, Jesus hat er dann, und das ist, und das ist, Jesus gesagt, genau diese Worte, muss ich auch abdenken, genau die Leute kennen sich das, weil die glauben nicht, weil die das nicht selber bildlich gesehen haben, und das sage ich auch immer wieder, genau deswegen gibt es so viele Satanisten, Bruder. Sorry, das ist ja das Problem, ich brauche gar kein Problem, ja, als der Nicodemus damals war, und da hat er gesagt, komm mit mir mit, nur, der war ja ein Lehrer, dem ging es ja gut, hat er mit seiner Frau gesprochen, die Frau wollte sich verlassen, diesen, ja, diesen, was heißt Reichtum, aber dem ging es ja gut, ja, und als sie sich dann versammelt haben, ja, mit den Jüngern, da hat er ja ein Geschenkchen gemacht, das war ja so ein kleines, ja, mit so Silberstücken, ja, da hat er ja damals Johannes dann gesehen, ey, wir haben hier ein Geschenk, so, und dann, Jesus wusste, von wem es kam, ja, das war von Nicodemus, der hat sich aber hinteren, hinteren so eine Mauer versteckt, und hat sogar geweint, weil er wollte mitgehen, aber seine Frau, der wollte das alles nicht aufgeben, dann hat sie Jesus umgetreten, hat gesagt, Nicodemus, du warst so nah dran, ja, selbst der Jesus hat damals denen nicht gesagt, der konnte auch um die Ecke gehen, und sagte, ey, komm doch mit, deswegen sag ich zu euch, entweder die wollen es verstehen, oder wir sagen auch, ihr seid so nah dran, aber ihr wollt es nicht verstehen, ja, ja, und selbst der, ja, der Parisär, das war ja Lehrer der Juden, selbst der, hat er gesagt, nur einer, der vom Himmel, oder der mit Gott mit ihm ist, kann das machen, was du machst, ja, also, und wenn selbst der hat es verstanden, ja, aber die Leute hier wollen es nicht verstehen, die wollen sich verstehen, aber trotzdem muss man mit denen wirklich viel Liebe zeigen, ja, versuchen wirklich mit denen, ja, geduldig zu sein, ja, weil, wie schon gesagt, als ich das Matthäus 29 wieder, ja, also 100 Männer, 100 Frauen, 100 hier, Leute, 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 kommt doch mal bitte runter, ja, wenn du deine eigene Mutter verlierst, meines Namens, oder dein Kind, oder Ecke, egal was, du wirst es im Himmel, hundertfach von mir als Belohnung, aber andersweitig von mir wiedergegeben, nicht in Stückzahlen, was du verloren hast, habe ich jetzt 100 Mütter, jetzt habe ich jetzt meine Mutter, Angelou, du hast es genau auf den Punkt gebracht, das ist einfach zu verstehen, es gibt nur Menschen, die haben, ich werde jetzt mal sagen, Menschen, die haben eine krankhafte Ideologie, und setzen diese kranke Ideologie ein, indem sie Worte verdrehen, weißt du, was ich meine? Ja, genau, und eine Sache habe ich jetzt gelernt, eine Sache habe ich jetzt gelernt, solche Leute kommen bei mir nicht mehr rein, sobald sie anfangen, ihr Maul aufzumachen und zu lügen, schmeiße ich sie direkt wieder raus, es gibt noch einen Punkt, Leute, Bruder, ich würde mich auch gerne verabschieden, der einzige Grund, warum ich Kamera angemacht habe, war, weil irgendeine, ein paar da in den Stream unten gesagt haben, ich würde rumlügen, deswegen, ich bin kein Lügner, okay, hier, danach haue ich ab, Said Ibn Harid kam in Al-Madin an, während der Gesandte Allah in seinem Haus war, da ging er hin und klopfte an die Tür, sodass der Gesandte Allah nackt, warte, ich warte, bitte, die suchen dich durch der Schiff, nackt da stand und sein Gewand schleppte, okay, er stand nackt da und sein Gewand schleppte, und bei Allah, Aisha spricht hier, von Aisha, und ich habe ihn weder vorher noch nachher nackt gesehen und er hat ihn umarmt und geküsst, Sie sagen, dass die Bedeutung vom Nacktier darin besteht, dass er nicht seine Riddah oder sein oberes Tuch trug, und es war das, was schleifte, sodass der Bereich zwischen den Nacken und den Knien bedeckt war, siehe Tufat Al-Awwadi, okay, also ich lüge nicht, Allahu Akbar, ich spreche gerne mit der Weise, der Prophet hat was, es gibt sogar schlimmere Sachen, mit Yahya Al-Qalbi, also hört auf zu behaupten, ich würde lügen, geht einfach in eure Schiff, Allahu Akbar, Fred, danke, dass du mich so froh hast, es war immer wieder eine Freude, auch mit euch Jungs, Gottes Segen, ihr werdet alle auch im Chat, im Screen, in den Kommentaren, Dr. Scheich, Dr. Scheich, ja, kannst du mich nochmal bitten, in den Hadith dazu geben, wo, wo Abu Talib, die Tochter von Mohammed, erraten wollte, aber Mohammed gesagt hat, nein, die ist zu jung, Bruder, ich muss da eigentlich nicht gehen, warte ganz kurz, ich tue es dir aus, Habibi, Allahu Akbar, Gott, Flexer, grüße, grüße, Flexer, ja, Bruder, geiler Bad, Bruder, danke, danke, also, es geht nicht so flex, nochmal sagen, flex, du machst es richtig gut, also, bis auch, typ, ja, wie gesagt, also, wirklich, respekt, 2000, ich war es vollkommen ernst, ich bin nicht der Typ dazu, ich meine, ich bin ja auch nicht öfters, in solchen Streams drin, aber, du machst es wirklich gut und mach weiter so, das Ding ist, ich versuche ja auch, drüber zu sprechen und herauszufinden, ist das die Wahrheit, ne, flex, du hast, wie weit ist, intern, weißt du, was die Wahrheit ist, du, ich weiß, du weißt es, du kannst mir ja nicht sagen, dass du nicht die Wahrheit entdeckt hast, weil du bist, weißt du, ich komme aus Italien, also, ich bin auf der Straße aufgewachsen, erhofft damit, ich weiß, alles gut, alles gut, du weißt schon, was die Wahrheit ist und deswegen, alles schön gut. Der ist gerade in Blut, der will auch nur den Islam erkennen lernen, der will ihn auch nur verstehen. Also, das Ding ist, die ganze Community, die ganze Community, ich weiß von gar nichts, ich weiß von nichts. Guck mal, hör doch auf, das Flex allein. An dem ersten Tag, Bruder, seit dem ersten Tag habe ich gecheckt, wie du den Islam erkennen lernen möchtest. Ich habe mir die ganze Zeit bei dem Mund gehalten, Bruder, ich habe die ganze Zeit mir am Mund gehalten. Ich will nur verstehen, ich will nur verstehen, ich will nur verstehen, ich bin ja so ehrlich, ich will nur verstehen. Schau, diese Hand, wenn ich so hoch, mach es, mach mal, mach mal, mach mal Dr. Cheikh, groß, mach mal Dr. Cheikh. Na, hier kannst du lesen, kannst du lesen, das ist groß genug. Mach's Cunshot. Hier mach's Cunshot. Ja, Habibi. Ja, das ist der erste und hier redet er auch davon. Das ist von Sayal Bukhari, mach's Cunshot. Ey, Joa. Hast du alles? Hab ich, Bruder, ich küss dein Herz. Ich küss deine Nierensteine. Also, ich wünsche euch allen alles. Nierensteine. 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 Es geht nicht kalt. Nein, das ist ganz gemütlich. Das ist ganz gemütlich hier. das ist wirklich schön. Leute, Leute, wisst ihr, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt, wir machen jetzt eine kleine Pause. Ich tue jetzt was essen, ich tue jetzt kurz entspannen, ich tue kurz mein Handy laden. Ich bin total von der Zeit drüber, ich muss was essen. Wie gesagt, ich tue jetzt erst mal Meeresfrüchte, Reis, Gemüse, tue ich erst mal essen jetzt. Danke und wer noch mal live kommt nachher, also circa so in anderthalb Stunden komme ich noch mal. Okay, okay, alles klar. Laschus, Laschus und TC, wirklich Bombenarbeit von euch. Vielen, vielen Dank fürs Moderieren hier. Ihr seid wirklich die Besten und wirklich war wieder mal schön, außer dass wir jetzt ein paar hitzige Momente, hatten vorhin, aber es war richtig gechillt und cool, ne? wie gesagt, kurz loswerden wollte, ganz kurz an die Community, du hast, ja, das sind teilweise 200, 300 Leute drin. Wenn die alle mal ein bisschen wirklich, das ist das Stream natürlich auch weitergeht, ja, oder beziehungsweise an Reichweite gewinnt, ja, wenn jeder von denen nur 100 Likes gibt, ja, sind wieder 1200, was weiß ich, in paar Sekunden, ja, also, gibt viel Liebe, ja, so, dass wirklich dieses Streams natürlich auch eine Reichweite gewinnt, ja, weil es ist jetzt 51.000 Likes, ja, aber mit 112, jetzt 111, ja, Menschen, das ist auch ein bisschen happig, ja, wir müssen langsam ankommen, diese 100, 120.000 Likes, so, dass wir an Reichweite gewinnen, das wäre super. Also Leute, ihr habt's gehört, wenn ich wieder live komme, an die ganzen christliche Community da draußen, ihr tut mir jetzt einen Gefallen, bitte viral sein, ihr müsst viral sein, gibt diesen Stream mal 100, äh, jeweils, dass wir auf 100 K Likes kommen, und spendet mal jetzt ein Böwe, und alle mal, und alle mal bitte, äh, ähm, ein Amen unten tippen, einmal alle ein Amen, Amen Leute, zum Abschluss, ein Amen, das geht doch, oder Leute, das geht doch, einmal ein Amen, kommt schon Leute, seid nicht faul, einmal ein Amen, seid nicht so faul Leute, let's go, einmal ein Amen, also gut Leute, Leute machen wir jetzt, liebe Leute, bis später, Gott segne euch, Gott segne euch, bis später, bis später, Gott segne euch, Gott schau, irgendwie, Nein, nein, Abu Sunnah, man kann Arabisch nie übersetzen, das ist die beste Bezeichnung, so, manches kann man eins zu eins übersetzen, aber halt nicht alles, ja, das ist auch sehr seltsam, okay, wie hieß der Vater von Mohammed, Leute, wie hieß der Vater von Mohammed, wer kann es mir beantworten, wie hieß der Vater von Mohammed, na, Google, 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 Joke, Joke, wie hieß der Vater von Mohammed, jetzt mal ohne Spaß, mh, mh, Abdallah, Abdallah, Abdullah, der andere sagt Abdallah, der andere sagt Abdullah, 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 wer jetzt, Abdallah oder Abdullah, wie hieß er jetzt, Gottes Segen, Abdullah ist richtig, okay, alright, alright, gut, gut, Abdullah, okay, na gut, dann sagen wir mal Abdullah, gut, okay, okay, alright, bin ich dafür, so, ich dachte Satan, nein, der Vater von, warte mal, ist der Vater von Mohammed, Satan, nein, mo, fresher Bar, danke, danke, Bruder, nein, Mann, stimmt doch gar nicht, Dina, Allah ist richtig, war denn sein Vater nicht ein Götzenanbeter? Ein Götzenanbeter, also, das ist gar nicht gut, hm, war er wirklich ein Götzenanbeter? Wo ist er? Okay, let's stay with, let's stay with German. Mohammed war Christ, okay, doch sein Vater war Satan, sein Vater war Satan, ach du Scheiße, uh, designed with a purpose, hello, du bist zu Geilflex, Dankeschön, ja Leute, was ist das heutige Thema? Design with a purpose, hi, what's going on? Hello, Flex in the house, hello, love goes out to every nation, Netflix in the house, yes, so, hier schreiben die Leute, wir sollen über die Mondspaltung reden, hm, Mondspaltung, hm, Mondspaltung, ja, das Problem mit der Mondspaltung, das lässt mich auch schon ein bisschen, ähm, ja, zum, das bringt mich auch ein bisschen zum Nachdenken, das mit der Mondspaltung, also dieses Kundfeierkund, krach, und dann ist das Mond gebrochen, Kundfeierkund, krach, und dann war das Mond wieder zusammen, das ist, bringt mich schon ein bisschen zum Nachdenken, aber, ja, Flex, was haben die Priester, was haben die Priester damals in der Kirche mit dir gemacht? Sehr witzig, warum redest du nicht über deine Inzucht im Bibel? äh, die Frage ist, wenn es eine Inzucht in der Bibel gab, ähm, hat Jesus Christus uns befohlen, Inzucht zu betreiben? Wenn Jesus Christus uns befohlen hat, Inzucht zu treiben in der Bibel, ich konvertiere sofort zum Islam. Meine Hände sind hier, sofort. Wenn der liebe Gott uns in der Bibel prophezeit hat, dass wir Inzucht betreiben dürfen, sofort hebe ich meine Hand und komme zum Islam. Aber sofort. Aber dann muss die Person auch hier hochkommen und es mir beweisen. Das ist, äh, gar kein Problem. Ne? Gerne, gerne, gerne. Warum nicht? So, warum sagt der Islam, man darf Inzucht betreiben? Hm. Oh. Also, ist es der Islam? Ist Islam oder? Hm. Du wurdest doch heute Mittag schon konvertiert. Falsch. Ich wurde heute Mittag nicht konvertiert, sondern es war eine Lüge heute Mittag. Okay. Dann müsste der Islam das auch nicht in den Schriften haben, lieber Bruder. Hm. Das ist auch sehr fragwürdig, ne? Mit das, aber, ja. Leute, die mir folgen, vielen, vielen Dank. Ja, wie gesagt, ich sage euch nochmal an die Community, ich liebe euch. I love you. You guys are amazing. Liebe geht raus an die ganze Nationalität und Liebe geht raus auch an die Leute, die mich hier beleidigen. Ich gebe euch trotzdem ganz viel Liebe. Weil ich sage es nochmal, in der Ruhe liegt die Kraft. Ein richtiger Mann beleidigt nicht. Merkt euch das. So, jetzt gehen wir zurück zu den Kommentaren. Lügen ist im Islam erlaubt. Ach so, ihr meint wahrscheinlich das Takiyah, wahrscheinlich das Takiyah. Kuhn feier Kuhn. So, frag Anas, weshalb Koranübersetzung nicht richtig geht. Ja, aber dann führen die ja die ganzen Menschen in die Irre, wenn das ja nicht richtig übersetzt ist. Also, denn sagen wir es mal so, denn kann man gar nichts übersetzen. Weil jede Sprache ist schwer, außer Englisch. Afrikaans ist schwer, Ghanesisch ist schwer, afrikanische Sprachen generell sind schwer. Und komischerweise kann man es übersetzen. Das ist auch sehr seltsam. Na ja. Wie du vorhin geflüchtet bist. Geflüchtet? Der Kerle war respektlos. Wenn ihr jetzt von den Typen gerade spricht, namens Liebe zu Hadith, der war ja fast nicht mal respektvoll zu uns. Also zumindest gegenüber der Community war er nicht respektvoll. Außer, dass jemand seine Mutter beleidigt oder seine Schwester beleidigt hat. Dann habe ich ihn sogar noch in Schutz genommen. Ja, meine lieben Muslime, hört gut zu. Ich habe den Bruder sogar noch in Schutz genommen und habe gesagt, derjenige, der seine Schwester beleidigt hat, ja, das geht gar nicht. Und dann kommt ihr immer noch hierher und wollt ihr immer noch was sagen. Aber na ja. Dein Freund hat sich selbst beleidigt. Wer auch immer. I don't know. Mashallah, was für ein schöner Bart. Dankeschön, mein Lieber. So. Ich dachte, du wärst korrekt, Flexer. Jetzt bin ich auf einmal nicht korrekt. Okay, whatsoever. Bist du zum Christentum konvertiert? Ich war schon mein Leben lang Christ. Oh mein Gott, wir sehen uns so ähnlich. Jetzt bin ich gespannt. Atanas. Ihr seid so krank. Hast du mal Videos von Iman TV geschaut? Nein, noch nie. Können Sie bitte meine Anfrage annehmen? Ihre Anfrage annehmen? da bin ich mal gespannt. Anfragen, Anfragen, Anfragen. Den bin ich mal gespannt. So. Schalom, mein Lieber. Was kann ich für dich tun? Nix, nix. Mir ist nur langweilig. Okay. Hast du eine Frage oder gar keine Frage? Nö, nö, ich hab keine Frage. Okay, alles klar. So. Let's go back. Wer war auf die Christus im Herzen hat, ist es unmöglich zu konvertieren. Richtig. Genesis, neun Inzest in der Bibel. Alu Sunna, komm hoch und lass uns zusammen lesen, ob das stimmt. Wenn das stimmt, ich konvertiere sofort. Wenn es in der Bibel steht, dass der liebe Herr es befohlen hat, dass wir Inzucht treiben dürfen, kein Problem. Sofort konvertiere ich zum Islam. Sofort sogar. Wann darf man in einem Chat hoch? Naja, wenn man zumindest wichtige Fragen stellen möchte. Ne, das ist gar kein Problem. Götzenanbeter. Okay. Kein Problem. Nehme ich in Kauf. Kamele in ihm und er auf dem Teppich. Naja, was auch, was auch immer. Leute, alle gemeinsam liken an die christliche Community. Let's go. Like, like, like. Du bist ein Heuchler. Du hast vorhin schon gesagt, du konvertierst. Also, mein lieber Ilias, Ilias, mein lieber Ilias, es ging um den, äh, Matthäusbrief, 29 Vers, boah, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und, ähm, der Kollege hat nicht die Wahrheit gesagt. Da steht was ganz anderes drin. Da steht nicht drin, dass wir 100 Frauen, äh, in der biblischen, äh, prophezeiung, dass wir 100 Frauen im Himmel kriegen. Stand nie was drin. Wir haben das sogar zusammen hier gelesen. Also Leute, hört auf, irgendwas auf die Welt zu stellen. Das ist eine Lüge. Das ist, das ist nicht so, Leute, wisst ihr, nochmal an die christliche Community, wisst ihr, was ich gar nicht mag, wenn die hier reinkommen und lügen? Das habe ich die ganze Zeit erwähnt, diese Lügen. Also, warum die ganze Zeit diese Lügen? Wie kann man sich nochmal belügen, nochmal belügen, nochmal belügen? Das ist wie so ein Stempel auf dem Kopf. Ich bin ein Lügner. Das ist so hart. Oh man, Anas ist schon ein korrekter. Ja, Anas ist sehr respektvoll, kann man nichts sagen. Anas ist wirklich sehr respektvoll. Jesus ist die einzigste Weg und die einzigste Wahrheit. I agree with you, my sister. Absolutely. Das meistgeschriebene Wort in der Bibel. Liebe. Liebe. Yes. Allah erlaubt dem Paradies Inzest. Ich glaube auch, dass er kein Deutsch versteht. Wer versteht kein Deutsch? Die benutzen das Wort widerlegen für alles. Also, was mir auch aufgefallen ist, komischerweise, komischerweise, sehr, sehr oft vor. Also, stellt euch mal vor, also das geht an die christliche Community. Ich erzähle euch jetzt mal eine ganz lustige Story. Wenn, wenn wir jetzt etwas lesen und da steht, der Hase hat, oder der Löwe war gerade da drüben. Dann kommt jemand hier rein und sagt, der Löwe war gar nicht da drüben. Der Löwe war nie da. Ist das widerlegen? Bitte an die christliche Community. Schreibt es hier rein. Ist das widerlegen? das ist so geil. Das ist so krass. Stellt euch mal vor, wir lesen gerade, der Löwe war da drüben. Und dann kommt jemand, der auch Deutsch kann, der sagt aber, nein, da steht aber kein Löwe. Der Löwe war nicht da drüben, sondern da steht nichts mit Löwe. Oh Mann. Naja. Oh Mann. So, was ist der Christ oder Atheist? Das ist eine gute Frage. Naja. Leute, oh, oh, oh my God. Über was wollen wir sprechen? Amira, keine Sorge, keiner, ich weiß, dass du es nicht böse meinst. Alles gut, das ist ja nur eine Frage, die du gestellt hast. Flexer, geh in den Live von Issam Bayan, er wird dir ein paar Fragen beantworten können. Wer ist dieser Issam Bayan? Miki Montana, dankeschön, liebe geht raus, Miki Montana. Wer ist, wer ist das denn? Dieser Bayan oder Bayon, oder wer ist das? Ich kenne ihn gar nicht. Nein, lass mal Flex, alles gut. Ein Moslem, ein Wissender. Also, Rio to World, ich bin ganz, ganz ehrlich, ich gehe in keinem Streams von so Leuten rein. Ich habe ein bisschen spioniert und heute werde ich das offenlegen. Also, ich habe ein bisschen spioniert, ich habe mir mal ein paar Sachen angehört und ich muss ganz ehrlich sagen, so wie die beleidigen. Mama Mia, ey. Das ist eine Kriegserklärung eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. So wie die in den Streams beleidigen. Das ist eigentlich eine Kriegserklärung. Ich bin ganz ehrlich, also TikTok sportlich, sorry. Also, ich habe ein bisschen rumspioniert, aber was da geredet wird, Mama Mia. was da rumgeschickt wird. Wow. Nur Beleidigungen. Und deswegen würde ich niemals in so Streams reingehen. Ich erzähle mal, ich erzähle mal eine kleine Geschichte von mir. Ich habe damals eine Ausbildung bekommen, ja, in Israel, wie gesagt, eine bestimmte Ausbildung zu machen und ich habe das damals, egal, ich darf gar nicht drüber reden, egal, 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 das ist wieder so ein Thema, das darf ich gar nicht ansprechen, das ist sogar gegen die Vorschriften, ich darf da gar nicht drüber sprechen, egal, aber ich, ich kann euch eine, ich kann euch eine Sache, ich kann euch eine Sache sagen, was ich alles gesehen habe, oh man, naja, egal, was auch immer, let's stay real, Hauptsache, er hat Israel genannt, oh man ey, oh man, ach, egal, okay, let's go back, wer im Glashaus sitzt, sollte sich nicht mit Steinen schmeißen, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen, Liebe zu Hadith, ach, mein lieber Bruder, man, 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 Flexer, vertrau mir, geh rein, er ist respektvoll, ja, mal gucken, mal gucken, vielleicht geh ich rein, mal gucken, mal gucken, sicher nicht alle über einen Kamm, sicher nicht alle über einen Kamm, naja, bisher sehe ich immer das eine und das gleiche, aber, ja, die Dunkelheit hat es nicht begriffen, wie es im Worte steht, ja, mach ein bisschen Fitner Habibi, wer frei von Schild, der werfe den ersten Stein, genau, wer ohne Sünden ist, der wirft den ersten Stein, richtig, also, wer von euch ohne Sünden ist, der wirft bitte den ersten Stein, nimm hoch, liebe zu Hadith, guck mal, wie verständnisvoll ich mit dir bin, okay, Kannst du mich hören? Ich kann dich sehr gut hören, oh je, oh je, oh je, wie geht's dir? Warte kurz eine Sekunde, mein, mein Internet warte. Okay, okay. Ist jetzt besser? Ich höre dich sehr gut, wie geht's dir? Wie geht's dir? Alhamdulillah, alles gut, und bei dir, wie ist es so, dass du mich rausgeschmissen hast, wie schmeckt das so? Jetzt, Bruder, hör auf, Mann, hör auf, damit, antworte, warum hast du mich rausgeschmissen? Guck mal, guck mal, wie respektvoll ich mit dir bin. Guck mal, wenn ich, guck mal, hör mal zu, wenn ich ein Problem hätte, jetzt sind wir alleine, warte. Mohammed, Habib, ich habe gesagt, warum hast du mich rausgeschmissen, du sagst, ich war mit dir respektvoll. Es ist wie wenn ich sage, wie geht's, ich möchte auf mein Döner, Kräuter, Knoblauch. Du hast nichts, gar keinen Zusammenhang. Deswegen nochmal, warum hast du mich rausgeschmissen? Weil das nicht gepasst hat. Die ganze Zeit habt ihr euch da angegriffen und das passt einfach nicht. Dann habe ich eine Frage, okay, das ist eine Antwort, jetzt habe ich eine Frage an dich. Ist das legitim, was du gemacht hast, dass du ihn nicht dafür rausgeschmissen hast, aber mich, obwohl er eigentlich reingeredet hat zwischen uns beide? Weil du angefangen hast dann wieder, du sagst, ich bin ein Kind, die ist das. Für mich immer noch muss du ein Kind. Für mich bis immer noch ein Kind. Siehst du, du bist, aber das ist meine Meinung, aber so. Aber das ist meine Meinung, das ist doch egal, juckt dich doch gar nicht, wenn das nicht so ist, aber das ist meine Meinung über dich. Und das hat auch bestätigt, das was du vollgemacht hast. Okay, okay, Moment, wo bin ich bitte zu dir Kind gewesen? Jetzt ehrlich, ich zeige dir. Erstmal hatte ich schon angefangen, bezüglich, wie du vorangehst und nicht diese Neutralität hast, dass du eine Neutralität, eine Neutralität, Neutralitätspunkt oder Stand nimmst, dich drauf zu fokussieren und sagen, okay, jeder kriegt sein Rederecht. Warum spielt sie so Opferrolle? Na, Wallah, nein. Ich bin neutral zu dir, ich habe sogar zu den, ich habe gesagt, er soll mich sein. Aber er hat reingeredet. Das ist nicht neu, das ist parteiisch. Liebe, Liebe zu Adidas, hör zu. Nimm mich aber auch mal, du kannst mich aber auch mal nennen. Aber hör zu. Er war oben, habe ich nicht zu ihm gesagt, hey, stumm dich jetzt, lass ihn reden, habe ich das nicht gesagt? Ich habe das nicht gehört. Und guck mal, wie man ich bin. Oh mein. Wenn ich sein sollte, warte, 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 du musst auch zuhören, bevor du loschießt. Wenn das so sein soll, siehst du wieder wieder am Lachen, siehst du voll kindisch und da fragst du, warum du ein Kind bist? Ich, du weißt das gerade ernst? Und ich war, ich bin immer noch normal, ich habe doch nichts gesagt. Ich will antworten, du. Wenn ich meine nichte Rede, der ist ernsthafter. Und es geht um Religion, da musstest du am meisten ernst sein. Okay, oder hör zu. Warte, warte, ich will auch was sagen. Oder kriege ich wieder kein Rederecht. Hör zu. Die Sache ist, du hast mich dafür rausgeschmissen, weil du hast gerade selber zugegeben, dass er sich stummen sollte. Jetzt frage ich dich, hat er sich gestimmt oder nicht? Ich habe ihn die ganze Zeit gesagt, er soll ruhig sein. Hat er sich gestimmt oder nicht? Er hat gestimmt und wieder entstimmt. Ja. Das heißt, die Aufforderung ist er nicht nachgegangen von dir. Müsstest du also ihn oder mich rauschmeißen dafür? Das zeigt, dass du unehrlich bist. Von die ganzen Leuten. Ich war die ganze Zeit. Hör auf, mein Kollege hat aufgenommen. Warte, Wallah, ich mache jetzt, wenn du willst, ich schalte dir jetzt das Video. Ich habe ihn oben. Warte doch mal, lass mich doch reden. Guck mal, ich lasse dich ja auch reden. Bitteschön, wir reden doch miteinander. Du machst mich fertig, Mann. Hör zu. Guck mal, er war oben, als ich ihm gesagt habe, hey, hör mal zu, lass den reden. Alles gut, lass ihn reden. Aber guck mal, das Problem ist, hör mal zu, Abu, Abu Hamad, Abu Hamad oder Hamad? Omar. Roma, okay. Omar, 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 okay, Omar, Omar, Omar. Ich habe, ich habe die ganze Zeit, guck mal, ich bin ruhig und ich schrei nicht. Es ist ganz wichtig. Du musst ganz entspannt sein und mit mir reden und alles ist gut. Ich rede jetzt mit dir, jetzt ist keiner da. Jetzt ist keiner da. Wir können ganz entspannt reden. Wir können ganz entspannt reden, okay? Keiner ist da. Wir reden ganz entspannt. Ich habe zu ihm gesagt, er soll sich stummen. Klar, er hat sich gestummt, dann wieder entspannt und dann hattet ihr die Diskussion und dann habt ihr euch zerfetzt und irgendwann mal kam es mit, guck mal, du bist Kind, du und da habe ich mir gedacht, so nee, 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 da fängt es wieder von vorne an, ich ziehe dich jetzt runter. Deswegen habe ich dich rausgeschmissen. Also bleib doch entspannt. Alles klar, okay. Wenn die Entspanntheit kommt nur daran, wenn man sieht, dass einem nicht Unrecht getan wird. Du hast mir Unrecht getan und das sage ich dir und du bist für mich immer noch eine Sache, wo ich dich nicht ernst nehmen kann, weil du bist nicht neutral. Ich habe die gerade selbst gesagt, um das Thema abzuschließen. Ich habe dir gerade selbst gesagt, du warst derjenige, der ihn gesagt hat, deinem Glaubensbruder, er soll sich stimmen, der das nicht getan hat. Und du hast mich dafür auch rausgeschmissen. Das heißt, laut deiner Aussage selbst, müsstest du ihn, weil er deinen Auffang als Host, der dein Life ist und du sagst, du bestimmst die Regeln, müsstest du ihn dafür rausschmeißen. Dafür hast du den Moslem rausgeschmissen. Oh, liebe, aber hör zu. Oma, Oma, Oma. Hör zu. Hör zu. Das ist von meiner Seite aus. Und ich sage jedem meine Meinung ins Gesicht. Keiner hat Angst vor irgendjemanden. Weder du vor mir, weder ich vor dir. Jeder sagt seine Meinung. Stimmt? Oma, Oma. Abou Amar. Abou Amar. Abou Amar. Wenn das richtig geht, kannst du gerne lieber zum Hadithen. Kein Problem. Was ist los, Dari? Ja, alles gut. Haben wir beide ein Problem? Ich sehe es nicht. Ich sehe kein Problem. Ich habe ein Problem mit dir, wenn du über die Religion des Islams. Okay. Wenn du über die Religion des Islams lügen solltest, was ich nicht gesehen habe, was ich nicht gesehen habe. Okay. Mohammed, Habibi, am Bach gerade. Etram Nun. Ich sehe, ich respektiere dich nicht, wenn du meine Religion des Islams in den Dreck ziehen solltest, auf jede Art und Weise, was ich nicht gesehen habe. Von dir persönlich habe ich es nicht gesehen. Aber die Leute, die bei dir oben waren, sind diese Partei. Sind diese Leute, die das machen. Ob das Bett, ob sie das bei dir machen in anderen Streams. Und deswegen wünsche ich mir, dass man nicht die Opferrolle einnehmen soll. Okay. Aber ich habe immer die Moslems. Nicht du. Die Leute, die bei dir oben waren. Die Moslems machen. Guck mal, ich bin nicht der Repräsentant, des Islams. Und du bist nicht der Repräsentant des Christentums. Das heißt, wenn du einen Fehler machst oder ich einen Fehler mache, heißt ich, dass die ganze Religion so ist. Was ich meine. Aber der Punkt ist nur, dass wir miteinander in Ruhe reden können. Und das hat vorhin nicht geklappt. Deswegen können wir jetzt wieder das Thema aufmachen mit du und ich alleine. Was hältst du davon? Oh, Oma. Was hältst du davon? Oma, Oma. Du bist der Beste. Guck mal, Oma. Oma, guck mal, hör zu. Das Thema hatten wir ja schon vorhin gehabt. Okay, das Thema hatten wir ja schon vorhin gehabt. Ich habe es gelesen. Ich habe ganz in Ruhe, während ich offline gegangen bin, habe ich es noch mal gelesen, um es zu verstehen. Jetzt ist er weg. Deshalb bist du wieder da. Hörst du mich? Ja. Okay. Ich habe es noch mal gelesen und ich sage dir ehrlich, Bruder, ich sage dir ehrlich, nichts, es hat nichts mit, wir kriegen das hundertfache an Kinder, das hundertfach, das ist mit was ganz anderem gemeint. Das hat was mit der Gemeinde zu tun, die Gemeinschaft. Was? Ist das metaphorisch? Nein, ich meine das ernst. Nee, auch nicht was, ist das mit der Vogel, weil du sagst, ist ja nicht wortwörtlich. Ist das dein Ernst? Warum guckst du mal nach rechts? Da ist nichts. Ich bin vor dir. Warum? Ich frage dich eine Frage, du antwortest nicht. Ist das metaphorisch? Oma, das ist die Wahrheit, was da drin steht, man. Da muss man nichts heraussuchen und sagen. Okay. Guck mal, Oma, ganz kurz. Bitte, lass uns doch überreden. Lass uns doch überreden. Warte, warte, du kannst gleich. Warte doch. Oma, sag mir eine Sache. Sag mir eine Sache. Was ist denn deine Mission hier auf TikTok? Meine Mission auf TikTok ist, das kann jeder hier sehen, dass ich die dreckigen, lügnerischen, christlichen, wer alle? Nein, Missionare, die über den Islam lügen, aufdecke und dass sie ihre eigene Religion zeige, dass sie sich ins eigene Bein schießen und dass ich meine Religion des Islams verteidige und die Anbetungshandlung gegenüber Allah in den verschiedenen Rechtsschulen aufkläre. Das ist okay. Was ich hätte, ich hätte da, ich hätte da, guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, ich betreibe diesen Channel, ich rede über Sport, ich rede gerne über Religion, ich habe aber auch sehr kritische Fragen. Guck mal, ich würde dir eine Frage stellen, die mich auch so sehr gerne interessiert. Okay, vielleicht kannst du mich auch klären, weil so, dein Name, Liebe zu Hadith, ich gehe mal davon aus, dass du dich auskennst. So, meine Frage an dich jetzt, Oma. Okay, ich lasse dich die Frage fragen, ich werde die auch beantworten, wenn ich sie beantworten kann, inschallah. Ja, das ist nur eine Frage, ist nur eine Frage, aber danach möchte ich dir auch eine Frage stellen. Okay, wenn ich eine Antwort drauf habe, gerne. Inschallah. Guck mal, man, ich hatte das Thema seit Tagen gehabt, okay, zwecks 72 Jungfrauen im Himmel, etc., etc. Eine Frage an dich, wenn man jetzt als Märtyrer stirbt und wenn man jetzt im Namen von Allah stirbt oder wenn man nach Gender geht, im Himmelreich im Paradies, bekommen wir 72 Jungfrauen ja oder nein? Nein. Warum nein? Weil die Überlieferungskette unauthentisch ist. Es ist eine unauthentische Überlieferungskette. Gerechterweise muss ich sagen, es gibt Meinungsverschiedenheit unter den Hadith-Gelehrten. Eine Ansicht der Gelehrten sagt, die Kette ist akzeptabel und manche Gelehrter sagen tatsächlich, die Kette ist daif. Es gibt verschiedene, verschiedene Werke der Gelehrten, zum Beispiel wie von Ibn Hajjall al-Sqalani namens Tadhib wa Tahrrib oder Taqrib wa Tahrrib oder aber das ist ein hochgelehrter du weißt du schon was das ist ein hochgelehrter war das nicht sah ja ich muss noch mal erst mal erst mal erst mal ich kann dir mein siegel aufstellen legen okay es ist nicht in buchhari und es ist nicht in muslim erster punkt zweiter punkt auch wenn der allergrößte gelehrte sagt diese kette ist authentisch und 99 prozent sagen die kette ist schwach ist ist nicht authentisch nehmen wir diese ansicht der gelehrten warum weil der prophet muhammad sagte in der authentischen belieferung ein gelehrter richtig liegt wird er zweimal belohnt wenn er falsch liegt wird er einmal belohnt das bedeutet wenn er sich abmüht ein urteil zu fällen in der religion das ist haram das ist halal das ist authentisch das ist nicht authentisch und er richtig liegt wird er belohnt einmal dafür dass er sich abgemüht hat und zweitens dass er richtig lag wenn er aber falsch liegt und das sagt der prophet schon vor 1400 jahren dass ein gelehrter falsch liegen kann weil ein mensch ist dann wird er einmal belohnt dafür nur dass er sich abgemüht hat das ist möglich dass du sagst aber er ist doch ein gelehrter okay oder guck mal denn denn stelle ich guck mal das ist dann sehr 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 seltsam warum wir hatten wir hatten hier vor paar tagen jemanden gehabt guck mal was sie hier unten schreiben guck mal hier den moderator was sie machen guck mal unten warum wir schreiben die den norman lüge fragezeichen die aber bruder guck mal deine leute schreiben die sollen das nicht machen ihre meine können sie behalten sie brauchen nicht zu sagen hier und da ja 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 aber guck mal was deine leute schreiben guck mal was deine leute damit wir ein gutes bild für den islam zeigen bitte niemand soll die christlichen leute hier beleidigen niemand so er sagt dass du deinen christlichen mitbürgern meine meine üben meine lieben christliche community brüder und geschwister tut mir eine eingefallen zeigen wir einfach nächsten liebe nicht beleidigen leute leute ja ich weiß ihr würdet am liebsten alle hoch kommen ich sehe schon die anstragen hier aber leute können sie gerne hochkommt leute beruhigt euch ich weiß ganz genau ihr würdet am liebsten komplett eskalieren aber beruhigt euch leute alles habe ich deine frage beantwortet moment kummer 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 das heißt also die anderen muslime oder moslems die hier hochkommen und mir das sagen die lügen das sind die größten lügen habe ich nicht gesagt ans anscheinend verstehen sie die nehmen sie die ansicht der gelehrten gesagt ist authentisch aber der einzige der sich ausgehen den kennt sich ja gar keiner von den leuten hier aus ich frage manche christliche brüder von divers gott eine sagt jesus der andere sagt mir und als unitarier und die tage ist sowieso eine überlieferung jetzt müssen deine augen jahre ich habe meinungsverschieger in der gottes im gottes konzept und dann kommst du mit einer randzweig hadith kummer kummer um das gleiche könnte ich genau bei euch sagen der eine kommt sagt ja 72 und der andere sagen nein keine zwischen euch und uns ist dass wir hadith und hadith wissenschaft haben bei euch ihr habt nicht mal exegesen ihr sagt der heilige geist das brauchen wir auch nicht die bibel ist einfach zu verstehen wenn man sie in der monik doch wortwörtlich nehmen wenn es heißt das ist 105 von man kriegt oder 100 männer 100 frauen 100 bis kriegt man im paradies warum ist das jetzt metaphorisch und dass sie selbst erklärt ja aber das steht nicht so drin ich habe sogar zu dir gesagt wenn der dritte stehen würde hundert frauen du hast gesagt du lügst nicht das steht aber den matthäus hast dann falsch zitiert da heißt bitte hört zu an alle derjenige der hört zu es ist doch logisch derjenige der mutter vater ecker bruder schwester frauen du weißt du weißt hörst du jetzt halt dich fest in der luther bibel martin luther bibel und im eberfelder steht nicht mal frau drin es wurde sogar entfernt hör auf bitte bitte ich habe zwei versionen da und da steht genau das gleiche ich habe einmal den leder und einmal den schlachter da steht genau das was ich lesen habe okay glaubst du mir was für eine version ist das die martin luther anna und die eberfelder strahl das mal aus wir lesen ist zusammen okay ich versprochen ich zeigte gleich versprochen ich zeigte doch gleich warum ich muss noch der app aus ein screenshot macht und dann gezeigt aber ich habe eine frage erstmal an dich ja so ist die kinder in der bibel erlaubt die frage ist es ist ein befehl von gott gewesen oder war es ein hochrangiger oder war es sagen wir gott gebietet das nicht okay gott wird sein befehl niemals geben dass wir kinder heiraten dürfen okay warum hat also wenn es drin steht würde mich das extrem wundert das kenne ich gar nicht so das kenne ich sagen wir sagen wir er hat das nicht geboten aber er hat es auch gleichzeitig nicht kritisiert was für ein urteil ist das wieso kritisiert es müsste da genau stehen ob er wirklich sagt hey so ist es oder so ist es nicht es gibt kein so oder so oder so oder das ist wieder philosophie doch zu hohe lied kapitel 8 auf sich abzulenken bei allah du machst dich schlecht lenkt mich ab macht doch mal auf einfach das hat nichts mit ablenken zu tun da macht auf hohe lied kapitel 8 vers 8 okay du machst mich echt fertig aber guck mal sie haben hat mir eingefallen bitte fix bitte wir haben wir haben matthäus gelesen ich habe dir gesagt das ist nicht so weil es ist was ich verstehe das ist die wahrheit die ganze bibel ist wortwörtlich aber das ist metaphorisch ist warte warte ist der vers ich und der vater sind eins ist das ist das metaphorisch oh man bleiben bei einem thema wir bleiben jetzt erst mal eine nebenfrage ich hole das noch mal raus warte 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 ich hole es jetzt wir machen eins nach dem anderen eins nach dem anderen bitte bitte hör auf damit wir haben das schon mal gehabt und wir waren uns alle einig im channel mag man jetzt auf anstatt die ganze schlag mal auf in charla und zeig uns mal okay wir machen eins nach dem anderen so dass ich muss jetzt erst mal gucken das war seite 900 noch etwas ich ganz gerne noch mal vorlesen und ich sagte gar nicht brauchen wir nicht wochen wir nicht ist doch angeblich schon klar und wenn ich auch die lese ist jetzt vor warte 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 doch wir lesen das jetzt sagt der herr von jesus christus beschützen mein bruder so ganz so ganz kurz ich muss jetzt gucken das war jetzt in matthäus so ganz kurz das war matthäus 29 29 29 29 29 29 ok wir lesen den zusammen okay okay so ganz kurz also guck mal was deine moderator wieder macht was sagst du dazu warum was haben die denn jetzt wieder gemacht da steht wieder raum an lüb fragezeichen ich sehe das jetzt hier gerade nicht jetzt lass uns lesen ich guck gleich ich guck gleich also also matthäus 19 vers 29 29 ok 19 29 ok also wir fangen jetzt mal von vom lohn der nachfolge jesu das ist ja der ganze das die ganze bedeutung so das gucken wir jetzt mal da antwortete petrus und sprach zu ihm siehe wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt das wird uns dafür zuteil so leute wer hat jetzt das ist schon alles erklärt aber ok ich lese weiter ich lese weiter aber wir gehen dann wieder auf die 27 weil da ist alles schon erklärt mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen aber ich lese weiter jesu aber sprach zu ihm wahrlich ich sage euch ihr die ihr mir nachgefolgt seid werdet in der wiedergeburt wenn der sohn des der sohn des menschen auf den thron seiner herrlichkeit sitzen wird auch auf zwölf thronen sitzen und die zwölf stämme israels richten und jeder der häuser oder brüder oder schwestern oder vater oder mutter oder frau oder frau oder der kinder oder ecker verlassen hat um meines namens willen der wird es hundertfältig empfangen und das ewige leben erheben und das bezieht sich ganz genau auf die 27 da ist nichts mit wir kriegen 100 frauen wenn wir das leben hier verlassen ok jetzt bitte oder 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 ganz kurz ganz kann ich reden und da kann ich nicht gleich kannst du warte aber du hörst selber raus das hat hier nichts mit frauen zu tun das hat nichts mit wir kriegen 100 frauen im himmel zu tun 27 der 19 27 beweist es schon das sagen nichts das ist wenn wir jesu folgen was für ein belohnung was für eine belohnung wir bekommen wenn wir dort sind auch schon wir werden hundertfach dafür belohnt ok mit wiesern das mit frauen zu tun wasser gleich kannst du oder gleich gleich versprochen eine frage an dich was hat das jetzt mit frauen zu tun sei ehrlich zu mit dem bruder sei ehrlich was soll ich mal reden jetzt warum haust du ab die ganze erste stoffe reden okay so da wird das ewige leben kriegen stimmt wir werden das ewige leben kriege was ist das ewige leben die ewigkeit wir werden für immer und ehemisch das reichgottes stimmt das reichgottes wir werden das ist das paradies ist ja auch immer und ehemisch bei gott in diesseits wenn du im diesseits ja deine mutter dein vater deine ecker dein bruder deine schwester deine frau verlässt um gottes willen wie oft wirst du das im ewigen leben kriegen du wirst es hundertfach bekommen was werde ich hundertfach bekommen das ewige leben im paradies ist doch ganz klar aber die ewigkeit doch schon ewig ist sie ist doch nicht begrenzt auf eine hundert aber da steht und du kriegst das was du verlassen hast oder bruder bruder oder da wird hinschinen aktiviert werde ich erst mal reden dann bin ich schreibe man doch nicht falsch reden lass mich reden das heißt du kriegst es hundertfach das was du verlassen hast oder ja aber was hat das jetzt mit dem frauen und kinder und wenn du das leben hier verlässt was du verlassen hast wenn man hundertfach im ewigen leben kriegen stimmt das was du hier ablegst und du den herrn jesu christi volks wirst du hundertfach bekommen das heißt also das heißt also das ewige leben die gemeinde es geht um die gemeinde hier geht es nicht um frauen hier geht es nicht um kinder hundertfach zu bekommen nein das weißt du du kannst was sagen dazu kann ich was sagen dazu natürlich ok dankeschön so erstens das was du sagst steht da nicht das ist philosophie du sagst das wort erklärt sich selber erster punkt zweiter punkt ist dass du wenn ich die sage flex wenn du mir die 2 euro spendest für deinen herrn kriegst du es hundertfach zurück wie würdest du das verstehen damit belohnt dich gott mit viel viel mehr liebe und mit anderen sachen das hast du das heißt oder wenn ich nur das deutsche verständnis kann ich reden nicht rein reden ich habe auch ausgehen lassen oder das heißt wenn du deine zwei euro mir gibt es für gott dann kriegst du es hundertfach zurück das heißt 100 x 2 ist 200 euro ja aber nicht reden kann ich reden das bedeutet wenn du deine mutter den vater und alles was da drin steht lässt kriegst du das was du für gott gelassen hast weil das das logischste ist da weil du hast es ja quasi an gott gegeben dann kriegst du das was du unter bestimmten erschwernis für gott gelassen hast deine mutter den vater deine kinder und so weiter dann kriegst du genau das was du gelassen hast hundertfach im ewigen leben das bedeutet du kriegst das hundertfach im ewigen leben ganz einfach das erklärt die bibel der bibelvers oder warte warte und wenn du mit kommst jetzt mit ja das und dass das steht nicht da und wenn du warte und wenn du mir kommst mit einem gelehrten dann bist du der gesagt hat wir brauchen keine gelehrten das wort erklärt sich selber bitteschön oder du hast den text verstanden warum sagst du ja okay das heißt also warte du willst mir jetzt sagen dieser vers erklärt wenn wir jetzt kinder mit kinder fall hier jetzt guck mal diesmal und jeder der häuser und der brüder oder schwester oder vater oder mutter oder frau oder kinder oder ecker verlassen hat dann kriegst du das hundertfach du willst mit sagen wir kriegen hundertfache kinder wir kriegen hundertfache frauen so was machen wir damit gehen was machen wir damit eine bibel das musst du mir erklären du willst mir oder hör auf damit das ist der bibel also erklären mir was sollst du betonen es wird doch gleich erklärt der antwortete bild muss und sprach zu ihm siehe wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt für das ewige leben das ist doch ganz klar hier erklärt wo weiß was mein herr am koran sagt sagt ihre herz nicht augen und ihre ohren sind blick sondern das sagt an oder 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 warte 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 kann ich was sagen kann ich was sagen ich möchte ich möchte mit keinem schmerz nur mit ok moment moment langsam langsam ok langsam 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 liebe zwar dies gibt mir geben jetzt zwei minuten zwei minuten oben was möchtest du sagen also lasst den bitte nicht seine propagande abziehen wir werden im himmel in herrlichkeit neben gott sei nur das werden wir in im himmel in herrlichkeit neben gott ja unser himmel ist kein puff wo wir 72 jungfrauen haben die jeden tag zu neuen jungfrauen sind ein palmwedel eine frau die diesen palmwedel weg stecken kann wir werden in herrlichkeit neben gott sei so das ist unser paradies das habe ich ihnen erklärt die versuchen verzweifelt ihre ihre krankheit da oben zu legitimieren mit der bibel das geht nicht und gucken mal flexer wenn ich für meine mutter wenn ich meine mutter verlasse und zu jesus gehe habe ich im paradies 100 mütter was ist das für eine logik ja das habe ich das habe ich ja den oma erklärt aber ja eigentlich muss ich dazu ja nicht viel sagen um mann hat das erzieht nur durch er macht nur propaganda wir können gerne über den palmenwiedel reden wir müssen sehr respektvoll sein jetzt stimmst du dich kurz wir lassen den oma reden ganz kurz okay so jetzt umarbeiter damit das auch friedlich abläuft alles dankeschön das was er gerade gesagt hat steht nicht im vers das was er gerade gesagt hat steht nicht im vers aber das ist das leben nein 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 die erklärung hat die wörter erklären ich doch selber du machst philosophie das sagst du es mit einem gemeint das ist philosophie egal wie du es tritt und wenn das da steht nirgendwo ist ganz kurz ganz kurz ganz gut als einer weil ihr sagt weil jetzt durfte ich mir darf ich auch meine frage stellen so ich habe meine frage jetzt habe deine frage beantwortet flex das ist deine eigene interpretation das weißt du schon du legst etwas in den versen ich nehme es wortwörtlich du legst etwas rein so jetzt will ich was wissen okay so bin ich ausweichen kann ich lassen wenn wir männer sind mit wenn man männer miteinander reden muss man sich aussprechen lassen obern ich weiß es ist schwer für dich oder ich weiß deswegen bleibt lieber gestimmt und erklärt mir bitte eine weitere frage die ich jetzt mir natürlich auch mehr das die erlaubnis nehme das zu sagen weil ich bin im fleck seinem stream hat mir gesagt ich darf meine frage fragen stimmt flex ja natürlich fragt fragt wenn du es dann ist der frage super okay dass der jesus ist der christen nächstenliebe jesus ist der nächstenliebe hat uns gelehrt nächstenliebe und so weiter und so fort stimmt also das ist richtig ja nächstenliebe genau okay okay super und die glauben sowohl wie muslima als auch die christen glauben daran ja glauben daran dass jesus wiederkommen wird auf die erde stimmt das ist richtig dazu werde ich sie gleich was sagen aber ja ja so dann frage ich mich wenn jesus liebe ist warum wird dann offenbarung kapitel 2 vers 22 bis 23 kleine kinder töten er lässt kleine kinder töten rechnen sagt mir die erklärung für den hat ich will ja ich möchte ich rede mit flex okay moment wir gehen auf diesen fest ist doch kein problem ich lesen ich habe gehen hochkommen nur wegen dir nicht wegen ihnen so alles gut alles vor ja dann geht mir mal bitte den vers wo offenbarung kapitel 2 offenbarung kapitel 2 ok langsam als am anderen ok ich schlag hier auf und dann offenbarung ist ja sowieso hier die letzte seite offenbarung kapitel 2 vers 22 bis 23 bis 22 bis 23 ok siehe ich werde sie auf einen krankenbett und die welche mit mir ehebrechen in große drangsal wenn sie nicht muse tun über ihre werke ja wenn sie nicht muse tun das ist doch ganz klar ok ok warte 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 weiter ich lese weiter ich lese weiter oder das ist an die gemeinde der theater genannt und die haben opfer gebracht die haben kinder geopfert und das ist an die familie von isabel die haben menschenopfer gemacht eine Frage warte doch mal bitte warte doch mal bitte guck mal ich bin sehr entspannt du siehst ja ich bin die ganze zeit entspannt guck mal ich hätte eine frage an dich um war hast du die offenbarung hast du die offenbarung hast du die offenbarung ja bitte was ist denn jetzt weiter ich habe doch mal kurz da darf ich nicht meine frage stellen nein es ist noch mein punkt noch lief weiter ich weiß ich weiß es ist dein punkt ich akzeptiere diesen punkt ich frage dich aber gerade hast du aber wartet doch um hast du die offenbarung hast du die offenbarung wer ist zwei komplett durchgelesen ich habe alles durchgelesen ja da bitte ja also was hast du denn da verstanden um was geht es da so oder ist ja nicht meint von stadt und ich erkläre also hört zu noch einmal da hat er noch einmal gehe ich runter warte was ist die gemeinde dazu gebracht ich erkläre es doch er hat doch gesagt ich rede mit ihnen nicht mit dir geht in diesem klasse ich rede mit den finger auf uns zeigen du hast genannt ich erkläre es dir und dann gehen wir wieder zurück zum paradies und schauen uns die palmenwälder von uns an leckste warte 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 bitte leute wartet alle beide ist neu das ist neutralität ich sag doch so da heißt es jesus und ließ weiter damit alle sehen dass das da drin steht jesus wenn er kommt wird da die leute auf das kranken wenn ich die leute es geht um eine frau isabel die die gemeinde dazu gebracht hat menschenopfer zu machen es geht um ist die wahrheit kommt jetzt ans licht die wahrheit wird jetzt ans licht kommen so oder ganz oben an wen das gerichtet ist nicht an die gemeinde der theater nur an die gemeinde ok ganz gut ganz ganz gechillt bleiben so das ist das senden schreiben an die gemeinde von ephesus ok es ist wirklich an die gemeinde ok jetzt lesen wir jetzt bin ich mal ganz gespannt also ich muss lesen leute wenn ihr dazwischen redet dann komme ich durcheinander hier steht es auch ich habe genau fünf prozent also 22 bis 23 bitte ich will über euren palmenwedel im paradies reden ich lese ab 18 ok ich lese ab 18 oh mein gott hier steht es geht um die gemeinde aber ok wir lesen alles gut alles gut wir werden trotzdem lesen es geht an die gemeinde hier jetzt warten wir erstmal auf ihm und dann schauen wir mal schauen wir mal lass den bitte keine propaganda machen die ihre lügen verbreiten alles gut sei ruhig sei ruhig erklärt mir warum kein jesus keine kindertürte warte die die schriften lügen nicht jetzt lesen wir einfach alles gut immer mit der ruhe ok kann ich lesen kann ich lesen ja dies ok also ob es auch kurz sein sein weil sonst ich komme nicht voran und dem engel der gemeinde in teiter theater schreibe das sagt der sohn gottes der augen hat wie eine feuerflamme und dessen füße schimmernden erzgleichen ich kenne deine werke und deine liebe und deinen dienst und deinen glauben und dein standhaftes ausharren und ich weiß dass deine letzten werke mehr sind als die ersten aber ich habe ein weg weniges gegen dich dass du zulässt dass die frau isabel die sich eine prophetin nennt meine knechten lehrt und verführt und sucht zu treiben und götzen opfer zu götzen opfer zu essen ok oder die haben menschen geopfert an die kann ich weiß ich weiß ich lese das auch gerade raus alles gut ich lese es die haben götzen ich weiß ich lese es ja auch raus ich gab ihr zeit buze zu tun ich gab ihr zeit buze zu tun so gott hat ihre zeit gegen buze zu tun ok ihre unzucht und sie hat nicht buze getan sie haben trotzdem nicht buze getan so sie ich werfe sie auf mein krankenbett und die welche mit mir ehe brechen in große drangsal wenn sie nicht buze tun über ihre werke über ihre teuflischen werke das sind teuflische werke was getan und gott wirft weiter einfach zu verstehen da müssen wir nicht viel philosophie weiter und ihre kinder will ich mit dem tod schlagen und alle gemeinden werden erkennen dass ich es bin der nieren und herzen erforscht und ich werde jedem einzelnen von euch geben nach seinen werken euch aber sage ich und im übrigen interaktiere all denen die diese lehre nicht haben und die nicht die tiefsten des satans erkannt haben den tiefsten des satans erkannt haben und das ist ja die menschen geopfert die haben die erleuchtung gottes nicht erkannt das wird ganz normal erklärt hier ok welche kinder werden getötet ich habe es gerade vorgelesen beantwortet ich habe drei prozent welche kinder werden getötet ja dann antworte mir welche kinder werden getötet dann die kinder von isabel die kinder was können die kinder dafür die freundin mal hat warte mal guck mal diese doppelmorale guck mal dieses gesicht an hat allah bei der sinnflut keine kinder hat allah bei der sinnflut keine kinder getötet oder was was für eine doppelmorale warte warte es heißt das ist einfach zu verstehen das ist so dass sie zu verstehen was da stehen kinder dafür sind die mit der unzucht geboren sind hat allah bei der sinnflut keine unschuldige kinder umgebracht oder was bekommen hat wie kannst du sowas angreifen du lösst ich sag noch einmal wo steht das wo steht das wo steht das wo steht das die unheerliche kinder hatte oh man hast du gesehen wie er lügt oder lass guck mal allah hat bei der sinnflut allah hat bei der sinnflut unschuldige kinder umgebracht oder jesus hat ein urteil über eine frau gesprochen die kinder geopfert haben kinder gegessen haben und bruder der ist vom paradies aus das ist ein paradies thema bleiben müssen weil ich wollte zeigen wir haben den vers ganz normal verstanden es geht hier das ist für mich ist schon anstrengend geworden ich bin ehrlich das ist so einfach zu verstehen und wer es oder lassen sagen oder wisst ihr was leute schaut jetzt pass auf wir sind kinder gottes sind wir kleine kinder hört mal alle zu ihr 418 zuschauer wir sind kinder gottes sind wir kinder ich weiß bei euch im koran steht nichts von kinder gottes weil vater zu allah zu sagen ist haram aber bei uns wir sind kinder gottes und was hier in diesem brief gemeint ist in offen in der offenbarung gemeint ist ist dass dies die kinder von isabel sind also nicht kinder wort im wortwörtlichen sinn sondern die gefolgschaft von ihr das war's leute mic drop dankeschön dankeschön mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen weil guck mal das ding ist es ist doch ganz einfach zu verstehen guck mal leute ich lese das nochmal vor jeder der die deutsche sprache versteht weiß von was ich rede so ich lese nochmal vor an die ganze gemeinde hier und dem engel der gemeinde in thiatira schreiben das sagt der sohn gottes der augen hat wie ein feuerflamme und dessen füße schimmernden erzgleichen so leute jetzt haltet euch fest ich kenne deine werke und deine liebe und deinen dienst und dein glauben und dein standhaftes aussagen und ich weiß dass dein letzt deine letzten werke mehr sind als die ersten so jetzt kommt aber ich habe ein wenig gegen dich dass du es zulässt dass die frau isabel leute haltet euch fest was ich jetzt sage dass die frau isabel die sich ein propheten nennt diese frau isabel nennt sich einem propheten nennt meine knechten lehrt und verführt sie verführt den knechten ja unzucht zu treiben natürlich wird gotter sauer und böse ist doch logisch leute liest ihr müsst ihr müsst ihr müsst die texte verstehen das ist einfach zu verstehen was da drin steht und dann sagen sie lüge lüge das ist klipp und klar die aus wie hier ist klipp und klar die beschreibung flexer nein flexer du kriegst 100 mütter im paradies kriegst du du kriegst paradies 100 mütter guck mal wie die über unsere schriften lügen ich könnte explodieren ja kommt zum beispiel auch suche 54 warte leute warte leute noch mal die ganze community ganz kurz leute hört mal zu das ist so krass dieser text erklärt ja schon alles guck mal aber hier aber ich habe ein wenig gegen dich dass du es zulässt dass diese frau isabel die sich eine prophetin nennt diese frau isabel hat sich eine prophetin genannt okay jetzt hör zu meine knechten sie also diese propheten lernt die knechten zu verführen und unzucht zu treiben und götzen opfer zu essen das ist einfach zu verstehen dass der herr sauer wird das ist so einfach zu verstehen und bruderherz bruderherz das ist so einfach zu verstehen das ist dann die noge wenn die überhaupt mit sowas kommen äh sagt denen hat Allah keinen unschuldigen menschen bei der sinnflut getötet oder was oder hat er die Kinder rausgepickt nicht nur bei der sinnflut der hat auch ein ganzes volk ausgelöst im super 54 welchen war das 33 bis 38 Leute an die ganze christliche community habt ihr verstanden was ich gesagt habe habt ihr verstanden was ich gelesen habe bitte gib mir ein ja oder nein wer es nicht verstanden hat den hole ich wohne gib mir bitte ein ja wer es verstanden hat so ein heuchter dieser lieben zu machen ja extrem lügner der ist ein gefährlicher lügner extrem lügner bitte gib mir ein ja der der es verstanden hat bruder die sind Wölfe im Schafspelz Wölfe im Schafspelz sage ich dir Wölfe im Schafspelz die sind nie freundlich zu dir aber ich wollte ihnen noch ein Hadith geben schade dass er abgehauen ist es gibt nämlich ein Hadith wo man befohlen hat Mohammed seine Unterwäsche zu waschen und das Wasser zu trinken dieser Hadith ist authentisch vielleicht hätte er mir das erklären können aber jetzt ist er weg gottes segen als allererstes und ging es um die kinder isabels ich lese es noch mal vor Entweder wir Christen sind zu dumm um es zu lesen aber ich lese es noch mal vor also es ist so simpel die deutsche sprache zu verstehen ich beherrsche die sprache also ich wiederhole mich noch mal Moment stimmt euch kurz alle ich lese vor und sagt mir bitte ob ich was falsches gesagt habe okay ich lese diesen vers noch mal vor okay es sind alle kurz stummen aber ich habe ein weniges gegen dich dass du es zulässt dass diese frau isabel die sich eine prophetin nennt diese frau isabel nennt sich also eine prophetin okay meine knechten lehrt und verführt unzucht zu treiben und götzenopfer zu essen so diese diese isabel diese falsche prophetin lehrt lehrt uns götzenopfer zu essen okay unzucht zu treiben Bruder sie haben die Menschen geopfert Menschen geopfert genau wer versteht das was ich gesagt habe also ich habe es verstanden und wie es kipptok sehr gut erklärt hat was ich auch falsch gemacht habe Dankeschön kipptok mein Bruder mit Kinder isabel sind ihre Gefolgschaft genannt ich genau genau sehr schön dass man hier was sagen kann genau das wollte ich sagen Leute ganz kurz Leute ganz kurz Leute ganz kurz Leute ich muss euch kurz stummeln ganz kurz ganz kurz darkness du kannst reden meine Brüder ihr müsst nur kurz Geduld haben bitte also ich möchte jetzt auch mal was loswerden weil ich denke wir haben hier auf der Welt genug andere Probleme als dass wir uns über Gott streiten kick die raus am besten ok warte nein nein lass die lass die reden ich kick dich gleich du also keine Beleidigungen hier keine Beleidigungen bitte hier alle kurz stummeln stummt euch mal alle kurz bitte ganz kurz ich bin ich bin einfach der Meinung dass jeder hat seine eigene Religion und danach soll er leben ist doch ich habe mal eine Frage an dich Dagnis Dagnis ich habe eine Frage an dich bist du bist du muslimer nein ok was bist du ich bin Katholikin du bist Katholikin ok ich werde Leute stummt euch mal bitte kurz ja aber danach will ich auch bitte was sagen stummt euch mal kurz so Dagnis was hast du bitte für eine Frage abgesehen davon die Welt und die schöne Welt und Probleme was ist denn deine Frage nein nix es gibt keine schöne Welt mehr ok aber was ist denn deine Frage was ist denn deine Frage wenn ich fragte meine Frage ist warum dass man sich immer über Religion streiten muss nein hier gibt es keinen Streit sondern wir lesen etwas und verstehen und versuchen etwas zu verstehen was wir da lesen darum geht es gerade das war es du liest aus dem Koran nein ich lese sag mal hörst du überhaupt zu liest du aus der Bibel das ist nicht dein Ernst gerade ist es dein Ernst ja ich mein Ernst namens Christin ganz einfach du kennst wundert wundert ich bin doch noch nicht lange hier hallo ich hab doch nur ok es geht hier es geht hier um die Bibel alles gut es geht hier um die Bibel ja 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 was hast du denn für eine Frage stell mir ruhig eine Frage ist alles gut jetzt traue ich mich nicht mehr Jungs bitte bitte namens Christin lauwarm Gott mag keine lauwarmen hört auf bitte weißt du was Gott ist überall Gott ist überall in jeder Blume in jedem Stein überall bei einer aucer da bist du keine Katholikin das ist wahr das ist falsch dann leured dann ist doch dann ist Gott in der Toilette ist in der Toilette in der Toilette in der Natur in der Natur Gott sagt auch du musst nicht du musst nicht in ein Christen gebautes Haus gehen um zu beten du kannst überall bieten Ok ich hab eine Frage Leute Stund euch mal ganz kurz Leute stund euch mal ganz kurz Smoke eine Frage Also wenn du ja Katholikin bist, warum nennst du dich Darkness? Ja, das hat was zu tun mit dem, dass ich einfach momentan in einer sehr schwierigen Lebensphase bin. Aber dann nennt man sich nicht Darkness. Manchmal noch. Nein, denn ist dein Glaube sehr schwach zu machen. Nein, was hat mein Name mit meinem Glauben zu tun? Kommt euch mal Leute ganz kurz, ich werde mit dir reden, alles gut. Was hat der Name mit dem Glauben zu tun? Aber wieso darfst du das? Ich kann mich ja auch Suppensepp nennen. Oder wie viele andere Namen gibt es denn hier noch? Was hat der Name mit dem Glauben gar nichts zu tun? Schwester, Schwester, du bist sehr verwirrt. Kann ich mehr sagen. Okay, guck mal, Darkness, das was du gerade redest, das ist nicht der Glauben von den Katholiken und das ist auch kein christlicher Glaube. Das was du gerade sagst, dass Gott über alles niederpflanzt und dies und das, das nennt man, wie nennt man das irgendwas mit, hey, ich kann es da halt nicht aussprechen. Das ist eine ganz andere Religion, das ist nicht der Christentum. Lies bitte die Bibel, dann lies die Bibel und lies sie mal richtig. Das ist nicht der Christentum, von was du redest, das ist nicht der Christentum. Muss ich in einer Kirche gehen, um zu beten? Nein. Also, kann ich überall beten? Darkness, Darkness, alles gut, nenn mir bitte die sieben Sakramente. Weißt du, meine Oma hat sogar auf dem Klo gebetet. Ja, sehr respektvoll. Ja, was hat denn das, das hat mit Respekt gar nichts zu tun. Das hat mit Respekt gar nichts zu tun, sehr respektvoll, Darkness. Alles gut. Okay, Darkness, hast du sonst noch eine Frage? Nein, und ich glaube, ich gehe jetzt auch lieber. Okay, ich wünsche dir trotzdem Gottes Segen und ja, schönen Tag noch. Wünsche ich dir auch, danke dir. Ich sollte mal den Haus aus schlafen. Okay, Broice, danke schön für den Geschenk. Darf ich mal kurz zu den vorherigen Themen, was sagen zu den, zu Isabel? Ja. Ganz einfach, mit den Kindern, Isabel sind die Nachfolger und die Jünger gemeint, sind nicht Kinder, wortwörtlich Kinder gemeint, ganz einfach. Hm. Oh, Leute, Leute, das ist echt schwierig, also mit manchen Menschen zu reden, also wow. Also, das Ding ist, ich möchte ja den, den Liebe zu Addis ja nicht schlecht reden, aber wir lesen kripplich da. Ja. Brüder, ich weiß nicht. Ja, Toni. Ihr könnt reden. Es gibt einen Addis, wo, man darf im Himmel seine Cousine, seine Tante, alles, alles wegrammen, außer seine Mutter. Kennt ihr den Addis? Nein, nein. Aber ganz kurz an die Leute. Ich schwöre bei Gott, wenn der Bruder Ali hochkommt, wahre Glaube, der hat die Quelle, der Bruder Ali, oder einige Brüder, die diese Quelle haben. Du darfst alles wegrammen, außer Mutter und Schwester, aber sonst, Tante, Cousine, alles darfst du wegrammen. Ganz kurz an die Leute, ganz kurz Leute, wo ich gerade eben unten war, im Chat, da habe ich Flexer nicht gesehen. Also, die Leute in den Chat, seht ihr Flexer oder habt ihr auch kein Bild, weil bei mir war da kein Bild. Mein lieber Toni, das sollte dich gar nicht wundern, denn selber in zwei Hadithen, in einem steht, dass es Mohammed mit einem Kamel getrieben hat und in einem anderen mit einer Ziege. Darum wundert dich sowas gar nicht. Alles Mögliche kannst du. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, das meinte ich doch, weil sie meinen, es gibt keine Insel. Schöne guten Label, die sehen dich nicht, Flexer, die sehen dich nicht, mach mal deine Kamera an und aus. Okay, okay, ganz kurz, ganz kurz, wenn ihr mich nicht seht. Jetzt seht ihr mich wieder? Mach auf, danke schön. Seht ihr mich wieder? Ich, also, ich schon, aber die Leute im Chat halt. Ja, wir sehen dich. Ja, jetzt sehen sie dich. Okay, die Leute, die Leute sehen mich wieder. Okay, ganz kurz, Leute, bevor wir hier wieder reden. DevJ, erstmal Gottes Segen, wie geht es dir? Was hast du denn für eine Frage? Sehr schön und guten Abend. Dir das Gleiche. Ich habe nur eine kurze Frage. Ich möchte mich nicht über den Islam unterhalten. Ich habe eine Frage an die Bibel. Es geht darum, Maria Magdalena sollte ja gesteinigt werden, weil sie ja die Erreiterin war. Und Jesus kam ja und hat dann zu ihr gesagt, wer ohne Sünde ist, der schmeiße den ersten Stein. Wer würfelt den ersten Stein, ja. Wenn wir dann in die Offenbarung des Johannes gehen, dann sehen wir, dass der siebte Engel alle Menschen ausgelöscht hat, die gerade die Ehebrecherin, die Götzenanbeter, die Diebe, die Vergewaltiger. Und die, wo er nicht getötet hat, die, wo er nicht getötet hat, der siebte Engel, da hat Jesus mit seinen feuerroten Augen und mit dem Schwert aus seinem Munde den Rest der Menschheit getötet. Und meine Frage ist, wenn Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist, warum hat er alles getötet? Hast du überhaupt alles verstanden, was du auch da gelesen hast? Ich habe es komplett zweimal durchgelesen. Das ist Horror schon. Um was geht es denn da? Es geht um das Endgericht. Es geht um das Endgericht. Aber der Gott ist nicht barmherzig. Okay, ich frage dich diese Frage noch einmal. Du hast es ja zweimal durchgelesen, sagst du. Auf jeden Fall, ja. Was tut Gott denn richten an dir? Was du da gesagt hast, okay, aber was tut Gott denn richten in der Offenbarung? Wir haben ja hier einmal über Isabel, die falsche Prophetin, etc., was der Herr macht, etc. Aber meine Frage ist, was hast du denn da verstanden, was der Herr alles macht in der Offenbarung? Guck mal, ich hatte ja zuerst eine Frage, wo mich... Ich frage dich noch einmal. Ja, ich antworte dir. Pass auf. Er hat die Leute bestraft, die wo Götzner... Also du hast es zweimal gelesen, aber Maria Magdalena, okay. Nein, das steht am Tränen. Du musst zuhören, du musst zuhören, ich belehre euch, ich lerne euch was. Also, er hat Ikonen, die Leute, die Christen, die wo Bilder anbeten und Kreuze und Ikonen, die wo, so wie ihr das macht, die hat er bestraft und getötet. Das heißt, er meint euch... Götznerinbeter, meinst du? Okay, David Jay, alles gut. Er meint euch hier... Ich würde mich erst mal... Und Jesus hat diese Leute wie euch alle... Alles gut, David Jay, ich würde mich erst mal fragen... Ihr seid Ikonenanbeter, Götznerinbeter und Bildanbeter. Danke für die Beleidigung, danke schön. Mein Bruder, schmeiß ihn weg. Danke, danke für die Beleidigung. Wir sollen erst mal gucken, wieso Allah sein Land macht. Wir sind Ikonenanbeter, wir sind Götznerinbeter, wir beten auch Steine an, wir küssen auch Steine. Ja, wahrscheinlich. Wir laufen sie mit dem Mal um den Würfel herum. Ja, und der Stein vergibt Sünden, ganz wichtig. Das ist sehr, sehr seltsam, das ist sehr, sehr seltsam, dass er meine Frage... Sehr seltsam, dass er nicht darauf eingeht, was ich ihn gefragt habe, aber okay. Er redet von Maria Magdalena, Maria Magdalena, Offenbarung, Köpfen von... Was redet der da überhaupt? Oh man, oh man. Und er will uns auf was beibringen. Er will uns auf den Lern. Er will uns auf was beibringen. Er weiß selber nicht, was er glaubt. Komm, was einer, zwei, ein Mosle. Interessant ist, dass die Offenbarung nimmt, Offenbarung, selbst die großen Leute, die Theologie und so weiter studiert haben, studiere noch mal die Offenbarung, weil die Offenbarung kann man nicht so verstehen. Ja, das ist echt schwierig. Ist sehr schwierig. Sag hallo. Sag hallo, Schatz. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Voll die Süße. Hey, hier ist Flex. Hier ist Onkel Flex. Sag hallo. Ja, siehst du, bei dir glöchelt er wenigstens, Bruder. Da sieht direkt die Freude und das Herzliche im Gesicht, Bruder. Wo muss es sein? Da setzt du so einen hin, der aus dem Keller spricht, aus den Kellermoscheen. Da laufen die Kinder weg, Bruder. Oh Gott. Voll süß, voll süß. Wie alt ist denn deine Tochter? Dankeschön, Bruder, Herz. Das ist mein Sohn. Der wird, der hat, am Montag wird er drei Jahre alt. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, Mann. Dankeschön, Bruder. Möge Gott ihn bereichern mit ganz viel Liebe. Mit ganz, ganz viel Liebe. Dankeschön, Dankeschön, Bruder. Guck mal, hier muss die, da unten, du kleiner Verfluchter. Ich schneide deiner Mutter den Kopf ab, du kleiner Erbitte, Bruder. Guck mal, was ihr schreiben, Bruder. Guck mal, was ihr schreibt mir direkt. Nein, Bruder, Bruder. Guck mal, was ihr mir schreibt, bitte. Sorry, Bruder. Es tut mir leid für den Ausreden. Nein, was hat er geschrieben? Bruder, chill, 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 chill. Chill, was dann passiert? Nein, nein, nicht mehr, Bruder. Chill, Bruder, chill. Chill. Alles Gute, Mann. Es ist über Kinder, die beleidigen sich über Kinder. Ja, wir dürfen... Kann man fährenlos sein? Ja, das ist der ist wahr. Wir haben tausend Dämonen in sich, Bruder. Die sind dämonisiert. Von Kopf bis Fuß, voll mit Dämonen. Deswegen beruhigt euch, Leute. Wir sind richtig, richtige Männer. Wir dürfen uns nicht aufregen. Einfach ganz lange Christ. Der eine, der heißt Christ, kannst du den hochholen? Wer? Der heißt Christ. Okay, ich hole mal die Leute eins nach dem anderen hoch. Gott ist Segen. Hi, also ich bin Moslem, ne? Sorry, es tut mir leid, ich entschuldige mich auch bei Ihnen noch mal. Entschuldigung für den Ausdruck, Bruder. Aber wenn du mein Kind beleidigt denkst, dass ich mein Kind sagen will, tut mir leid, Bruder, so platzisch. Ja, alles gut, Bruder. Entschuldigt mir vom ganzen Herzen, ich tut mir leid, Flexer, Bruder. Es tut mir sehr, sehr leid, Flexer, vor allem noch bei den Rest hier von den Jungs. Entschuldigung. Ich habe eine Frage, ich habe eine Frage. Verständlich, das ist ein Kind, man. Jetzt lass doch mal den Kuss reden, Leute. Also, ich bin ja selber Moslem. Leute, hört mir nur kurz zu, ganz kurz, hört mir nur kurz zu. Wir müssen das jetzt so machen, damit das sehr, sehr gemütlich wird, weil sonst das ist ein Durcheinander, Leute. Wenn einer redet, wenn einer angefangen hat zu reden, Leute, bitte lasst diese Person ausreden. Und ansonsten... Ich habe eine Frage, also ich bin ja selber Muslim. Und ich frage mich... Ich bin ja selber Muslim, ich habe den Account von einem Kollegen bekommen. Und ich frage mich ja selber, warum steht bei euch, rühm mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weil er noch geblieben ist. Weil er noch geblieben bin ich. Weil er noch ein Mensch gibt, aber das ist... Das ist nach der Kreuzigung. Du bist ja noch geblieben bei dir. Aber das ist ja nach der Kreuzigung. Das hast du, das hast du vom Problem, das alles selbst. Du bist ja noch geblieben bei dir. Jussef, komm mal, ob es im Richtlinikum kommt rein. Jussef, sehr leise, Jussef. Wer ist Jussef? Wer ist Jussef? Habu Hamza. Wer ist der Bruder? Echt jetzt? Ja. Das war mein anderer Account. Wirklich schade, dass du mich nicht hochgeholt hast, als er da war. Weil schau mal, damals, wo ich in dem Stream da war mit ihm... Hi Jungs. Da war er, da war Hamdi, da waren sechs andere Leute. Da hat er sich nicht so darüber... Jetzt hat er gerade gesagt, ich will nicht gegen mehrere auf einmal sprechen, aber als ich bei denen im Stream war mit Hamdi und sechs anderen. Da war es kein Problem. Was für ein Heuchler. Richtig Heuchler. Guck mal Leute, ganz kurz an die ganze Community. Leute, ihr wisst ganz genau, ihr seid bei Netflix TV. Ja, das ist besser wie Netflix, ja. Wisst ihr, was ihr machen könnt, Leute? Schenkt mir doch bitte einmal diese Liebe und lasst uns mal diese 100k mal voll machen. Wenn jeder wenigstens 200 Likes geben würde von euch. Alle, alle, einmal, Leute. Kommt schon mal an. Guck mal, Flex, ich schenke dir... Ist das eure Liebe, was ihr mir schenkt? Hallo? Ich schenke dir jetzt Liebe sogar mit Flammen. Mit Feuer schenke ich dir Liebe gleich. Ja. Hier, Bruder. Oder mit Flammen sogar. Von mir aus mit Flammen. Mega. Ich bin ein bisschen verwirrt. Was ist das mit diesem Christia? Oh je. Käppi, Käppi in der Haus. Danke, Micky Montana. Liebe geht raus. Soll Gott euch mit so viel belohnen. So viel wie möglich. So viel wie es geht, Leute. Soll euch Gott alle belohnen. Alle, die hier drin sind. Und durch euch wächst dieser Channel, Leute. Wirklich ehrlich. Ihr seid die Besten. Wirklich. Ohne Spaß. Da bedanke ich mich nochmal. Hallo. Schönen guten Abend. Hallo. Gott zu sehen. Danke, dass du mich mal hochgeholt hast. Ich hatte da auch so ein Anliegen, was ich dringend loswerden wollte. Schieß los, Schwester. Ja, super. Danke dir. Und zwar habe ich jetzt dein Life so ein bisschen mitverfolgt und merke immer wieder, wie Menschen hochkommen und sich quasi immer einen Satz oder einen Teil in der Bibel aussuchen und dann darauf behauen, dass man darauf eine Antwort geben soll. Und dann heißt es ja immer, ja, es steht ja wörtlich so geschrieben. Also muss ich das ja genauso verstehen. Und da liegt mein Anliegen, was viele nicht verstehen, ist, dass man die Bibel einfach menschlich auch nicht verstehen kann. Ich bin selber Christin. Ich komme aus dem christlichen Elternhaus. Mein Vater selber ist Prediger. Es ist einfach so, dass Gott nicht menschlich ist, sondern Gott ist Geist. Und alles, was im Geiste passiert, muss man auch im Geiste verstehen. Das heißt, ein normaler Mensch, jetzt nehmen wir an, wie unser Bruder der Moslem ist, der jetzt einfach in der Bibel liest. Bevor du die Bibel liest, brauchst du eigentlich die Kraft des Heiligen Geistes, um zu verstehen, was darin steht. Es gibt Geschichten, die passiert sind, die die Menschen bezeugen. Die kann man auch so durchlesen wie ein Buch. Aber dann gibt es einfach Passagen oder Teile in der Bibel, die du nicht wie ein normaler Mensch durchrattern kannst, indem du das so liest, sondern du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes, dass er dir einiges offenbart. Und das machen unsere Brüder nicht. Um eben diese Kraft des Heiligen Geistes zu bekommen, musst du erst in Kontakt treten mit Gott. Gott ist derjenige, der in dem Augenblick in der Bibel steht, wo ein oder zwei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter diesen Personen. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Bibel aufmache als Christin, meinen Herrn, bitte, ich möchte jetzt hier in der Bibel lesen, Gott offenbare mir, dann wird er mir auch Sachen offenbaren. Nur du als Außenstehender sagen wir jetzt mal so, du bist kein Christ. Du hast keine Beziehung, keine Bindung mit Gott, erwartest aber wenn du die Bibel liest, dass er dir was offenbart. Das ist ja gar nicht möglich. Worauf ich eingehen möchte ist, als Menschen haben wir eine automatische Verbindung zu Gott, weil wir seine Geschöpfe sind, weil er uns erschaffen hat. Aber als Christen haben wir nicht nur die Bindung, die automatische Bindung, weil wir seine Geschöpfe sind, sondern wir haben auch eine gewisse Beziehung zu ihm. Richtig. Was sagt du Schatz? Und das ist das, was ihm außenstehende fehlt. Sie sind Gottes Schöpfung, aber die haben mit ihm sozusagen gar nichts zu tun. Die suchen die Beziehung zu ihm gar nicht, haben aber Fragen, die er beantworten soll, wie so ein Djinn oder wie ein Zauberer oder was auch immer, suchen aber nicht ernsthaft nach ihm. Wie soll er sich zeigen lassen, wenn ihr nicht nach ihm sucht? Er sagte selber, klopft, ich werde aufmachen, sucht, ihr werdet finden, ruft und ich werde euch erhöhen. Machen die nicht. Nehmen irgendwo einen Kontext und sagen, hey, in eurer Bibel steht es doch das und das und das. Und wenn dann mal jemand, der wirklich Gottes Geist hat, den Gott auch dieser Bibelfers offenbart hat, versuchen wir es dem zu erklären, können sie es gar nicht verstehen, weil in dem Moment sind unsere Geister einfach nicht auf dem selben Level. Dein Geist, die Bibel sagt, guck mal, es ist so, als Christen haben wir auch verschiedene Stadien. Das heißt, es gibt Christen unter uns, die sind vielleicht noch so Babys, die auch Babynahrung kriegen. Dann gibt es Christen, die schon etwas erweiterter sind, die etwas festere Nahrung bekommen und es gibt Leute, die wirklich gefestigt sind. es gibt Stadien. Genauso wie man nicht direkt mit der achten Klasse oder mit der Realschule anfängt, sondern wirklich mit Kindergarten, dann erste Klasse, zweite Klasse. Genauso ist es im Christentum. Du wächst mit der Beziehung zu Gott, wächst in dem Glauben. Guck mal, was ich dir dazu sagen kann, zum Beispiel habe ich ja vorhin was vorgelesen, es war ganz einfach zu verstehen. Danke, es war ganz einfach zu verstehen, was ich vorgelesen habe, aber der Oma wollte es nicht annehmen. Ja, es war ja ganz klipp und klar, dass diese Isabel eine falsche Prophetin ist und dass der Herr sauer über diese falschen Propheten ist. Das ist doch ganz klar, was der Herr mit so solchen, sagen wir mal, Geschöpfe macht. Ja, und das habe ich dann auch erklärt, aber er wollte das nicht annehmen. Und ich finde, du hast es jetzt gerade auf einen Punkt gebracht. Ja. Du musst die Schriften lesen und verstehen. Manchmal kann man es nicht verstehen. Na klar, wenn du, sagen wir mal, so wie du es gerade gesagt hast, einen bösen Geist Indias oder einen Djinn oder deine Ohren sind zugeklebt, ja, weil der Satan zu dir spricht, damit du das nicht verstehst, ist doch klar. Genau, das habe ich gemeint. Er war in dem Moment, also wir können vielen Menschen da draußen die Bibel versuchen zu erklären, aber wenn sie nicht auf demselben Level sind, dann ist es einfach schwierig. Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Und wenn du sagst, es ist einfach zu verstehen, dann ist es einfach für uns Christen, die bereits in demselben Level sind wie du. Ich, zum Beispiel, ich saß da und hab mir gedacht, naja, eigentlich ist es doch klipp und klar. Aber wir dürfen nicht verstehen, nee, für die ist es nicht klipp und klar, weil das sind wirklich diese Baby-Spiritualitäten, weißt du? Ja. Ja. Das heißt, das sind Menschen, die trinken noch aus der Flasche. Schwester, genau. Genau, das war eigentlich so wirklich mein Anliegen. Also, du machst das echt ganz toll. Ich verfolge dich schon so lange und immer wieder habe ich nie die Möglichkeit, wirklich hochzukommen, weil ich immer entweder auf der Arbeit bin oder so, aber ich verfolge dich trotzdem und ich bin jetzt echt froh, dass ich heute mal so ein bisschen mitdiskutieren kann. Ja, das ist ja kein Problem. Das ist ja ganz einfach so. Halleluja. Aber es gibt, Leute, es gibt Menschen wie Judy, die wirklich... Okay, dein Internet bricht doch. ...wollen und dann gibt es solche Heuchler wie diese... Okay, wir verstehen dich ganz schlecht. ...wollen einfach ihr Verständnis aufzwingen, dass ihr ihr Verständnis bekommen. Aber, verstehst du, Bruder, die wollen ihren Verständnis uns aufzwingen, was nicht funktioniert. Das ist ganz einfach. Das Interessante ist, Bibelverse immer rausnehmen und aus dem Kontext ziehen und was auch immer und interpretieren und machen, wie man möchte und was man möchte verstehen, egal wie. da kann A stehen, die werden da C lesen, weißt du. Und ich frage mich so, was passiert jetzt aber, wenn wir mal den Korin nehmen und im Korin lesen, was wir wollen. Und die Berser rausnehmen, wie wir wollen. Bruder, die machen wir uns zu. Was wir nicht vergessen wollen, das ist der heiße Schrift. Aber die haben den Text oder was ich davor gesagt habe, haben die nicht verstanden. Die haben nur das genommen, was sie hören wollten. Das war's. Genau. Was ich noch dazu fügen wollte, ist einfach, ich möchte niemanden angreifen, keine Religion, gar nichts. Bei uns Christen, die Bibel ist eine heilige Schrift. Es ist nicht irgendein Buch, es ist eine heilige Schrift. Ich glaube, Flexa, du kannst das bestätigen, dass wir beide ein und derselbe Kapitel lesen können und trotzdem kann Gott dir was ganz anderes offenbaren in demselben Kapitel, in demselben Vers als mir. Wir können zu Zehnt sein, wir können ein Vers lesen und trotzdem kriegt jeder andere eine ganz andere Offenbarung von einem einzelnen Vers. Das ist ein Buch, das gibt es Jahrhunderte und alles, was da drin steht, ist das so gekommen oder ist es nicht so gekommen? Es ist kein Buch, kein Buch, das das offenbart, was die Bibel offenbart. Kein Buch. Es ist heilig. Die Bibel ist ein lebendiges Buch. Du kannst die Bibel nur mit dem Heiligen Geist, kannst du das lesen. Ich kann euch eine kleine Geschichte erzählen und da gab es in Amerika jemand, seine Wohnung ist abgefackelt. Okay, jetzt haltet euch ganz gut fest. Alles ist abgefackelt. Komischerweise, die Bibel war ganz. Ja. Das ist so krass. Das ist nicht komischerweise. Die Bibel war ganz. Auch mit dem Auto, wo das Auto verkannt wurde. Alles war kaputt. Aber komischerweise, die Bibel war genau so wie es ist. Das ist so krass. Das ist so krass. Vielleicht darf ich einmal kurz eine Antwort beantworten, weil das habe ich auch schon so oft gelesen, wo es immer heißt, warum sich die Bibel widerspricht. Ich habe mal ein kleines Beispiel. Und zwar nehmen wir jetzt mal an. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Flexa, du und ich, wir gehen jetzt in einen Raum rein. Und ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt Matthäus und ich sage, boah, in dem Raum sehe ich gerade eine Uhr und beschreibe die Uhr haargenau. Ja, also in Detail. Flexa, du kommst in den selben Raum rein, wo ich drin war, fokussierst dich aber auf den Fernseher und sagst, boah, ich habe einen Fernseher gesehen. Ja, der zeigt gerade den und den Kanal. Wir sind beide im selben Raum, nur war ich fokussiert auf etwas ganz anderes. Wenn man die Bibel liest, das sind verschiedene Menschen, die das Gleiche erzählen, nur aus anderen Hinsichten. Der eine fokussiert oder nimmt die Basis ganz woanders als der andere, was aber nicht heißt, dass sie sich widersprechen. Nein, nur fokussiert sich der andere einfach auf etwas anderes. Darum geht es. Und viele schreiben jedes Mal, die Bibel widerspricht sich, aber die Bibel widerspricht sich. Nein, ich kann in einem Raum sein und kann zwei Sachen sehen, was Flexa vielleicht für unwichtig hält. Ja. Und für ihn ist es vielleicht wichtiger eher, dass die Couch grau ist, während für mich aber wichtiger ist, dass die Papete gelb ist oder so. Aber das widerspricht sich doch nicht, weil wir sind doch trotzdem in demselben Raum, nur nimmt jeder eine andere Basis. Richtig. Richtig. Warte, noch ein kurzer Beispiel. Ja. Bei einem Unfallbeispiel sind mehrere Leute an einem Unfall beteiligt und der eine sieht eine Brücke, also der andere behauptet, es ist eine Brücke. Der eine sagt, es ist ein blaues Auto gewesen, aber im Großen und Ganzen ergänzt sich ja das ganze Bild und es ist kein Widerspruch. Und ein anderes Beispiel, wenn zum Beispiel dieses Beispiel, was ich gebe, wird ja auch in der Bibel wiedergegeben. Zum Beispiel Matthäus steht da, wo nur beispielsweise Johannes nicht steht. Und dann steht in einer Stelle in der Bibel, los Jesus, weiß, sage uns, wer hat dich geschlagen? Er steht ja vor den Pharisäern und er wird ja geschlagen. Und dann sagen die ja los, Jesus, weiß, sage uns, wer hat dich geschlagen? Diese Frage ist ja eigentlich ganz einfach, weil er sieht ja, wer ihn geschlagen hat. Aber dann bekommst du deine Antwort nicht dort, sondern im Matthäus-Evangelium, der einfach an einer anderen Stelle im Raum war, der beschreibt, dass Jesus vorher die Augen verbunden waren. Das heißt quasi, diese Information, die du vorher zum Beispiel im, sagen wir mal, Johannes-Evangelium nicht bekommen hast, die bekommst du dann hinterher im Matthäus-Evangelium einfach nur, weil er eine andere Position im Raum hatte. Der beschreibt dann nämlich, Jesus wurden die Augen verbunden. Jetzt gibt der Satz auf einmal Sinn, dass die Priester sagen, los, Jesus, weiß, sage uns, wer hat dich geschlagen? Jetzt macht das auf einmal Sinn. Versteht ihr, was ich meine? Amen. Ja, ja. Amen. Absolut. Kann ich auch was dazu sagen oder fragen? Ja, du und es gerne, gerne. Also erstmal guten Abend, wie gesagt. Wie geht's euch? Uns geht's gut. Was bist du für eine Konfession? Moslem oder Christ? Ich bin Asyrier, ich bin Aramäer. Also dann weißt du was. Und zwar, Mami, ich gebe dir fast zu 100% recht, in einer Sache bin ich nicht ganz deiner Meinung. Und zwar, du hast ja gesagt, wir brauchen den Geist, beziehungsweise wir haben Beziehung oder wir haben eine Verbindung zu Gott. Da gebe ich dir alles recht. Aber es gibt gewisse Dinge, die versteht man in der Bibel. Da muss man nicht unbedingt Christ sein. Da kann man einfach ganz normaler Mensch sein. Da kann man atheist sein, kann man Moslem sein, kann man Jude sein. Diese Dinge versteht man. Ja, du hast ja auch gesagt, manches ist verständlich. Genau. Was der Bruder Flex vorhin vorgelesen hat mit dem Kollegen, Liebe zum Arte. Einfach zu verstehen. Ganz verständlich. Er hat es verstanden. Aber das Problem ist, er will es nicht verstehen, weil es greift seine Religion an. Es gibt nämlich dann keine Widersprüche in der Bibel. Und das ist ja immer diese gewissen Punkte, wo die halt diese Widersprüche in der Bibel suchen. Ich habe... Aber ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, warum versucht man, ums Verrecken in der Bibel nach Widersprüchen zu suchen oder zu finden. Zum Beispiel gibt es ein Vers, wo der König sagt... Ne, oder wo gesagt wird, der König hat regiert. Also als er 24 ist es nur ein Beispiel. Als er 24 ist... 22. Bei vier Jahren zum Beispiel. Und dann regierte er mit... also er ist 42, regierte ein Jahr lang. Und mit 24 hat er halt ein paar Jahre regiert. Es ist so einfach zu verstehen. Aber ums Verrecken sucht man die ganze Zeit in der Bibel nach Widersprüche. Ja, es geht nur darum, dass sie die Widersprüche suchen, damit die ihre eigene Religion erkennen. Damit die eine Bestätigung haben, dass ihre Religion nicht die richtige ist. Weil wenn man keine Widersprüche in einem Satz findet oder in einem Wort oder in einem Buch, dann denkt man sich, okay, wenn da keine Widersprüche sind, dann muss das ja alles stimmen. Aber wenn das alles stimmt, dann stimmt ja unsere Religion nicht. Und das ist das Problem. Deswegen suchen die die ganze Zeit. Und dazu nochmal, ich habe mit dem Kollegen auch live schon im TikTok gesprochen. Und ich habe mit ihm dann später... ja, entweder hat er mich gekickt oder ich bin rausgegangen. Ich wurde auch sehr oft beleidigt da drin. Ich habe ihn dann auch darauf angesprochen wegen Eiche. Sechs Jahre, neun Jahre. Und er hat mir dann irgendwas erzählt von irgendwelchen Wissenschaftlern, ob es... Ich habe es wirklich... ich habe es auf Video. Ich habe den Beweis da. Und er sagte mir, irgendwelche Wissenschaftler, ob es jetzt Schweiz oder Österreich war, haben erwiesen, wenn jemand ihre Tage bekommt, die ist das, dann ist sie auch reif und fruchtbar und blablabla. Und er zählt mich selber. Und dann ist das okay. Dann habe ich ihn gefragt, würde... du nimmst doch Mohammed als Vorbildposition oder Person? Er sagte mir, ja. Ich sage, würdest du mit einer neunjährigen schlafen, wenn es so ist? Er sagte mir, ja. Ich sage, dann bist du pädophil. Ganz einfach. Kann einer kurz rausgehen? Ich hole mal den Jamal kurz hoch. Jamal, komm hoch mal. Ich stelle eine Anfrage, Jamal. Ganz gut. Ich will kurz sagen, was er gerade gesagt hat. Das mit den Widersprüchen anscheinend, den scheinheiligen Widersprüchen. Auf diesen selben Google, wo die 101 Widersprüche suchen, auf diese selbe Google gibt 102 Antworten. Ganz kurz, Leute. Ganz kurz, Leute. Ganz kurz, Leute. Ganz, 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 ganz. Mein lieber Jamal, stimmt euch mal ganz kurz, Leute. Ganz, ganz kurz. Stimmt euch mal bitte ganz kurz, alle. Ganz kurz, bitte. Mein lieber Jamal, Gottes Segen, mein Liebe. Was kann ich für dich tun? Na, ihr sagt doch, wir hören nicht zu, weil der Islam zu viele Widersprüche hat, bla bla bla. Ich sage mal, kein einzigen Widerspruch. Zweite Sache. Zweite Sache. Guck mal, wenn man sich das Recht nehmen möchte, zu sagen, der Islam ist dies, der Islam ist das, dann sollte man nicht mit Stein werfen, während man ein Glas aussitzt. Okay. Ich werde dir mal eine Frage stellen, eine ganz simple Frage. Und dann bin ich mal gespannt, was du mir zu sagen hast, okay? Danke. Wenn, ich zitiere aus einem Imam, okay? Ich zitiere aus einem Imam, ich habe gar kein Wissen, ich habe keine Ahnung. Ich zitiere nur von einem Imam und du sagst mir, was du davon hältst, okay? So, ich sitze mit meiner Frau, gucken Netflix und ich bitte sie zum Ehebett, okay? So, sie sagt aber nein, ich will jetzt nicht. So sei sie von allen Engeln verflucht. So, deine Frau ist jetzt von allen Engeln verflucht. Meine Frage ist, seit wann verfluchen heilige Engel uns? Heilige Geschöpfe verfluchen uns. Warum? Weshalb, wieso? Weil die Frau mit ihrem Mann nicht Bunkabunker gemacht hat. So, und jetzt sage ich dich Jamal, gib mir mal eine Antwort. Also das finde ich schon mal. Das schöne ist, warte, warte. Das schöne ist, wir nehmen im Jahr 2023, richtig? Es geht nicht im Jahr 2023, warte, 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 warte. Nein, 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 warte, 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 warte. Was für viele Philosophien, lass mich da ausreden und sage. Ja, 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 2013, du willst philosophieren. Nein, ich sag dir, guck mal. Okay. Wir leben im Jahr 2023. Jeder, jeder hat das irgendwo mitbekommen, dass Männer oder Frauen fremdgehen, richtig. Stell mal vor, auf Zeit, du kriegst keinen intimen Akt mit deiner Frau, beispielsweise. Man sagt, die Engel verfluchen, aber wo ist das Problem? Seit wann verfluchen heilige Geschöpfe uns Menschen? Was ist daran so schwer zu verstehen? Du willst mir sagen, heilige, ach du scheiße, ey, ich kann nicht mehr. Leute, übernimmt mal bitte für mich. Ich kann nicht mehr. Warte mal. Ja, komm, ey. Was ist das? Er stellt eine Frage. Du philosophierst? Eine wie du philosophierst. Sei mal leise, Mann. Hey, kann ein Christ die Eier haben mit mir alleine zu reden, anstatt dass alle dazwischenreden? Ja, Wallahi, wenn du du sogar willst, wenn du möchtest, sogar Jamal, lade ich dich ein auf eine theologische Ebene. Mit rationalen Antworten können wir uns sehr, sehr gerne unterhalten, aber weil du für mich... Mir ist das egal, hauptsache ich rede mit einer Person anstatt die mit fünf oder sechs. Bruder, deswegen eher weniger. Für mich bist du ein Geil. Okay. Soll ich übernehmen oder wollte jemand anderes... Guck mal, lass mich ein Jahel sein, ne? Ja, aber Bruder, dann machst du dich peinlich, Bruder. Ich habe auch einen Verstand. Guck mal, aber alleine schon mit logischen Menschen, weiß jeder Mensch, dass Gott nicht Mensch sein kann. Egal ob heiliger Geist... Wir sagen ja, dass... Wir sagen nicht, hallo, hallo, wir sagen nicht, dass ein Mensch ein Gott ist, mein Lieber. Wir sagen, dass Gott Mensch wurde, weil unser Gott ist allmächtig und unser Gott kann Mensch werden. Ja, aber warum? Das ist ein sehr, sehr großer, sehr, sehr großer... Warum sollte er das alte Testament durch das Macht erkannt? Bitte nicht alle durcheinander. Bitte nicht alle durcheinander. Darf ich mal ganz kurz was dazu sagen? Ihr Bruder. Bin ich als einzige Frau hier. Okay, danke, dass ihr alle zuhört. Bitte geht nicht alle durcheinander. Darf ich mal ganz kurz übernehmen? Okay. Guck mal, das Ding ist, Jamal. Warum wurde Gott Mensch? Guck mal, das Ding ist, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Ja, ne, ihr Muslime fragt. Ihr könnt euch keinen Schöpfer vorstellen, der jetzt auf einmal Mensch wurde, der isst, trinkt, mit Sündern chillt. Ja, ne, Jesus hat sich selber dazu geäußert. Warum lassen wir nicht einfach Jesus sprechen? Denn da steht geschrieben, warte. Äh, Matthäus, Matthäus, wo bist du, Matthäus? Matthäus, 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 da bist du doch. Matthäus 11, glaub ich, war das? Ähm, ja, Matthäus 11, warte, lese ich dir gleich vor. Der Menschensohn ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, du auch, du auch, du gehörst mit dazu, Habibi. Sagen sie, wie ist dieser Mensch ein Fresser, Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und ein Sünder und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Anders gesagt, egal was du tust, egal was deine persönliche Beziehung mit Jesus ist, wie du dir Gott vorstellst mit zwei rechten Händen und einem Schienbein, ist egal. Juckt uns kein bisschen. Gott sagt selber, ich habe einen, ich bin mit Weisheit, ich bin mit einer Weisheit zu euch gekommen und hab euch auf eurer Knechtschaft gerettet. Nimm es an oder nimm es nicht an. Aber jetzt meine Frage. Wie heißt du, Christ? Guck mal. Lass mal wirklich jetzt Debatte, nicht Debatte, komplett beiseite. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem, war komplett gechillt, dann kam irgendeiner und müsste reinkacken. Mein logischer Menschenverstand. Einfach nur logischer Menschenverstand. Ich kann mir Gott als Person 0,0 vorstellen. Warte. Gott kam auf die Welt. Guck mal. Er hat das neue. Er hat das neue. Er hat das neue. Moment. Lass ihn mal aussprechen. Lass ihn mal aussprechen. Lass ihn mal aussprechen. Guck mal. Jesus kam, er hat das alte Testament entbunden und hat das neue gebracht. Richtig? Richtig. Er hat die Steinigung aufgehoben. So steht das bei euch drin, so kenne ich das auch. Okay. Aber warum sollte Gott seine Meinung und seine, wie nennt man das? seine, seine, seine Schrift ändern? Warum? Er ist doch Gott. Er braucht doch nichts zu ändern. Jamal, darf ich, darf ich, wenn es für die anderen in Ordnung ist, darf ich da einmal kurz dazwischenreden? Okay, vielen Dank. Jamal, ich gehe einmal kurz ein bisschen in der Geschichte zurück, damit du es einfacher verstehst, hoffentlich mit Gottes Hilfe. Bei uns Christen geht es darum, dass zur damaligen Zeit, also zurückgedacht, wenn jemand gesündigt hat, musste dieser Mensch ein Opfer bringen. Kein menschliches Opfer, sondern man hat damals ein Tier genommen, man hat dieses Tier geschlachtet und das Blut, was daraus fließt, das war quasi als Opfer vor Gott gebracht. So konnte Gott jemandem die Sünden vergeben. Das war einfach so, das war ein Ritual, das gemacht werden musste, damit die Sünden vergeben werden. So. Die Sünde nahmen so extrem Überhand über die ganze Welt, dass ein Opfer hier auf der Welt, also die Tiere hätten gar nicht alle genügt, um die Sünde, die wir als Menschen bis heute tun, dass das Gott uns irgendwie vergibt. Also musste eine Lösung her. Irgendeine Lösung musste her. Haben wir so viele Tiere, dass wir die Menschen, überleg mal, Menschen sündigen Tag für Tag. Also eigentlich jede Minute, jede Sekunde kannst du sündigen, durch Gedanken, durch Taten, durch Reden, durch alles Mögliche. Wie viele Tiere willst du am Tag opfern, damit Gott dir diese Sünden vergibt? Das ist gar nicht möglich. Also musste eine Lösung her. Die Lösung konnte aber nicht mehr aus der Erde kommen, weil die Erde voller Sünde war. Es gab keinen Mensch, der gerecht genug war, zu sagen, ich sterbe für alle Menschen. Ja, das ging gar nicht. Also musste die Lösung von woanders her. Deswegen, und da haben wir wieder dieses Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Ja. Gott selber kam auf die Welt. Dankeschön. In Menschengestalt. In Menschengestalt. So. Kurze Frage. Du wirst jetzt sagen, hey, wie kann aber ein Gott Mensch werden? Guck mal. Ich glaube, dass du auch in deiner Religion daran glaubst, dass Allah allmächtig ist. Allmächtig heißt, er kann alles. Es gibt nichts, was er nicht kann. Warum wird, also wenn du, wenn du das bei dir glaubst, warum zweifelt ihr dann daran, dass unser Gott, den wir genauso als allmächtig sehen, dass er limitiert ist? Dankeschön. 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 hier in sich. Verstehst du? Er hat ja seinen Thron verlassen. Wenn du die Bibel liest, er hat seinen Thron verlassen und kam hier runter, wurde zum Mensch, damit alle, die an ihn glauben, nicht mehr sterben, nicht mehr verloren gehen, sondern das ewige Leben bekommen. Das heißt, klar, jetzt wirst du mich wahrscheinlich fragen, warum sterben die Menschen dann immer noch heute? Da gehen wir wieder zurück am Anfang. Als Adam und Eva gesündigt haben, war die Strafe der Tod. Aber es sollte bei dem Tod nicht mehr aufhören. Gott gab uns damit die Chance, nach dem Tod weiterleben zu können, für die Ewigkeit. Aber dafür musst du an ihn glauben. Er hat sich quasi als Opfer dargestellt, für jeden einzelnen von uns, auch für dich, lieber Bruder, dass wenn du an ihm glaubst, selbst wenn du hier irdisch sterben solltest, dein Körper wieder verstaubt wird, dein Geist aber weiterleben kann. Ein Gott ist dazu fähig. Habe ich recht oder habe ich nicht recht? Ist ein Gott dazu fähig, ja oder nein? Ein Gott ist dazu fähig. Aber, jetzt kommt das bedenkliche Aber. Guck mal. Ich danke dir erstmal für deine Erklärung. Da habe ich ganz kurz, ich melde mich. Meine Hand tut schon, ich kann meinen Arm nicht mehr halten. Ach so, Entschuldigung. Sag. Ich habe eigentlich eine ganz einfache Frage. Guck mal, du sagst doch, Gott ist allmächtig, oder? Ja, klar. Okay. Wenn Gott so allmächtig ist, einfache Frage, kann er dann ein Dornenbusch sein, beziehungsweise ein brennender Dornenbusch? Das wollte ich auch gerade fragen. Ein Brennenbusch. Guck mal, lass mich mal bitte kurz mit, wer ist ihm? Ja, jetzt weißt du dich jetzt, jetzt weißt du mich, wenn man gerade... Er wollte meine Frage eigentlich noch fortführen. Ich würde gerne seine zweite Frage noch mal weiterhören, sehr gerne, Bruder Jamal. und ich wurde doch zur Frage gebeten. Ei. Soll ich warte und meine Hand noch mal hochheben? Guck mal, für mich ergibt es trotzdem keinen Sinn. Ich sage dir warum. Ich weiß, ihr sagt, er ist dann für die Sünden gestorben und es gibt nicht so viele Opfer, etc. pp. Meine Frage ist, Gott wusste es doch, dass es so kommt, weil er ist ja allmächtig. Das heißt... Warte. Lass den bitte, bitte, Bruder, lass ihn ganz kurz ausreden. Ich weiß, wo er hinaus will. Ja. Also er ist ja allmächtig. Und zweitens hat es doch Gott nicht nötig, sich als Person oder als gleich runterzusenden und so damit irgendwo eine halbe Götzen-Dienerei betreibt. Jamal, Jamal, du hast nichts zu sagen, was Gott nötig hat und was Gott nicht nötig hat. Wie gibst du dir das Recht, zu sagen, was Gott nötig hat? Wieso machst du dich Gott recht? Nein, nein, das ist sogar gut, dass er das gesagt hat. Das ist sogar sehr gut, weil du hast recht, er hat es ja auch nicht nötig, aber er hat es aus Liebe gemacht. Er hat es nicht nötig, das stimmt. Er ist ein König, er ist viel zu wertvoll, er ist viel zu mächtig, als sich als Mensch hier niederzulassen und trotzdem hat er es gemacht aus Liebe. Jamal, darf ich dir mal eine Frage stellen? Da gibt es auch noch einen sehr, sehr großen Unterschied und zwar, was er gesagt hat und zwar, im Islam gibt es zwar keinen freien Willen, aber diesen freien Willen gibt es im Christentum. Es gibt keinen freien Willen im Islam, wenn du willst, kann ich das dir in 20 Sekunden beweisen, aber warte mal bitte ganz, ganz kurz, ganz kurz Leute, Jamal, bevor die anderen dir Fragen stellen oder wegen Islam, sonstiges was, vorhin das mit der Verfluchung einer Frau, erklär mir das bitte. Guck mal, wenn Allah sagt, die Engel verfluchen sie, dann verfluchen sie sie. Punkt aus. Verstehe ich? Also, weil sie keinen Uga Bupa gemacht hat. Hey Mann, du weißt doch selber, stell mal vor, du hast eine Frau, beispielsweise. Du jetzt als Mann, du hast jetzt gelüste, richtig? Okay? Du als Mann hast gelüste, du bist mit einer Frau zusammen, bist jetzt nur meine persönliche Erklärung, das hat jetzt nichts mit Taksir oder Hadithen zu tun. Du bist mit einer Frau zusammen, dann wir drei Monate, ein Monat, egal mit ihm. Es geht gerade, komm mal, komm mal, komm mal, Bruder, Jamal, das ist wieder so eine Philosophie, ich kann das nicht mehr, Bruder, bleib mir bitte straight. Hold on, hold on, my brother, because now I'm catching you in the hole right now. I'm gonna ask you a question and I want you to answer my question, my brother. Nochmal. Moment, I am not done. I am not done. Give me a second. Give me one minute. Okay, ich sage das nochmal und das ist so einfach zu verstehen, da muss man nicht herumfilosophieren, wenn sie einen Monat nicht haben, wenn sie zwei Monate oder nicht drei Monate, wir reden von das eine Mal. So, ich zitiere aus einem Imam, ich chill mit meiner Frau hier im Wohnzimmer, wir gucken Netflix, ich bitte sie zu erheben, sie sagt aber nein, jetzt möchte ich nicht. So sei sie von allen Engeln verflucht. So, sag mir warum. Wenn Allah sagt, sie soll verflucht sein, dann ist sie verflucht. Punkt aus. Ach so, weil sie nicht Bunga Bunga macht, für diesen einen Tag. Okay, aber da kommt jetzt wieder, einen kleinen Moment, da kommt jetzt wieder, kommen wir mal zum Christen rum. Das ist für euch, aber was, spüren mich alle rein, ich wollte doch auch was fragen, Mensch. Das ist für euch gerade so schlimm, aber wenn man sagt, Gott kam als Mensch, das ist für euch, hä, warum verstehen wir das? Oder bitte, bitte ganz kurz chillen, ganz kurz chillen, ich bin noch nicht fertig mit ihm. Ich bin noch gar nicht fertig. Ich darf sich da mal an die Frage stellen. Gleich, du kannst sie gleich stellen. Jamal. Also, das heißt also, heilige Geschöpfe, die uns eigentlich tagtäglich beschützen und immer da sind für uns. Du willst mir sagen, dass diese heilige Geschöpfe uns auch verfluchen? Wer sagt denn, dass sie dich beschützen, der laut der islamischen Quern, der sagt, dass ein, der sagt, wenn man Leute hat die gehört, heilige Geschöpfe von, oh my God, okay, I am done. Der sagt, my brother, you are lost. You are definitely lost. Okay, I am, you are lost. Ich kann nicht mehr reden, die anderen sollen mit ihr reden, aber ich kann nur eins sagen, bei uns, my brother, bei uns im Islam ist auch so, wir haben einen Todesengel. Man kann ja auch die Frage stellen, warum kommt der Todesengel und nimmt unsere Seele? Er ist doch ein Engel. Ist doch genau so, so ist die Frage. I love this philosophy. Okay, alright. Stay there. Stay there. Das ist okay. Alles gut. Stay where you are. Jamal, ich habe eine Frage an dich, Bruder. Ja, Bruder, ich will nicht, lass mich doch endlich meine Frage stellen, Mann. stell die Frage, Bruder, stell. Ich warte die ganze Zeit, also jetzt noch einmal. Bei dir ist es ja so, dass du es ja kritisierst. warte doch bitte kurz. Lass ihn reden. Ich war sogar davor. Wartet Jungs, ganz kurz. Manchmal, du hast ja vorhin dieses Beispiel gesagt mit, wenn du in einem Glashaus sitzt, du solltest du nicht mit Steinen werfen. Irgendwie so. Genau. Also bei uns heißt es ja, dass Jesus gekommen sei zu erfüllen. Also das alte Gesetz zu erfüllen. Dazu gehört halt auch Jeremia 31, 31, wo es heißt, es wird einen neuen Bund geben. Dann frage ich dich aber, weil ihr ja nicht daran glaubt, weil ihr ja daran glaubt, dass die Bibel absolut verfälscht ist und alles Mögliche. Dann darf ich dich mal fragen, warum hat Jesus in Sode 3, Eier 50, das Gesetz geändert? Was meinst du damit? Jesus, da steht, ich bin gekommen, um die Tora zu bestätigen, was von mir war und ich habe euch rechtmäßig gemacht, was davor schlecht war. Okay. Und was meinst du jetzt damit, dass ich sage, eure Bibel ist nicht wahr? Du sagst, bei uns hat Gott seine Macht Meinung geändert, aber selbst bei dir heißt es, dass Jesus das Gesetz geändert hat. Nein, was ich meinte mit ihr habt das Gesetz geändert, guck mal, wenn man es doch nur vom logischen Warte mal kurz, willst du damit sagen, dass du so eine Schrift gefälscht bist? Warte doch mal bitte, dann kann man auch mal antworten. Du lasst ihn reden. Eigentlich seid ihr dann ursprünglich Juden, ob ihr wollt oder nicht. Bruder, wir sind Heiden ursprünglich. Alhamdulillah. Ja, aber eigentlich seid ihr doch Juden, weil das alte Testament gehört zu den Juden. Dann kam Jesus, die haben an ihn nicht geglaubt, dann kam ja der neue Bund, richtig? Ja. Okay, ursprünglich seid ihr Juden. Warum seid ihr jetzt einfach Christen? Nein, wir sind Heiden, die zu Jesus Christus gekommen sind. Aber wir sind Heiden, die Jesus eingenommen haben. Ich bin mit Stolz und Seele ein Heide, denn der Segen Abrahams ist auf den Heiden gekommen durch den Herr Jesus Christus und ich bin mit Herz ein Heide. Wenn du meinst, weil das Judentum, weil das Judentum davor war, okay, dann sprich mal das an, dass Jesus Christus der Urheber des Judentums ist und somit selber auch Gott ist, denn der Urheber ist Gott. Richtig. Darf ich zu meiner Frage kommen, weil die ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Also noch einmal, kann Jesus Christus zu einem Brennen beziehungsweise kann Gott zu einem Busch werden beziehungsweise brennendem Busch? Gott kann zu alles werden. Er kann auch als Jesus kommen, nicht als Jesus kommen. Die Frage ist doch egal. Es geht nur um die Logik dahinter. war mal ganz kurz, also er kann als Busch kommen. Ja. Er kann als alles kommen, alle mächtig. Er kann als alles kommen. Kann er auch als Jesus Christus, dann kann er ja auch als Jesus Christus kommen, oder nicht? ja, kann er. Ja, also dann ist doch, dann ist doch schon alles abgeschlossen. Eben nicht, wo ist der Sinn, dass er als Mensch kommt? Er stiftet doch damit Verwirrung. Nein, hat er nicht. Nein, 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 ganz einfach. Er sagt, ich habe eure Religion vervollständigt. Jungs, ein Heiliger von uns, ich weiß nicht, welcher das war, sagt, ein Gott, den man verstehen kann, mit seinen eigenen Gedanken, ist nicht ein Gott. Ganz einfach. Gott kann man nicht verstehen. Punkt, aus Ende. Jetzt habe ich gar nicht mehr verstanden bei dir. Ja, ihr bastelt euch euren eigenen Gott nach eurer Logik, so dass es in eure Tasche passt. Nein, Mann, du hast doch gerade gar keine Ahnung, wovon du bist. Ich schaffst du dich gerade jetzt. Gott kann auch auf. Gott kann auch auf. Gott kann auch auf. Ihr bastelt euch einen Gott, den ihr euch in die Tasche passt. Euer Verstand ist klein, dein Verstand ist klein, kleiner als ein Ameise vor Gott, vor das Universum, und du willst Gott so klein machen, dass er in deine Tasche passt. Ja mal, du verstehst, nein, guck mal, warte mal, Gott kann alles sein, Gott kann alles sein. Als alle erstes. Liebe Brüder, darf ich eine Frage stellen, bitte? Gott kann alles sein, Gott kann alles sein, nur nicht Jesus. Okay, warte mal, lass mich mal auf Toni antworten, bevor du überhaupt über Muslime reden willst, Muslime sind schon damals fortgeschrittener gewesen als alle Europäer etc. stimmt nicht, nein, stimmt nicht, stimmt nicht, warte mal, stimmt nicht. Wenn unsere Leute schon über Straßen gebaut haben, habt ihr eure Arsch mit Wasser gewaschen. Ja, Ihr habt euch Gedanken gemacht, wie man zum Klo geht, ob man mit dem linken Fuß oder mit dem rechten Fuß geht. Was ist da bitte mit dem linken Fuß oder mit dem linken Fuß oder mit dem linken Fuß mit der Toilette gegangen mit drei Steine? Was erzählst du uns? Vielleicht, darf ich einmal kurz was fragen jetzt? Okay, dann schweifen wir uns total aus, Er hat drei Steine mitgenommen. Lass mal die Schwester Mami reden. Dankeschön. Boah, die Jungs, ihr seid echt anstrengend. Tja, mal, darf ich dir eine Frage stellen? Erzähl bitte. Okay, und zwar geht es zu deiner Frage, geht es darum, dass du das immer noch nicht logisch findest, dass das mit Jesus und das auf die Erde gekommen ist und so weiter. Ich möchte dir eine Frage stellen. Wenn du jetzt zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, du bist irgendwo auf einem Meer, ja, auf einem Meer, bist auf irgendeinem Schlauchboot, keine Ahnung, Schlauchboot geht kaputt und du bist dabei zu versinken. So, da kommt aber Rettung vor dir. Es ist nur eine Frage, ist es dir wichtig, gerettet zu werden oder hinterfragst du erstmal die Person, warum kommt er denn jetzt, wie kommt er denn jetzt, was hat er denn da an, und warum macht er das jetzt? Also, in dem Moment, wo du am sinken bist, wo es dir schlecht geht, wo du den Tod vor Augen hast, was ist dir in dem Moment wichtig, zu hinterfragen, warum diese Person kommt, wie er es geschafft hat, zu dir zu gelangen oder ist es dir wichtig, dass er dich rettet, dass er mit den Gedanken gekommen ist, dich zu retten? Was ist in dem Moment wichtig? Es ist schön, es ist schön, gerade wie du es sagst, aber das kannst du nicht versinken. Ich brauche nur die Antwort, ich brauche nur die Antwort, in dem Moment. Da muss man erst ein, man steigt ein, ohne wenn und aber, hast du recht. Aber du kannst es nicht gleichsetzen, mit ich lebe gerade, und ich habe Zeit, und ich habe Zeit, zu gucken, warum kam Jesus, Es ist gut, dass du das hinterfragst, es ist gut, dass du es hinterfragst, nur die Art und Weise, also ich verstehe das manchmal nicht, dass es eigentlich, da ist jemand, ja, der sagt, hey, ich bin da, um dich zu retten, und anstatt diese Rettung anzunehmen, wird erst mal hinterfragt, hey, warum denn? Hey, wieso denn? Ja, weshalb denn? Das ist das, was ich halt oft bei den Nichtchristen nicht verstehe. Ich meine, egal wie er das anstellt, warum er das anstellt, wichtig ist doch nur, dass du die Möglichkeit hast, gerettet zu werden. Wir erzählen dir hier gerade von einem Jesus, der liebevoll ist, der auf die Erde gekommen ist, für die Menschen gestorben ist, damit du gerettet werden kannst, und dein Problem gerade, du beschäftigst dich gerade wirklich fast 30 Minuten, 40 Minuten, um nichts anderes als, wie kann das denn möglich sein? Wichtig ist doch, dass du gerettet werden kannst. Ja, aber wer sagt mir, guck mal, die Muslime sind die einzigen Leute, die daran zweifeln, dass Gott Mensch, nicht mal die Atheisten zweifeln dran, die Atheisten glauben nur nicht an Gott, aber die Atheisten wissen, dass Gott Mensch werden kann. Jeder weiß, dass Gott die Möglichkeit hat, sie stellen es nicht mehr in Frage, sie stellen nicht mehr in Frage, ob Gott was kann oder nicht. Sie wissen, dass Gott Mensch werden kann. nur ihr Muslime, ihr Muslime seid die einzigen, die das ablehnen, dass Gott Mensch werden kann. Nur ihr seid das. Und ihr wollt euch die ganze Menschheit stellen? Das ist unlogisch. Nein, ihr seid nicht der Maßstab. Ihr Muslime seid nicht der Maßstab. Ihr Muslime seid nicht der Maßstab. Kannst du dich auch mal akzeptieren? Tony, Bruder, was die Muslime sagen, ist im Endeffekt, Jesus kann alles werden, bloß nicht Jesus Christus. Ich habe nur eine einzige Frage, nur noch eine einzige Frage. Was würdest du sagen, wenn ein Prophet stirbt, aber die Erde, in der er vergraben wird, ihn nicht annehmen würde? Was würdest du dann von diesem Propheten halten? Die Erde spuckt ihn aus. Was würdest du von so einem Propheten halten? Was hat das eine gerade mit das andere zu tun? Wenn die Erde, wenn die Erde, in der er begraben wird, ihn nicht akzeptiert, quasi die Erde, in der er begraben wird, spuckt ihn wieder aus. Was würdest du von so einem Menschen halten? Beziehungsweise Propheten? Ist er Gott. Bruder, was würdest du von einem Propheten, der begraben wird? Warte mal, können wir nicht kurz beim Thema bleiben, anstatt das jetzt unten gehen? Ich stelle dir doch, ich stelle dir doch, ich stelle dir doch eine ganz einfache, Frage, was würdest du von einem Propheten halten, der begraben worden ist? Und die Erde würde diesen Propheten nicht akzeptieren und wieder ausspucken. Und zwar dreimal. Was würdest du davon halten? Das ist zu hoch, Bruder. Das ist viel zu hoch, weil wenn er schon hinterfragt, warum Gott die Menschen werden konnte, dann ist diese Frage doch viel zu hoch für ihn. Schwester, bitte ganz kurz. Was würdest du von so einem Propheten halten, dem nicht mal die Erde annimmt? Würdest du sagen, dass es ein guter Prophet gewesen ist oder er ist ein schlechter Prophet gewesen, weil ihn die Erde nicht mal annimmt? Ist das so mit Jesus passiert? Bruder, guck mal, du weißt doch, was die Türken über Atatürk sagen. Die sagen, Atatürk wurde begraben und die Erde hat Atatürk nicht angenommen, deswegen hat die Erde Atatürk... Ich nenne nur ein Beispiel, hör doch zu. Die Leute, die Türken sagen, dass Atatürk begraben worden ist und dass die Erde Atatürk nicht angenommen hätte, weil er ein schlechter Mensch ist und die Erde deswegen Atatürk wieder ausgespuckt hätte. Was würdest du sagen, wenn ein Prophet dreimal hintereinander begraben worden wäre und dann wieder ausgespuckt worden wäre, würdest du dann sagen, dass dieser Prophet ein guter Prophet oder ein schlechter Prophet war? Ich sage dir meine Antwort. Ich würde mir gar nicht mehr ein Uter über sowas bilden, weil ich nicht das Recht dazu hätte, zu sagen, er war gut oder schlecht. Weil ich... Aber du hast mein Manger. Flex, 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 warte mal bitte ganz kurz, ganz kurz bitte, warte, Bruder, bitte, Bruder, bitte, warte kurz. Bruder, bitte, warte ganz kurz. Flex, kannst du mich vielleicht ganz kurz groß machen? Interessant, er hat nicht das Recht dazu zu sagen, ob er ein guter Prophet hat oder ein schlechter Prophet. Professor Doktor Scherz. Okay, ich mache dich groß, bitte alle nicht dazwischenreden, ja, lass die mal machen. Dankeschön. Er soll darauf antworten, ich möchte, dass er echt mal drauf antwortet. Ich habe dir gesagt, ich nehme mir nicht das Recht, über jemanden zu sagen, ob er gut oder schlecht ist. Aber du nimmst ja das Recht, zu sagen, was Gott nötig hat. Warte mal. Wo ist dein Sinn? Das war ein Eigentor, Kollege. Du nimmst dir das Recht raus, über Christus zu reden, dass wir sagen, dass er kein Prophet wäre. Aber auf eine einfache Frage möchtest du mir keine Antwort geben? Wieso nicht? Es geht darum, es gibt für mich keinen Sinn. Es geht nur darum, ich sage nur nicht, Jesus war gut, ich sage nicht, Jesus war schlecht, ich sage nicht, euer Gott, mein Gott oder sonst irgendwas. Ich rede doch mit Respekt. Ich sage nur einfach nur für mich, er gibt das Warum und ich rede doch mit Respekt. Habe ich jemanden verurteilt? Habe ich nicht. Ich habe doch auch niemanden verurteilt. Okay, stop, 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 stop. Ganz kurz, ich fange jetzt mal an. Ich mache mich mal ganz groß. Ich gehe gleich auf deine Professor Doktor Schick. Wir kommen gleich zu dir. Ich will trotzdem eine Frage beantwortet haben. Wo nimmt ihr? Das hat er mir immer noch nicht beantwortet. Jamal. Hörst du mich Jamal? Ja, ja, ich höre dich. Okay. Guck mal, guck mal. Bruder, ich meine das ernst. Jetzt ohne Spaß, jetzt. Ohne Spaß. Es sei also okay, wenn du einmal, wenn deine Frau einmal ablehnt, mit dir nicht ins Bett zu gehen, es sei also okay, wenn die Engel sie verfluchen, es ist also vollkommen okay. Also du bist dafür einverstanden. Ich bin damit einverstanden. Wenn Allah das so geschrieben hat, dann bin ich damit einverstanden. Punkt aus. Okay, dann sei sie verflucht. Okay, alles klar. Das wird aber nicht hinterfragt. Also Flexa, das wird aber nicht hinterfragt. Es wird ja aber nicht die Gottheit hinterfragt. Ein Gott, der sagt, dass eine Frau verflucht werden soll, nur weil sie ihren Körper nicht hergeben möchte. Das ist nicht normal. Das ist schon krank. Bin ich ehrlich. Aber das wird nicht hinterfragt. Es wird aber hinterfragt, warum unser Gott zum Mensch werden konnte. Unser Gott wird genauso wenig hinterfragt. Er darf genauso wenig hinterfragt werden, weil er ist ein Gott. Warum darf euer Gott nicht hinterfragt, wer da mal unser Gott wird hinterfragt. Das ergibt keinen Sinn. Du bist ein Häuschen, aber du bist ein Häuschen, aber du bist ein Häuschen, aber du bist ein Häuschen. das ergibt keinen Sinn. Kannst du mal ganz kurz, das sind nur zwei Sätze. Kannst du mal ganz kurz das hier rezitieren? Was? Nee, liegst vor, du hast hier halbe Kamera. Jetzt kannst du lesen. Lies mal bitte, ich will von deinem Mund hören. Ich will von deinem Mund hören, bitte. Komm, ich lese die für dich vor. Ich lese die für dich vor. Komm, ich lese, nein, egal, ich lese die für dich vor. der Prophet, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, pflegte sich auf einem Schuss, zu schützen. Auf meinem Schuss. Auf meinem Schuss, aha, auf meinem Schuss. Das ist von Aisha. Das ist von Aisha. Von Aisha berichtigt, ne, von Aisha. Pflegte sich auf meinem Schuss zu schützen, stützen. Stützen. Und, stützen, stützen, habibi, stützen. Und, den Koran zu rezitieren. Während ich in der Menstruation war, aaudu billahi min shaitan ira'ani. Aaudu billahi min shaitan ira'ani. warte, 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 jetzt, jetzt, gehen wir auf den ursprünglichen Vers ein. Warte, 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 das soll der beste Mensch sein, das soll der beste Mensch sein. Warum nicht? Was ist daran so schlimm? Natürlich nicht. Das war wieder nicht schlimm. Ihr wart schon immer gegen Frauen. Was redest du denn da? Das war wieder nicht mehr. Was ist denn die Message dahinter? Was ist denn die Message dahinter? Das ist das Menstruationsblut auf den Koran kommt. Das ist die Message dahinter. lasst uns mal auf den ursprünglichen Vers gehen. Aaudu billahi min shaitan ira'ani. Aaudu billahi min shaitan ira'ani. Ist er abgeholt? Nein, das hat keinen Wert. Bruder, er hat Djinns in Ohren. Das funktioniert mit ihm nicht. Das geht nicht. Aber wenn er das gelesen hätte, wäre er komplett fertig gewesen. Honi, Honi, jetzt, du kannst reden. Egal, der hat Djinns. Das bringt nichts. Der hat Djinns. Das geht nicht. Ja, ich habe mal. Der hat runtergeschmissen, Jamal. Lass mal die Honi sprechen. Honi, was hast du uns zu sagen? Erst mal Gottes Segen. Vielleicht kann ja Honi darauf eingehen, wenn sie muslima ist. Ich bin kein muslima. Aber, passt auf. In der Bibel gilt die Frau, hat den Mann, die Frau ist unter dem Mann. Stimmt oder nicht? Der Mann ist das Ebenbild Gottes und die Frau ist erschaffen, um ihm zu dienen. Also, in der Bibel, die Frau unter dem Mann. Honi, bitte, bitte, bitte. Warte mal, eine ganz andere Frage. Warte mal, warte mal. Stop, 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 Leute. Ganz kurz. Honi, was für eine Glaubensrichtung bist du? Also, ich bin katholisch getauft und freichristlich groß geworden. Okay, warum? Okay, du bist, du bist, du bist eine Christin. Warte, warte, warte. Stimmt. Warte mal, du bist Christin? Ja. Okay, und, äh, okay, 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 alright. Allein schon die Nächstenliebe lässt es gar nicht zu, dass der Mann einfach über die Frau bestimmt oder die Frau wie eine Sklavin behandelt. Wenn die Bibel sagt, habe ich nicht gesagt. Mann, liebe deine Frau, liebe deine Frau, ja, dann jemand, der seine Frau liebt, wie sich selber, der würde seine Frau gar nicht schlecht behandeln. Also ergibt das schon mal gar keinen Sinn. Das ist was anderes. Aber du nimmst doch die Bibel, so wie sie geschrieben ist. Wie wir es ansehen sollten, als Menschen sei dahingestellt. Aber du nimmst doch die Bibel, so wie es geschrieben steht. Ja. Die Frau hat auch die Haut zum Bedecken und stimmt zum Sein und nicht auffällig zum Sein. Steht auch so geschrieben. Nimmst du jetzt auch hin? Ja. Gut. Im Alten Testament ist auch das Schweinefleisch. Steht auch, wollten wir nicht essen. Stimmt's oder nicht? Das Problem ist, das Problem ist, nein, schau, ich sag dir was. Um was geht's hier? Hier geht's um was ganz anderes, Fanny. Nein, hier geht's um, wir reden über Religion. Ah, aber tatsächlich... Warte, stopp, Leute. Hast du überhaupt verstanden, um was es hier gerade geht? Ich wollte auf das vorige reingehen. Und was war das vorige? Dass er das nicht eingesehen hat. Ich sag dir alles. Ich bin, schau, ich bin ein Mensch, ich hinterfrage auch Sachen. Tatsache ist, wir sind alle Kinder Gottes. Und wie Jesus gekleutzt wurde, wir sind alle Kinder Gottes. Leute, stummt euch mal alle kurz. Ich habe keine Frage. Jesus ist anders. Das stimmt. Honey, Honey, I'm asking you a question. You speak English, right? Ja, Horos. Okay, so, I'm gonna ask you this question, sister. I'm gonna ask you a question. Ja. Wir haben jetzt gerade ein ganz anderes Thema. Was ist deine Frage? Ja, ich bin, vorher wollte ich hochkommen, wegen der Tatsache mit Jesus, ja. Okay, das Thema ist doch schon längst rum, jetzt haben wir was anderes. Ja, was soll ich machen, wenn du mich so spät draufgenommen hast? Okay, dann bleib mal. Ich habe unten 10 mal kommentiert. Noch interessanter, nein, ich will jetzt ehrlich Honey hören, weil interessant ist, die hat angefangen, ja, Jesus ist allwissen, und dann wollte ich weiterhören, was die sagen hatte. Schau mal, was Muslimen über Christen sagen, kannst du das bitte lesen? Weil du sagst ja, alle sind gleich, alle sind Kinder Gottes. Schau mal, was du sagst. Juden und Christen nicht, bevor sie dich grüßen. Und wenn du einen von ihnen auf der Straße triffst, zwinge ihn, bis zur engsten Stelle zu gehen. Und dann, und dann zwingt ihn, und dann der sagt, der Muslim antwortet mit nur, Wa alaikum. Ja, ich gehe noch weiter, warte, ich habe noch 1000 Hadithen mehr. Warte, ich habe noch 1000 Hadithen mehr. Ich habe noch 1000 Hadithen mehr. Wenn man sagt, dass Christen und Juden gleich sind, das ist wirklich einfach nicht wahr. Wir sind Affen und Schweine im Koran. Richtig. Wir werden als Affen und Schweine deformiert. Okay, okay. Thema, Thema Wechsel kurz. Ich will wissen, was Hanni zu sagen hat. Also Hanni, what you have to say? Ich sage, Gott ist all richtig, stimmt. Aber ich bin auch mit Religion, groß geworden und ich hoffe, es hat mich zu einem guten Menschen gemacht. Den auch hinterfragen ich dazu. Ich glaube auch nicht an die Theorie, dass Jesus Gott war. Warum nicht? Was hat Jesus gesagt, als er gekreuzigt wurde? Oh Hanni, Hanni, Hanni. Nein, Hanni, Hanni. Nein, Hanni, bitte, bitte. Ich glaube, ich werde einen throw some fire on you. Hanni, stop it, stop it. Bitte, das, was er gesagt hat, auf dem Kreuz, okay Hanni, von wo zitiert das Jesus? Was zitiert? Was sagt er? Also, das reicht mir schon zu wissen. Das reicht mir schon zu wissen. Psalm 22, aus dem Psalm 22, rezitiert das Jesus. Es gibt mir die Worte. Okay. Warum hast du nicht verlassen? Aus dem Psalm 22, rezitiert das. Du kannst die Psalm 22 durchlesen. Es ist nicht gemeint, mit dem, oh Gott, oh Gott, warum hast du mich verlassen? Mit dem, ein auf den, ja, ich weine jetzt und mir ist es schrecklich, weil ich gekreuzigt worden bin und dies und das. Nein, sondern es ist eine Prophezeiung in Erfüllung gegangen, die in Erfüllung gehen müsste. Das müssen wir die Christin eigentlich gar nicht erklären. Sie ist doch Christin. Nein, nein, warte kurz. Wieso reagiert das so allergische Englisch? Wenn sie Jesus als Gott nicht anerkennt, ist sie keine Christin, ganz einfach. Eine Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde, wie sagt Christin? Ich bin katholisch getofft und frei christlich Brot geworden. Aber, ich bete zu Gott. Das ist das. Ist für dich Christus King of Kings? Schott. Wieso reagiert ihr wütend, wenn ich euch was frage? Nein, nein, nein. Okay, alle Stimmen. Alle Stimmen. Ich habe nur eine Frage. Ich habe mich normal gefragt, ich möchte es euch nicht absprechen. Nein, Hanni, Hanni. Ich frage dich normal. Ich darf ihn nicht aussprechen lassen, dann werdet ihr gleich nicht verstehen, worauf ich hinaus will. Okay, ganz kleinen Moment, lass mich ganz kurz etwas sagen. Hanni, I'm gonna ask you a question. Bist du wirklich Christin? Ich bin christlich groß geworden. So you don't know that Jesus is God? You don't know that Jesus is God? Schau mal, ihr versteht gerade eine Sache nicht, warum ich hier hoch bin und wenn ihr das lasst, dann werdet ihr nicht weiterhin mit mir diskutieren. Schau mal, was sie gesagt hat. Schau mal, was sie gesagt hat. Ich bin christlich groß geworden. Das sagt alles. Okay, dann lass sie sprechen. Leute, das ist aber auch irgendwo jetzt beurteilender. Also hier verurteilen sie jetzt auch so ein bisschen. Genau, ganz ehrlich, nur weil sie gesagt hat, sie kommt aus einer christlichen Familie oder ist groß geworden, heißt es ja nicht, dass sie unbedingt alles wissen muss. Sie hat Fragen und hofft jetzt, dass wir als ihre Geschwister quasi in Christus ihr weiterhelfen. Das ist doch jetzt gerade gar nicht verwerflich. Lasst sie doch einfach die Frage stellen und wir versuchen mit Gottes Kraft ihr so weit zu helfen, wie es geht. Okay. Okay. Gottes Willen. Ich bin heute mehrmals auf TikTok durchgeswitcht und ich habe mehrere solche Streams gesehen und ich höre und ich liebe sowas, aber wenn ihr den Leuten euren Weg mitgeben möchtet und jemand hochkommt, so wie ich, wieso reagiert ihr direkt aggressiv darauf? Keine Sache. Doch, ihr nehmt es direkt als... Nein, schau, Mami hat euch direkt beruhigt. Ihr wolltet direkt auf mich losgehen in dem Wissen, ob ich... Vielleicht bin ich, vielleicht nicht und hättet mir mal am liebsten. Das hört sich nur so an, das hört sich nur so an, weil jeder hier dazwischen redet und da muss sich die Leute stoppen, das ist doch ganz normal. Alles gut, wir hören dir zu. Schau, tatsächlich nur, weil ich so groß geworden bin, ich bin nicht konvertiert, nichts, aber ich respektiere jeden seiner Religion und ich bin die Letzte, was jemanden, was abstrechen würde. ich höre gerne zu und höre mir gerne die Meinung anderer an. Das war's. Und es ist schön. Okay, Hanni, ist Jesus für dich Gott? Nein. Somit bist du auch keine Christin, ganz einfach. Aber wartet mal ganz kurz, wartet mal ganz kurz, ganz kurz. Hanni, Lass mich mal fragen, warum du nicht daran glaubst, Hanni, dass Jesus Gott ist? Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Hanni, ist das, was dich jetzt so ein bisschen triggert, dass der Herr Jesus am Kreuz Psalm 22,2 rezitiert hat? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nein, Leute, schau, Jesus darf. Aber ist es das, was dich ein bisschen so... Ja, wollte er. Aber tatsächlich, er ist auf die Kluge und hat gebetet, Leute, wen hat er angebetet? Darum geht's. Darf ich dir das beantworten mit Psalm 22,2, als er schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Darf ich dir das erklären? Natürlich, deswegen bin ich ja da. Ich höre gerne zu. Also pass auf, in diesem Moment, dass du eine Sache nicht aus den Augen lassen. Der Herr Jesus war in diesem Moment beladen mit der vollen Sünde der Welt. Er hat dort in diesem Moment die volle Sünde der Welt getragen. Und wir wissen, dass Gott mit Sünde keine Gemeinschaft hat. Das ist uns ja einklar. Gott kann mit Sünde nicht Gemeinschaft haben. Richtig. Wir wissen, dass der Herr Jesus das Opferlamm war für uns alle. Korrekt? Sind wir uns da alle einig? Ich glaube schon. Also, in dem Moment war Jesus Christus mit der ganzen Sünde der Welt beladen. Und in dem Moment trennte sich der Vater von dem Sohn. Aber nicht im Geist, sondern der Geist Gottes trennte sich vom Fleisch. Weil wir lesen, wenn du weiterliest, in der Stelle siehst du auch, dass dann der Herr sagt, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, senkte sein Haupt und starb. Also, wenn du siehst, dass er sagt, Vater, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist einfach nur, weil Jesus Christus, unser Herr und Gott, einfach nur mit der vollen Sünde der Welt beladen war. Mehr ist das nicht. Da steht dann nicht, dass er nicht Gott ist oder dass er nicht Gott ist oder sonst sowas. Das hat damit überhaupt nichts. Eigentlich ist dort sogar genau mit diesen Worten Vater, Vater oder mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sogar noch bestätigt worden, was David im Psalm 22, 2 gesagt hat. Also ist da sogar eine Prophetie über den Messias, den Retter und so weiter. Deine Erfüllung gegangen. Amen. Ja, und das ist das, was du nicht irgendwie aus dem Kontext reißen müsstest. Klar kannst du sagen, ja, aber klar kannst du sagen, aber zu wen hat er denn gebetet? Wir dürfen nicht vergessen, der Sohn, Vater, Heiliger Geist. Das heißt, wenn Jesus zu Gott gebetet hat, hat er ihn immer mit Vater angesprochen und er hat sich dort komplett untergeordnet. Komplett. Und hat zu seinem Vater gebetet. wir verlieren sich jetzt gerade noch. Mehr kann es sein? Ich glaube, wir verwirren dich gerade, Honey, ne? Aber die sagen, das hat nichts mit Verwirrung zu tun, sondern das hat mit Wahrheit zu tun. Nee, ich habe gerade Honey nur eine Frage gestellt. Nein, ich verstehe, ich verstehe, was du da meinst, aber die vergessen wir nicht. und der muss runter kurz, weil sonst, das wird hier ein Käse, das ist so ein Durcheinander. das hat mich angenommen. Ich habe nur eine Frage an Honey gehabt gerade. Ich verstehe, was der Bruder meint, aber ich wollte gerade Honey fragen, ob sie es verstanden hat oder ob wir sie verwirren, weil ich glaube, auch das ist ihr noch immer zu hoch tatsächlich. Ich bin so groß geworden mit der Religion, war auch sehr groß geschrieben in unserer Familie und Religion ist etwas sehr schönes, wenn man Gott hat. Im Endeffekt ist es egal, wie wir ihn bezeichnen, es geht um Gott. Stimmt's? Ohne Gott wäre traurig und sehr, sehr schlimm, wenn man nicht an etwas glaubt, wenn einem etwas Schlimmes widerfährt. Und Tatsache ist, wir müssen jeden respektieren und es ist schön und es freut mich sehr, dass ihr mit eurer Religion im Einklang seid. Meine liebe Honey, es ist nicht alles so, nur wenn man Gott hat und egal, wie wir den bezeichnen, der Teufel selbst glaubt an Gott. Und Bi, hast du die Bibel bei dir vielleicht oder hat jemand die Bibel? Eine Sekunde, eine Sekunde. Gib mir die Bibel, der Name. Bruder, ich kann ganz kurz beweisen, dass Jesus Gott ist, wenn ihr wollt. Bruder, ganz einfach, ich will, dass der Honey zwei Verse einfach vorliest, weil ich habe die Bibel nicht auf Deutsch. Schieß los, ich habe sie geholt. Schieß los. Bitte einmal Philippa 2, 5 bis 7. Philippa 2, wir bleiben bei Philippa 2, Vers 5, okay? Okay. Mach's auf, komm. So, also, Philippa 2, weißt du was? Ruhig mal auf. Ich helfe und so weiter, alles. Weißt du was? Wir lesen einfach ab Philippa 2, 1. Dann lesen wir den ganzen Kontext und weißt du es raus. Perfekt, okay. Darf ich? Ich mache auf. Philippa 2, Abvers 1. Ich mache auf. Gibt es nun, gibt es nun bei euch Ermahnung? In Christus gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzigkeit und Erbarmen. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und seine äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Amen. Amen. So, ansonsten ganz kurz die Frage nochmal an Hanni, was lässt sich denn zweifeln, dass Jesus nicht Gott ist? Hanni? Ja, ja, ich bin da, ich habe zugebracht, ich habe mir vielleicht stillstunden, da nicht hart. Was? Aber wenn es Jesus anzuschwert und Gott ist doch perfekt, Gott ist allmächtig, so hat sich Gott selber in die Wüste begeben, um sich selber zu testen, um sich selber zu prüfen. Ah, okay. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Darf ich einmal kurz was dazu sagen? Klar, natürlich, Mami. Okay, lieber Brüder, ich würde euch bitten, gebt mir wirklich zwei Minuten, ohne mich zu unterbrechen. Nur zwei Minuten, ja? Und dann könnt ihr wieder losschießen. Ich möchte nochmal darauf zurückkehren, weil dieses Thema, das kommt immer wieder. Gott, Jesus, Jesus, Gott und keine Ahnung. Ich versuche das jetzt irgendwie, Gott soll mir helfen, so einfach wie möglich zu erklären, damit auch die, die wirklich mit Jesus nichts zu tun haben, es einigermaßen verstehen. Zuerst stellt sich die Frage, was ist überhaupt ein Gott? Ja, was ist ein Gott? Warte mal. Wir fangen erstmal damit an, dass bei 1. Korinther 8, Vers 6, da steht, wir aber wissen, dass es nur einen Gott gibt, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den Gott alles erschaffen hat und durch den wir leben. Bitte? Hier steht was ganz anderes. 1. Korinther, Kapitel 8. Warte, dann müssen wir so sagen, 1. Korinther, Kapitel 8, Vers 8. Nun bringt... Wenn wir bei 5 anfangen, steht bei mir, denn es gibt viele, viele sogenannte Götter, sowohl im Himmel als auch auf der Erde, wie es ja viele Mächte und viele Herren gibt. Und dann geht es weiter mit 6. Wir aber wissen, dass es nur einen Gott gibt, den Vater, der alles erschaffen hat und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus. Steht es bei dir auch so? Ja, so ähnlich. Sagen wir mal so. Du hast ja ein paar Sachen übersprungen, aber ich habe es ja nachgelesen. Aber du hast im Grunde genommen schon das Gleiche gesagt. Danke schön. Also die Bibel zeigt uns hier, dass es viele Götter gibt. Es gibt viele Götter. So, jetzt versuche ich das nochmal zu erklären. Ein Gott ist nichts anderes als etwas Übernatürliches, an dem ein Mensch glaubt. Du hast aber hier einen Fehler gemacht. Wo denn? Und zwar hast du den vorherigen Vers nicht gelesen. Doch, ich habe es gerade... Das ist ein Gleichnis. Das ist ein Gleichnis. Guck mal, hier steht, Was aber die Götzendiener angeht, so wissen wir. Ja, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen der Götzendiener betrifft, er spricht über die... Nein, nein, darum geht es mir gerade nicht. Darum geht es mir gerade nicht. Mir geht es gerade darum zu erklären... Es ist egal, worum es dir geht. Du nimmst den Vers aus dem Kontext. Ich habe... Du hast mir noch gar nicht, dass du alles zugehört. Meine Güte, warte doch mal bitte ganz kurz. Verschreib nicht. Jesus Christus spricht hier über die Götzendiener. Du tust so, als ob Jesus sagen würde, es gäbe andere Götter. Ich habe nicht gesagt, dass Jesus das gesagt hat. Du hast mich nicht ausreden lassen. Du weißt doch gar nicht, was für ein Beispiel ich gerade nennen wollte. Dein Beispiel aber macht keinen Sinn. Du weißt doch gar nicht, worauf... Dein Beispiel macht aber keinen Sinn. Lass mal die Frau kurz reden. Ganz kurz. Aber das Problem ist aber, ihr Beispiel macht keinen Sinn, wenn sie bereits das geschrieben aus dem Kontext rein... Du weißt doch noch gar nicht, was für ein Beispiel ich geben wollte. Ich habe doch noch gar kein Beispiel. Ich habe gerade mal nur zu genutigiert. Du hast den Kontext gerissen. Ich habe nichts aus dem Kontext... Bruder, ich bin nicht seit heute Christin. Nicht seit heute Christin, ja. Und ich glaube, jeder von uns, der in der Bibel liest, liest nicht immer, nicht immer ein Konzentren Kapitel, sondern auch mal an der Bibel liest. Dann reist weiter aus dem Kontext, bitte. So kann ich nicht diskutieren, das geht mir nicht. Ich habe lediglich zitiert und wollte daraufhin ein Beispiel geben und werde angegriffen. Natürlich, weil es aus dem Kontext reißt. Okay. Was wollte ich dir jetzt damit sagen, wenn du das besser weißt? Netflix macht Pause. Wenn ihr euch jetzt so streitet, Pause jetzt und dann kommen wir nachher nochmal live. Wir machen alle Pause. The Truth, wir lassen The Truth jetzt reden. The Truth Path, du redest, komm. Hallo erstmal, einen wunderschönen guten Abend an alle. Guten Abend. Es geht euch gut. Natürlich. Das ist natürlich sehr gut. Und ein Salam alaikum an die Muslime hier drin natürlich auch noch. Ja. U alaikum. U alaikum. Genau. Also als ich eben hier drin war, wurde darüber gesprochen, über, ich glaube, dieser, der mit dem Laptop hat ein Hadith gezeigt. Ja. Da steht, dass die Frau von den Engeln verflucht wird, wenn sie den Geschlechtsakt verweigert, ne? Das war nicht ich. Genau. Das war nicht ich. Wie bitte? Das war nicht ich. Das war es doch hier, du mit dem Laptop. Nee, das war nicht ich, aber ich kann dir den Hadith auch zeigen. Okay. Okay, kommen wir zum Punkt. Und was ist jetzt? Und zwar, ihr habt den Jamal ja nicht so wirklich darauf antworten lassen, aber wenn ich euch jetzt sage, was, wisst ihr überhaupt die Weisheit dahinter, worin der Mann verfällt, wenn die Frau, die den Geschlechtsakt ablehnt? Ja, dass sie dann mit tausend anderen Frauen fremd geht, richtig? Nein, weil es ist ja so, da könnt ihr auch alle zustimmen, die Männer sind hier drinnen, dass der Mann einen stärkeren Trieb hat als die Frau. Okay, warte. The true path. The true path. Alle stummen bitte kurz. Ich will keinen reden hören. Ganz kurz, bitte. The true path. The true path. Let's be honest, my brother. Lass uns bitte ehrlich sein, mein Bruder. Sei ehrlich. Sei ehrlich zu dir selber und öffne deine Herzen und hör mir bitte zu, Bruder. Stell dir mal vor, ich rede jetzt von meinem Privatleben. Okay, ich gehe jetzt mal in mein Privatleben rein. Okay, so. Ich gehe zu meiner Frau und ich sage zu meiner Frau, hey Baby, komm jetzt im Bett sofort. Komm bitte ins Bett. Ich bitte dich zum Ehebett. Meine Frau sagt aber heute, äh, Baby, nein, heute nicht. So, so sei sie von allen Engeln verflucht, nur weil ich nicht mit dem hier rein durfte. Okay, TikTok sportlich, tut mir leid. So, so sei sie von allen Engeln verflucht. Ist das richtig? Heilige Geschöpfe, heilige Engel verfluchen Menschen. Darf ich darauf antworten? Natürlich. Okay. Weil, ich gehe weniger auf den Chat ein. Ich blende den auch so jetzt aus. Also, wie ich gerade meinte ist, es ist ja so bewiesen, dass der Mann auf jeden Fall einen stärkeren Trieb hat, was das angeht. Und der Mann hat die Pflicht, natürlich, seiner Frau Versorgung zu leisten, Sicherheit zu geben und sonstiges. Das heißt, wenn ihr irgendwo draußen seid mit deiner Frau, und jemand macht Stress oder sonstiges, du bist in der Pflicht, euch zu verteidigen. Okay? Darum geht es gerade nicht. Warte, ich gehe darauf ein. Jetzt bittest du die Frau darum, dass sie für dich eine Sache tut. Wenn deine Frau das ablehnt, frage ich dich auch, ganz ehrlich, bist du verärgert oder nicht? Bruder, darum geht es gerade nicht. Meine Frage war, was das anders ist. Gehen, weil, guck mal, in der Bibel steht auch, dass die Frau eine schuldige Ehepflicht hat für den Mann. der Schusspatt. Bestimmt genau in der Bibel. Warte, warte, der Schusspatt. Bitte, please, 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 geh auf meine Frage ein. Deine Frage war, ist, ob das okay ist, ich habe es gerade wiederholt, alles gut. Deine Frage ist, ob ich das okay finde, zu glauben, dass Engel Menschen verfluchen. Seit wann verfluchen heilige Geschöpfe, die wirklich rein sind? Seit wann, seit wann verfluchen heilige Geschöpfe uns? Heilige Geschöpfe des Herrn verfluchen uns, nur weil eine Frau mit uns nicht Bunga Bunga gemacht hat. Bitte erklärt. Lass mich darauf eingehen. Okay. Ich weiß nicht, welches Verständnis ihr von einem Engel habt, aber von dem Islam aus, ich rede auch von meinem Verständnis, von meinem Wissen, Engel sind perfekt und agieren im Befehl von Gott. Das heißt, die können nichts aus sich selber tun. Engel haben keinen freien Willen. Okay? Und wenn das so ist, dass die Frau eine so große Schuld, was heißt Schuld, die hat auch die Verantwortung, ihrem Mann die Bedürfnisse zu erfüllen. Genauso auch umgekehrt. Und wenn... My brother, diese Welt, wenn wir hier einen Fehler machen, das hat nichts mit den Engeln zu tun. Engel testen. Komm, schlimmer gemacht. Komm mal runter. Jetzt haben wir die Schulter allein. Moment. Ich finde es gar keine Ahnung. Nein, worauf ich gebe euch nur ein Bild davon, was ich darunter festgehe. Okay, Leute. Und wieso das für mich in Ordnung ist. Also guck mal noch mal, ich rede mit Flex, bitte. Ich finde es interessant, was du gerade sagst. Stimmt euch mal kurz. Ganz kurz. Ja, schlimmisch. Ja, also ich habe hier runter, für Spaß euch noch. Ne? Ich hoffe, Hanni, du findest den richtigen Weg und die richtige Lehre. Jesu Christi, danke. Du machst es gut, Bruder. Gott sei Dank. Flex, Bruder, ich schwöre, es war eine super Unterhaltung. Es freut mich wirklich jedes Mal wieder bei dir zu kommen. Es ist wirklich gut, human. Du machst es wirklich super als Host. Das Einzige, was mich hier schockiert ist, dass er das als Schuld bezeichnet. Ja, Jesus. Was für eine Schuld. Ihr hört mir nicht zu. Ich könnte nur dazwischenreden. Ich würde um eine Antwort gebeten. Ich würde euch allen Gottes Segen mögen. Die Herren mögen die Engel euch hoffentlich nicht verfluchen. Bis morgen. Bis morgen. Das ist so fertig. der Hauptsache, das ist eine Wahne. Okay, Flex, kann ich weiter darauf eingehen? Du kannst reden, ja. Als Muslim, wir haben überhaupt kein Problem damit, was Allah uns befiehlt und was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns gesagt hat und was in den Überlieferungen steht, okay? Okay. Wenn da drin steht, dass die Frau verflucht wird, weil sie ihrem Mann den Akt ablehnt, ohne Begründung, ohne eine Entschuldigung, dann ist das für den Mann, für den Ehemann erstmal fragwürdig, weil du hast deine Frau, du bist in deiner Ehe, auch biblisch, christlich, sonstiges, es ist besser, als Unzucht zu begehen. Deswegen heiratet man, okay? Und wenn deine Frau, mit der du geheiratet hast, für die du so vieles geopfert hast, um eine Ehe aufzubauen, eine Familie, die Sonstiges, einfach so, kannst du mir die Quellen zeigen von dem, was du gerade erzählst? Bitte? Kannst du mir bitte die Quellen zeigen von dem, was du gerade da erzählst? Hast du gesagt, aber auch christlich gesehen, ist das so, dass man eine Ehe macht, um Unzucht zu begehen und sowas? Ja, zeig mir bitte die Quelle, aber darum geht es eigentlich gar nicht, es geht um das, was ich gerade dich gefragt habe. Ja, du kannst mich gerne groß machen, dann antworte ich dir darauf. Okay. auch an den Typ eben, dein Laptop hat hier komplett Krümel und alles, hier siehst du einen sauberen Laptop, also hier steht, das ist erste Korrektar. äh, 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 ich hab sowieso nicht viel Akku, okay, ich mach's ganz kurz, lass mich doch kurz darauf eingehen, Flex, ganz kurz, guck mal, es geht um Engel, die uns verfluchen, weil wir kein Bunga Bunga machen, ich will nicht dafür eine Antwort. Ich hab dir gesagt, das, guck mal, nee, lass ihn mal, lass ihn mal bitte, lass ihn doch nochmal bitte zu Ende bringen, ist das interessant, lass ihn doch mal bitte zu Ende bringen, aber das, guck mal, ihr hier das Ganze noch aufhält, so schneller geht Flex, sein Akku lädt, ich will mich kurz fassen. Ja, sprich bitte weiter. Also ich hab dir ja gerade gesagt, der Mann hat der Frau gegenüber eine Pflicht und die Frau dem Mann gegenüber. Der Mann versorgt, gibt Sicherheit, sonstiges, die Frau erfüllt seine Bedürfnisse, das heißt, wenn der Mann arbeiten geht, kann die Frau zum Beispiel den Haushalt erledigen, die Kinder großziehen und stillt deren Bedürfnisse, weil der Mann hat einen höheren Trieb, das könnt ihr alle nachschauen, das ist bewiesen. Und hier steht auch in der Bibel, im Korintherbrief, du sollst eine Ehe schließen, um Unzuchtsünden zu entgehen. Ihr könnt euch das alle durchlesen, aber der Vermeidung der Unzuchtsünden gegenüber soll man eine Ehe schließen, also eine Ehefrau. Hier steht auch, der Mann leiste seiner Frau die schuldige Ehepflicht, ebenso auch die Frau ihrem Manne. Und danach lesen wir in Vers 4, die Frau hat nicht über ihren Leib zu verfügen, sondern ihr Mann gleicherweise besitzt aber auch der Mann kein Verfügungsrecht über seinen Leib, sondern die Frau. Das heißt, was du gerade sagst, also beide, also beide, also beide, das ist der Unterschied, beide, das ist der Unterschied, also beide. Ja, aber da fluchen keine Engel, das ist ein Akt zwischen dem Mann und dem Mann. Toni, Toni, jetzt nochmal, kann ich doch antworten. I got you, my brother. Ich habe wirklich, the true truth, ich habe aber eine Frage, weil du hast ja gesagt, man darf sich ja nicht verweigern und so weiter und so fort. Da gehe ich voll mit, ich gehe da voll mit mit dir, ja, ich gehe da voll mit. Aber was ich mich jetzt frage, ist eine Sache. Wir wissen, ich weiß nicht, wer von euch hier alles verheiratet ist und Kinder hat, das weiß ich nicht. Ich zum Beispiel bin verheiratet, habe eine Tochter. Ich auch. Ja, ich habe eine Tochter, meine Frau ist hochschwanger, wir erwarten unsere zweite Tochter. Und, wie würdest du das jetzt erklären? Du hast jetzt eine Frau, du hast drei Kinder. Deine Frau macht den Haushalt, kümmert sich um die Kinder, ist auch müde. Ja, eine Frau hat viele Lasten zu tragen in dem Alltag, hat viele Sachen zu erledigen im Alltag. Ist es dann nicht auch mal gerechtfertigt, dass die Frau sagt, du, pass auf, ich fühle mich einfach nicht danach, weil ich, guck mal, die Kinder, der Kindergarten, die Schule, Hausaufgaben, Haushalt, Essen gekocht hier und da. Da bin ich der Erste, der zu meiner Frau, warte ganz kurz, bitte, bitte, da bin ich der Erste, der zu meiner Frau sagt, du, pass auf, das ist völlig okay. Aber der ausschlaggebende Punkt ist, du findest in 1. Korinther 7 nicht einem Vers, der sagt, wenn sie sich aber verweigert, wird sie verflucht. Aber die Frage ist ja die, wenn sie ja verflucht wird, laut islamischer Theologie, ist sie dann verflucht. Das heißt, wenn du danach nochmal den Geschlechtsverkehr mit dir machst, hast du einen, ja, du hast Geschlechtsverkehr mit einem verfluchten Menschen. Also machst du dich ja sogar an ihren Fluch. Entschuldig. Darf ich antworten? Ganz kurz, guck mal, noch eine Sache. Ja, du darfst antworten. In dem Punkt. Also, ich würde dir dann gerne kurz antworten. Du hast ja gesagt, wenn die Frau zum Beispiel müde ist und sonstiges. Genau. Genau, richtig. Dann frage ich dich, bist du ein guter Mann, wenn dir das alles bewusst ist und du dann trotzdem noch zu deiner Frau gehst oder bist du ein guter Mann, wenn du gütig bist und du weißt, okay, das kann man auch verschieben, das muss nicht unbedingt jetzt sein. Natürlich. Ich sage ja, ich gehe da voll mit dir mit, aber was mich stört ist, weil bei euch steht das ja nicht so. Ich glaube, seine Akku ist leer. Bei euch steht das nicht so. Bei euch steht nur, wenn sie sich verweigern, so wird sie von allen Enge verflucht. Das ist der ausschlaggebende Punkt, auf dem Flex gerade hinaus möchte. Und warum wird sie verflucht? Warte kurz, oder? Dann sound información. Okay,